Die Schlange Es lebte einmal eine Bäuerin, welche eifriger danach verlangte, Kinder zu bekommen, als Prozessierender ein günstiges Urteil. Kranke frisches Wasser und Gast würde den Ablauf der Fastenzeit wünschen. Wie fleißig aber auch ihr Mann das Feld bestellen mochte, so hatte sie jedoch nie die Freude, die gewünschte Fruchtbarkeit zu sehen. Als nun der arme Teufel eines Tages ein bunt dürres Holz aus dem Walde geholt hatte und dies zu Hause aufband, fand er zwischen dem Reisig ein niedliches Schlinglein, bei deren Anblick Zapatella, denn so hieß die Bäuerin, einen tiefen Säufzer ausstieß und rief, Du lieber Himmel, selbst die Schlangen gebären Schlängelchen, und nur ich bin so unglücklich in der Welt, einen so untüchtigen Mann zu haben, dass er, obwohl ein Gärtner, dennoch imstande ist, einen Baum zu pflanzen. Sobald die Schlange diese Worte vernahm, sprach sie zu Zapatella, Da du einmal keine Kinder bekommen kannst, so nimm mich an Kindesstatt an, denn das wird dich nicht dreuen, und ich werde dich mehr lieben als meine läppliche Mutter. Zapatella war nun zwar außer sich vor Staunen, als sie eine Schlange reden hörte, Jedoch fasste sie wieder Mut und erwiderte, Wohl an, ich bin es zufrieden und wäre es nur um deiner Freundlichkeit willen, dich so bei mir aufzunehmen, als wärst du zwischen meinen Knien hervorgegangen. Worauf sie ihr auch wirklich ein Loch zur Lagerstätte anwies, und ihr stets von allem, was sie selbst hatte, mit der größten Freundlichkeit der Welt zu essen gab. Als nun der Schlänglein zusehends herangewachsen und schon groß geworden war, sprach es eines Tages zu Cola Matteo, den es wie einen Vater ehrte, Lieber Papa, ich möchte mich gerne verheiraten. Ich bin zufrieden, erwiderte Cola Matteo. Wir wollen eine andere Schlange aufsuchen und dann diese Heirat im Winkel vollziehen. Das wäre nicht gut, versetzte die junge Schlange. Dann würden wir ihr ein und dieselbe Sipp schafft mit den Nattern und Wipan. Man sieht wohl, dass du ein Töpel bist und nimmst, was dir in den Wurf kommt. Ich aber will die Tochter des Königs. Darum geh stehenden Fußes hin, halte für mich bei dem König um seine Tochter an und sag ihm, dass eine Schlange sie zur Ehe begehrt. Cola Matteo, der ein einfältiger Tropf war und sich auf Dinge dieser Art eben nicht sehr genau verstand, ging daher ganz getrost zum König und richtete seinen Auftrag aus, indem er sagte, Der Bote ist straflos und er leidet nur so viel Prügel wie Santa Mere. So wirst du denn, dass eine Schlange deine Tochter zur Frau verlangt und ich als Gärtner zu dir komme, um zu sehen, ob ich vielleicht deine Schlange mit einem Täubchen paaren kann. Der König der Cola Matteo an der Nase ansah, was für ein Pinsel er war, erwiderte darauf, um sich ihn vom Halse zu schaffen, »Wir hin und sag der Schlange, dass, wenn sie mir alle Früchte dieses Gartens in Gold verwandelt, ich ihr meine Tochter geben will!« Und indem er dabei ein lautes Lachen ausbrach, entließ er den Boten. Als jedoch dieser der Schlange den erhaltenen Bescheid mitteilte, sprach diese zu ihm, »Morgen früh, geh hin, suche alle Fruchtkerne zusammen, die du nur irgend in der Stadt findest, und besähe damit den Garten, dann wirst du dein blaues Wunder sehen.« Sobald nun die Sonne mit ihrem goldenen Besen das Kehricht der Dunkelheit aus den mit Morgentau besprengten Feldern weggefegt hatte, nahm Cola Matteo, der sich auch jeden Quark weismachen ließ und weder zu antworten noch zu widersprechen verstand, einen Korb an den Arm, suchte von Markt zu Markt, von Gasse zu Gasse alle Kerne von Pfirsichen, Aprikosen, Pflaumen, Kirschen, Apfelsinen und Weinbeeren zusammen, begab sich als dann in den Garten des Königs und streute sie daselbst überall umher, ganz so wie die Schlange ihm vorgeschrieben, worauf unverzüglich die Bäume zu sprossen begannen und Blätter, Blüten und Früchte sämtlich aus leuchtendem Golde hervortrieben, sodass der König bei diesem Anblick vor Erstaunen außer sich geriet und vor Freude zu zuttern anfing. Als aber Cola Matteo wiederum zum König gesandt wurde, um von demselben die Erfüllung seines Versprechens zu fordern, entgegnete dieser, »Nur sagte mein Freund, denn wenn die Schlange meine Tochter haben will, so verlange ich noch etwas anderes. Und zwar, dass sie die ganze Mauer und den Erdboden meines Gartens in Edelsteine verwandle.« Kaum hatte jedoch der Bauer der Schlange diese Antwort hinterbracht, so sprach diese zu ihm, »Geh morgen früh wieder aus, suche alle Scherben zusammen, die du auf der Erde findest, und wirf sie auf die Gänge und die Mauer des Gartens, denn diesen Überklugen will ich schon krieken.« Sobald daher die Nacht wegen ihres, den Dieben geleisteten Vorschubs aus dem Lande gewiesen wurde und am Himmel eben nur noch aus den zerstreuten Schatten der Morgendämmerung ihr Bündel schnürte, nahm Cola Matteo auch wieder einen Korb unter den Arm und fing an, Scherben von Krügen, Stücke von Blumengefäßen und Stürzen, Böden von Töpfen und Tiegeln, Hälse von Tonflaschen, Henkeln von Vasen und Ränder von Becken aufzusuchen, sowie alle zerbrochenen Lampen, zerschlagenen Krugen, geworstenen Häfen und alle Trümmer von irrendem Geschirr, die er auf den Straßen fand, zusammenklauben und verfuhr dann damit, wie die Schlange ihm vorgeschrieben hatte. Damit eine Male sah den Garten über und über mit Smaragden und Kalsedonen bedeckt und mit Rubinen und Karfunkeln ausgelegt, der Gestalt, dass ihr glanz die Sehkraft innerhalb der Augen festbrannte und in das Erdreich des Herzens staunend pflanzte. Bei diesem wunderbaren Schauspiel blieb der König wie versteinert stehen und wusste nicht, wie ihm geschah. Als er in der erneute Aufforderung der Schlange ihr sein Gegebenes versprechend zu halten vernahm, erwiderte er, Was bis jetzt geschehen ist, ist alles nur eine Bagatelle, wenn die Schlange mir diesen Palast nicht bis oben hinauf mit Gold füllt. Auch diesen neuen Anfall des Königs unterbrachte Cola Matteo der Schlange, worauf diese sagte, Geh hin und nimm ein Bündel Grünzeug und bestreiche damit den Fuß des Palastes, dann hoffe ich, wird der Nimmer satt wohl zufrieden sein. Alsbald machte sich Cola Matteo dann einen gewaltigen Flederwisch von Kohl, Rübenblättern, Weißkraut, Portulak, Gartenkresse und Kerbel. Und nachdem er damit den unteren Teil des Palastes gehörig eingerieben, sah er ihn plötzlich wie eine vergeudete Pille leuchten, dermaßen, dass die Anmut sich wohl hunderthäuser weit von diesem Sitz des Reichtums hätte zurückziehen sollen. Sobald nun Cola Matteo zum König zurückkehrte und im Namen der Schlange um seine Tochter anhielt, ließ dieser jeden Ausweg abgeschnitten sehen, die Prinzessin rufen und sprach also zu ihr, Liebe Granonia, um meinen Freier, der dich zu heiraten wünscht, zu verspotten, habe ich in Bedingungen gestellt, deren Erfüllung mir unmöglich schien. Da ich mich aber, ich weiß selbst, ich wie angeführt und gefangen sehe, so bitte ich dich, wenn du eine gehorsame Tochter sein willst, dass du mich in Stand versetztest, mein Versprechen zu halten, indem du in das einwilligst, was der Himmel verlangt und ich zu tun gezwungen bin. Tu es wie euch beliebt, gnädiger Herr Vater, versetzte Granonia, denn ich werde keine Haarbreit von eurem Willen abweichen. Als der König diese Worte vernahm, sagte er zu Cola Matteo, die Schlange möchte doch kommen. Und wirklich erschien diese auch bald nachher auf einem goldenen, von vier gleichfalls goldenen Elefanten gezogenen Wagen bei Hofe. Überall aber, wo sie vorüber zog, geliefen die Leute, indem sie eine so große und graunhäufte Schlange durch die Stadt einfahren sahen, voll erschreckend davon. Und als diese endlich in den Paläste anlangte, so bebten auch dort die Hofleute wie Espenlaub und nahmen Reis aus, so wie nicht minder der König und die Königin, von eiskaltem Entsetzen ergriffen, sich in ihren Zimmern verkrochen. Der Gestalt, das nur allein Granonia standhielt und obwohl der Vater wie die Mutter ihr zuschrien, Fliehe, rette dich Granonia, mach fort, Mädel, sich dennoch nicht vom Flecke rühren wollte, indem sie sagte, Ich will vor dem Gemahl nicht fliehen, den ihr mir gegeben habt. Sobald nun aber die Schlange ins Zimmer kam, umschlang sie Granonia mit ihren Schweif und gab ihr eine Anzahl Küsse, so dass der König vor Grauen fast erstarrte und hätte man ihn zur Ader gelassen, es wäre kein Tropfen Blut herausgekommen. Die Schlange trug also dann Granonia in ein anderes Gemach, verschloss die Tür und indem sie die Haut abstreifte, verwandelte sie sich in einen sehr schönen Jüngling mit einem Kopf voll goldiger Locken und bezaubernden Augen, welche hierauf die ersten Früchte seiner Liebe genoss. Wie nun der König die Schlange mit seiner Tochter das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich zuschließen sah, sprach er zu seiner Frau, Den Himmel habe meine gute Tochter selig, denn die Sohne zahl für nicht mehr am Leben und jene verwünschte Schlange wird sie wie ein Eidotter verschlungen haben. Während er dies sagte, guckte er durch das Schlüsselloch und wollte sehen, was aus der Tochter geworden wäre. Kaum aber hatte er die ungemeine Anmut des Jünglings und die Schlangenhaut, welche auf der Erde da lag wahrgenommen, so stieß er die Tür ein, sprang nebst seiner Frau in das Zimmer und warf die Haut ins Feuer und verbrannte sie ohne weiteres. Nicht so bald jedoch sah dies der Jüngling und so rief er aus, ihr habt mir da einen schönen Streich gespielt, ihr verdammten Schelmer. Verwandte er sich als dann in eine Taube und indem er durch die Fenster entfliehen wollte, stieß er einige Male mit dem Kopf an die Scheiben, bis er sie zerbrach, wobei er sich dann aber so übel zurichtete, dass ihm kein Fleck am Schädel gesund blieb. Granonia, die sich in demselben Augenblick fröhlich und traurig, glücklich und unglücklich, reich und arm sah, zerkratzte sich das Gesicht und warf ihren Eltern diese Trübung ihrer Freude, diese Vergiftung ihrer Wonne und diesen Raub ihrer Glückseligkeit vor. Wogegen sie indes diese damit entschuldigten, dass sie es ja nicht böse gemeint hätten. Granonia aber jammerte und klagte in einem Fort, bis sie Nacht herbeikam, um die Lichter des Himmels Katafalks zur leichten Feier der hingeschiedenen Sonne anzuzünden. Und sobald sie alle Bewohner des Palastes zu Bett gegangen sah, nahm sie aus einem Schränkchen einen Juwelenschmuck, den sie besaß und verließ den Palast durch eine Hintertür in der Absicht, das verlorene Gut so lange zu suchen, bis sie es wiederfände. Sie war aber kaum vom Mondschein geleitet, aus der Stadt getreten, als sie einen Fuchs begegnete, der sie fragte, ob sie Gesellschaft wünsche, worauf Granonia antwortete, sehr gern, Gevatter, denn ich weiß hier herum gerade nicht den besten Bescheid. Während sie so nun miteinander weitergingen, kamen sie in einen Wald, wo die Bäume wie die Kinder spielten und sich Häuschen machten, um die Dunkelheit darin zu verstecken. Da die beiden Wanderer von dem Weg ermüdet waren und sich ausruhen wollten, so begaben sie sich unter das Laubdach, wo eine Quelle mit den umherwachsenen Grase Feuerwehr spielte, indem sie es mit dem Wasser über und über bespritzten, legten sich auf einen Pühl von weichen Rasen nieder und zahlten der Natur den Zoll, den sie ihr für die Ware des Lebens schuldeten, ohne eher aufzuwachen, als bis die Sonne mit dem gewöhnlichen Feuersignal den Schiffern und Booten das Zeichen gab, dass sie ihren Weg fortsetzen könnten. Sobald sie aber endlich den Schlaf abgeschüttet hatten, hielten sie sich noch eine Zeit lang auf, um den Gesang der Vögel anzuhören, wobei Granonia ein großes Wohlgefallen an ihren Zwitschern und Trillern an den Tag legte, so dass der Fuchs dies wahrnehmend zu ihr sagte, Wenn du nur erst gar verstündest, was sie sagen, wie ich es erstehe, würdest du noch viel größeres Vergnügen empfinden. Bei diesen Worten ersuchte Granonia, da alle Weiber von Natur ebenso neugierig als plauderhaft sind, den Fuchs auf das Inständigste jedoch zu sagen, was er von der Unterhaltung der Vögel gehört hätte. Worauf dieser, nachdem er erst hat, wiederholt in sich eindringen lassen, um eine desto größere Neugier in Bezug auf das, was er erzählen wollte, zu erwecken, ihr sagte, dass die Vögel untereinander von einem dem Sohn des Königs zugestoßenen Unfall sprechen, welcher Prinz nämlich so schön sei wie ein Adonis. Und, weil er das unsüchtige Verlangen einer verdammten Hexe nicht hätte befriedigen wollen, von ihr verwünscht worden wäre, sieben Jahre lang in eine Schlange verwandelt zu leben, welcher Zeitraum seiner Beendigung schon nahe war, als er sich in die Tochter eines Königs verliebte. Es sei nun eines Tages bei ihrem Zimmer gewesen, während der abgestreifte Schlangenbalk auf der Erde lag, die Eltern der Jungfrau jedoch, die aus Neugier dazugekommen wären, hätten die Haut verbrannt. Der Prinz aber, als er in der Gestalt eine Taube fliehen und eine Fensterscheibe durchbrechen wollte, hätte sich so übel zugerichtet, dass er sich am Rand des Grabes befände. Granonia, die von eigener Sache reden hörte, fragte vor allen Dingen, wer die Eltern des Prinzen wären und ob gar keine Hoffnung mehr vorhanden sei, ihn wieder geheilt zu sehen. Worauf der Fuchs erwiderte, dass die Vögel dem König von Langenthal als seinen Vater genannt und gesagt hätten, es gebe kein anderes Mittel, die Löcher seines Kopfes so zu verstopfen, dass die Seele nicht durch sie hindurch ausschlüpfe, hat sie Wunden mit dem Blut der nämlichen Vögel, die das erzählt, zu bestreichen. Bei diesen Worten kniete Granonia vor dem Fuchs nieder und flehte ihn an, ihr doch den Dienst zu erweisen, dass er die Vögel finger, damit sie ihnen das Blut abziehen könne. Die Belohnung wolle sie dann getreulich mit ihm teilen. Nur Gemach, erwiderte der Fuchs. Wir müssen vor allen Dingen die Nacht abwarten und wenn dann erst die Vögel in ihren Nestern sind, so lass du mich nur machen. Ich steig dann auf den Baum und fang mir dann ein nach den anderen. So brachten sie nun den ganzen Tag hin, indem sie sich bald von der Schönheit des Prinzen, bald von der Unüberlegenheit des Vaters der Jungfrau, bald von dem daraus entstandenen Urteil unterhielten, bis unter dem Geplauder der Tag hingeschwunden war und die Erde einen großen Bogen schwarzen Pappendickels ausbreitete, um das Wachs von den Kerzen der Nacht aufzufangen. Sobald aber der Fuchs die Vögel auf den Zweigen eingeschlafen sah, stieg er leise hinauf und erwischte nach und nach alle Stieglitze, Auerhähne, Zaunkönige, Finken, Haselhühner, Amseln, Kreuzlein, Spechte, Drosseln, Baumhacker, Heer und Fliegenschnapper, die auf dem Baume waren. Nachdem sie sie nun getötet, gossen sie das Blut in ein Fläschchen, das der Fuchs zur Erquickung unterwegs bei sich führte, wobei Granonia vor Freude wie im Himmel war. Der Fuchs jedoch sagte zu ihr, deine Fröhlichkeit, liebe Tochter, ist nur wie die eines Träumenden, denn das ist alles noch gar nichts, wenn du nicht auch mein Blut hast und damit hast der Vögel zu versetzen. Nach diesen Worten fing er an, Reis auszunehmen. Granonia, die auf diese Weise all ihre Hoffnung zerstört sah, nahm ihre Zuflucht zu den gewöhnlichen Künsten der Frauen, der List und der Schmeichelei und rief ihm nach, du tätest recht, Gevatter Fuchs, dir deinen Fällen Sicherheit zu bringen, wenn ich dir nicht so verpflichtet wäre und es nicht noch andere Füchse in der Welt gebe. Da du jedoch weißt, wie viel ich dir verdanke und auch weißt, dass es hier herum und deinesgleichen nicht fehlt, so kannst du dich immer auf meine Ehrlichkeit verlassen. Mach es also nicht, wie die Kuh, die das Melkfass umwirft, wenn sie es eben mit Milch gefüllt hat. Das Wichtigste hast du ja schon getan und nun hörst du mitten im Besten auf. Fürchte nicht, sondern komm zurück und begleite mich nach der Stadt des Königs, dann bin ich dir auch immer mit Leib und Seele ergeben. Der Fuchs also, der nie geglaubt, dass es über Füchse gäbe, ließ sich gleichwohl von einem Frauenzimmer beluchsen. Denn nachdem er eingewilligt, wieder mit Granonia weiterzugehen, hatte er kaum fünf Schritte mit ihr gemacht, als sie ihm, mit dem Stock, den sie trug, einen solchen Schlag auf den Kopf ersetzte, dass er sogleich alle Vieren von sich streckte, worauf sie ihn vollends tötete, ihm das Blut abzapfte und es in das Fläschchen goss. Dies getan, fing sie an, tüchtig zuzuschreiten und kam in Langtal an, wo sie sich sogleich nach dem Palast begab und den König wissen ließ, dass sie gekommen wäre, den Prinzen zu heilen. Der König befahl daher, sie unverzüglich vor ihnen zu führen und wunderte sich, an so junges Mädchen etwas versprechend zu hören, was die besten Ärzte der Welt vergebens versucht hatten. Ein Versuch konnte jedoch in keinem Fall schaden und so sagte er denn, es würde ihm sehr lieb sein, die Versprechen verwirklicht zu sehen, worauf Granonia erwiderte, wenn es mir nun gelingt, euren Wunsch zu erfüllen, so verlange ich, dass ihr mir dann euren Sohn zum Gemahl gebet. Da der König diesen schon ganz aufgegeben hatte, so versetzte er ohne weiteres, wenn du ihn mir wieder frisch und gesund machst, so will ich ihn ja auch zum frischen und gesunden Mann geben, denn es will wahrlich nicht viel sagen, den einen Mann zu geben, die mir einen Sohn wiedergibt. Sie begaben sich nun in das Zimmer des Prinzen und kaum hatte sie ihn mit dem Blut bestrichen, so fühlte er sich wohl und munter, wie wenn er nie krank gewesen wäre. Als Granonia auf diese Weise den Prinzen in der Tat wieder vollkommen hergestellt sah, bat sie den König, ihn nun auch sein Wort zu halten und nach dieser sich zu seinem Sohne wandte und sprach, schon habe ich dich fast für tot gehalten, mein lieber Sohn, und dennoch sehe ich dich jetzt wieder lebendig vor mir, so dass ich kaum meinen eigenen Augen trauen vermag. Da ich nun aber diese Mädchen versprochen, dich ihr, wenn sie dich heile, zum Gemahl zu geben und der Himmel so gnädig gewesen ist, dich dem Leben wiederzugeben, so erfülle nun auch mein Versprechen um all der Liebe willen, die du für mich hegst. Denn die Dankbarkeit fordert es dringend, dass wir diese Schuld bezahlen. Nicht sobald ihr noch vernahm der Prinz diese Worte, als er erwiderte, wohl wünsche ich, ihr Vater, dass die Freiheit meines Willens ebenso groß wäre, als die Liebe, die ich für euch empfinde, damit ich eurem Verlangen nachkommen könnte. Da ich aber bereits einem anderen Mädchen ein Eheversprechen gegeben habe, so werdet ihr es gestatten, dass ich es breche, noch wird meine Heilerin selbst es haben wollen, da ich der, die ich liebe, solche Unbild zufüge. Wie denn auch ich selbst dies nun und nimmer tun würde? Als Granonia diese Rede hörte, empfand sie ein unbeschreibliches Vergnügen darüber, ihr Andenken bei dem Prinzen noch so lebendig zu sehen. Und indem ihr Angesicht sich mit Purpur übergoss, sprach sie zu ihm, Gesetzt aber, ich vermöchte das von euch geliebte Mädchen, mit ihr, mir ihr Anricht auf eure Hand abzutreten, würdet ihr euch dann meinem Wunsch fügen? Nimmer, erwiderte der Prinz, nimmer werde ich aus meiner Brust das holzselige Bild meiner Geliebten verbanen. Mag sie mich nun in ein Liebeskonserve verwandeln und konservieren oder in Kassialatwerke oder kassieren, so wird mein Herz und Sinn doch immer unverändert bleiben und wenn ich auch in Gefahr wäre, meinen Platz am Tisch des Lebens zu verlieren, so werde ich doch auch auf diesen Tauschhandel eingehen. Hier konnte Granonia sich nicht länger in den Fesseln der Verstellung halten und entdeckte sich dem Prinzen als seine Geliebte. Denn das wegen seiner Krankheit ganz verhängte Zimmer und ihre Verkleidung hatten sie ganz unkenntlich gemacht, so dass der Prinz, als er sie endlich wieder erkannte, sie mit unbeschreiblicher Freude umarmte, indem er zugleich den Vater mitteilte, wer sie wäre und was er für sie erduldet und getan. Hierauf ließen sie auch den König und die Königin von Langtal holen und sobald diese erschienen, wurde ein sehr großes und fröhliches Hochzeitsfest veranstaltet, wobei sich alle besonders über den Tölpel von Fuchs lustig machten und sich wiederum die Wahrheit des Wortes bewies. Für der Liebe freuten sind beste Würze leiten. Das Zehngesicht Es hatte einmal ein Bauer zwölf Töchter, eine immer kleiner wie die andere, da die wackere Ciccusa ihre Mutter ihm alle Jahr ein Jüngferchen schenkte, so dass der arme Mann, um seine Familie ehrlich zu ernähren, alle Morgen als Taglöhner auf Feldarbeit ging und man nicht hätte sagen können, ob der Schweiß, den er vergoss, mehr war als der Speichel, den er beim Graben in die Hand spuckte. Kurzum, er verdiente sich durch saure Mühe und Arbeit sein Stückchen Brot, so dass sie nicht vor Hunger zu sterben brauchten. Als er nun wieder einmal in der Nähe eines Berges schaufelte, der als Spion der anderen Berge den Kopf über die Wolken hinaus streckte, um zuzuschauen, was in der Luft vorginge und an dessen Fuß sich eine tiefe und finstere Höhle befand, dass die Sonne Furcht bekam hineinzuscheinen, kam aus dieser eine grüne Eidechse hervorgekrochen, die so groß war wie ein Krokodil und den armen Bauer so sehr erschreckte, dass er nicht die Kraft hatte davonzulaufen und von der Öffnung des Rachens jener hässlichen Bestie den Schluss seiner Tage erwartete. Die Eidechse jedoch näherte sich ihm und begann folgendermaßen zu reden. Habe keine Furcht, mein wackerer Mann, denn ich komme nicht, um dir irgendein Übel zuzufügen, sondern nur zu deinem Wohle. Sobald Massaniello, denn so hieß der Arbeiter, diese Worte vernahm, so kniete er vor ihr nieder und sprach, gnädige Frau, wie heißt ihr doch? Ich bin ganz in eurer Gewalt, doch verfahrt, wie es euch ziemt und habt Mitleid mit mir, armen Teufel, der ich zwölf Bälge zu ernähren habe. Deswegen gerade komme ich, um dir zu helfen. Darum bringe mir morgen früh das Jüngste deiner Mädchen hierher, denn ich will sie wie meine eigene Tochter auferziehen und sie liebhaben wie mein Leben. Kaum hatte der arme Vater diese Rede vernommen, so wurde er so bestürzt wie ein Falsspieler, den man bei seiner Betrügerei ertappt. Da er nämlich die Eidechse eines seiner Kinder und zwar das Jüngste fordern hörte, so glaubte er, dass etwas dahinter stecken müsse und sie es als Pille zur Vertreibung des Hungers benutzen wolle, weswegen er bei sich dachte, gebe ich ihr mein Töchterlein, so gebe ich ihr meine Seele, verweigere ich sie ihr, so bemächtigt sie sich meines Leibes, bewillige ich sie ihr, beraube ich mich meines Herzens, widerspreche ich ihr, so saugt sie mir mein Blut aus. Ich sage ja, so entraste mir ein Teil meiner selbst, sage ich nein, so schnappt sie mich im Ganzen fort, wofür entscheide ich mich also, welchen Entschluss fasse ich, welchen Ausweg ergreife ich, ach wie unselig ist doch mein heutiges Tagwerk, welch Unglück ist mir da vom Himmel herabgeregnet. Während er dies bei sich selbst sprach, begann die Eidechse von Neuem. Entschließe dich schnell und tue, was ich dir gesagt, sonst kommt dir die Sache zu teuer zu stehen, denn so will ich es und so soll es auch sein. Als Massanielo dieses Urteil vernahm, von dem er an niemand sonst appellieren konnte, ging er ganz traurig nach Hause und so gelb im Gesicht, als wenn er die Gelbsucht gehabt hätte, so dass Ciccusa, welche ihn so bleich und blass, so traurig und niedergeschlagen ankommen sah, ihm zurief, Was ist dir denn zugestoßen, lieber Mann? Hast du mit jemandem etwas vorgehabt? Hat man Exekution gegen dich verfügt? Oder ist uns der Esel gestorben? Nichts in der Art, antwortete Massanielo, sondern eine gehörnte Eidechse hat mich so ins Boxhorn gejagt, denn sie hat mir gedroht, dass, wenn ich ihr nicht unser jüngstes Kindchen bringe, ich es schwer bereuen würde. Deswegen dreht sie mir der Kopf wie eine Spindel und ich weiß nicht, wozu ich mich entschließen soll. Einerseits hält mich die väterliche Liebe, andererseits die Sorge für euch alle zurück. Werner liebe ich sowohl Renz Sola wie mein eigenes Leben ganz übermäßig. Wenn ich nun der Eidechse diese Zugabe meines Herzens nicht übergebe, so nimmt sie den ganzen Scheffel meines unglücklichen Körpers. Drum rate mir, liebe Ciccusa, denn sonst ist vorbei mit mir. Da nun seine Frau diese Worte hörte, sprach sie zu ihm. Wer weiß, lieber Mann, ob diese Eidechse nicht von ganz besonderem Glück für uns ist. Wer weiß, ob sie nicht das gewisse Ende unseres Elends sein wird. Bedenke doch, dass wir meist selbst schuld unserer Not sind und gerade dann, wann wir die Augen eines Adlers haben sollten, um das Glück zu erkennen, das uns in die Hände läuft, wie mit Blindheit geschlagen sind und den Krampf in den Fingern haben, statt es zu ergreifen. Drum führe sie nur immer hin, denn es ahnt mir, dass das arme Ding irgendein günstiges Geschick erwartet. Diese Worte gefiel in dem Massaniello und gleich am anderen Morgen, zur Zeit, wenn die Sonne mit dem Pinsel ihrer Strahlen den von den Schatten der Nacht geschwärzten Himmelweiß anstreicht, nahm er das Mädchen bei der Hand und brachte es nach der Grotte. Die Eidechse, die schon aufpasste, ob der Bauer käme, verließ sogleich ihren Schlupfwinkel und indem sie das Mädchen in Empfang nahm, gab sie dem Vater einen Sack mit Goldstücken und sprach, hier, verheirate deine anderen Töchter mit Hilfe dieser Goldfüchse und sei nur immer guten Mutes, denn Renzola hat in mir Vater und Mutter gefunden und sie kann sich gratulieren, dass ihr ein solches Glück zuteil geworden ist. Massaniello dankte der Eidechse voll Freude. Zu seiner Frau nach Hause zurückgekehrt, erzählte er ihr das Vorgefallene und zeigte ihr die Goldstücke, mittels deren sie nun auch wirklich die anderen Töchter verheirateten, wobei ihnen noch immer genug übrig blieb, die Mühseligkeiten des Lebens mit Behaglichkeit zu ertragen. Die Eidechse aber ließ gleich, nachdem sie Renzola erhalten, einen schönen Palast erscheinen, brachte sie hinein und zog sie mit so viel Glanz und Prunk auf, dass er auch in den Augen einer Königin hätte königlich erscheinen müssen. Ja, auch das Blau vom Himmel wäre Renzola nicht versagt worden, wenn sie es gewünscht hätte. Sie speiste wie eine Gräfin, ging gekleidet wie eine Prinzessin und war von zahllosen Kammerfrauen umgeben, die sie stets auf das Eifrigste bedienten, so dass sie durch diese herrliche Lebensweise, ehe man sich dessen versah, rund wurde wie eine Tonne. So geschah es nun, als der König des Landes sich einst in jenem Walde auf der Jagd befand, er unversehens von der Nacht überfallen wurde und in dieser Verlegenheit nach dem Palaste, in dem ein Licht schimmern sah, einen Diener abschickte, um sich vom Besitzer ein Nachtlager zu erbitten. Sobald der Diener dort anlangte, erschien vor ihm die Eidechse in Gestalt einer Jungfrau und sagte zu ihm nach Anhörung seines Auftrags, dass sein Herr tausendmal willkommen wäre und es nicht an dem Nötigen zu seiner Aufnahme fehlen würde. Demgemäße sich der König, welcher sich auf diese Antwort nach dem Palaste begab, wie ein Vornehmer herempfangen, in dem ihm hundert Pagen mit angezündeten Fackeln entgegenkamen, so dass sie sich ausnahmen wie das Leichenbegräbnis eines reichen Mannes. Andere hundert Pagen trugen die Speisen auf, so dass sie aussahen wie die Spitalwärter, die den Kranken ihre Suppe bringen. Hundert andere mit Instrumenten oder in Sturm enden, stürmten mit Musik auf die Anwesenden ein. Vor allem aber reichte Renzoller dem König mit so viel Anmut zu trinken da, dass er mehr Liebe als Wein trank. Nach Beendigung der Schmauserei und aufgerummener Tafel ging der König schlafen und Renzoller selbst zog ihm auf so geschickte Weise die Stiefel von den Füßen und das Herz aus der Brust, dass er fühlte wie das Gift der Liebe von den Fußspitzen, die ihre schöne Hand berührte, emporstieg und ihm in die Seele durchdrang, so dass er, um seinen Tod zu verhindern, sich in den Besitz des Gegengiftes jener Schönheiten zu setzen suchte und, indem er sie beschützende Fee rufen ließ, sie von ihr zur Frau begehrte. Da diese nur auf das Wohlrenzollers bedacht war, so willigte sie nicht nur höchstbereitwillig in seinen Wunsch, sondern gab ihr auch noch eine Aussteuer von sieben Millionen in Gold. Der König kehrte hierauf voll Jubel über dieses Glück mit Renzoller nach Hause zurück, während die so hochfahrend und unerkenntlich für alles, was die Fee an ihr getan, mit ihrem Manne vorzog, ohne auch nur das geringste herzlichen Wörtchens an sie zu richten. Als die Fee diese so große Undankbarkeit sah, verwünschte sie Renzoller, dass ihr Gesicht sich in ein Ziegengesicht verwandeln solle. Und kaum waren diese Worte gesprochen, so dehnte sich Renzollers Mund in eine Schnauze mit ellenlangen Barte aus. Die Backen zogen sich nach innen, die Haut verhärtete sich, das Gesicht bedeckte sich mit Haaren und die zierlich geflochtenen Zöpfe verwandelten sich in spitzige Hörner. Bei diesem Anblick wurde der arme König wie vom Schlage gerührt und wusste nicht, wie ihm geschah. Da er eine so wunderheute Schönheit eine so abscheuliche Gestalt annehmen sah und rief unter Seufzern und Tränen alle Augenblicke aus. Wo sind die Haare, die mich fesselten? Wo die Augen, die mich durchbohrten? Wo der Mund, der die Falle meiner Seele, der Sprengel meiner Lebensgeister und das Netz meines Herzens war? Aber wie soll ich der Mann einer Ziege sein und den Titel Ziegenbock und Hörnträger erlangen? Würde da nicht der Ehestand für mich zum Wehestand? Nein, nein, mein Herz soll nicht für das Gesicht einer Ziege entbrennen, einer Ziege, die mir den ewigen Hauskrieg nur mit ausgekackten Lorbeeren lohnen würde. Während er so sprach, lagte er an seinem Palast an. Später rennt soll er mit einer Kammerfrau in die Küche und gab einer jeden Zehnbund Flachs zum Spinnen, welche Arbeit sie in einer Woche beendet haben sollten. Die Kammerfrau dem Befehle gehorsam begann sogleich den Flachs zu hecheln, ihnen Kanten zu teilen, ihn an den Rocken zu befestigen, die Spindel zu drehen, ihn in Strähne zu binden und mit einem Wort zu arbeiten wie ein Hund, sodass sie am Sonnenabend abends auch wirklich mit der Arbeit fertig war. Ranzoller aber, welche sich bisher nicht im Spiegel angesehen hatte und daher noch die Nämliche zu sein glaubte, die sie im Hause der Fee war, warf den Flachs zum Fenster hinaus, indem sie sagte, Was fällt dem König ein, dass er mir dergleichen Dinge zumutet? Wenn er Hemden braucht, so mag er sich welche kaufen und nicht glauben, mich auf der Straße gefunden zu haben. Wie immer soll doch bedenken, dass ich ihm sieben Millionen Gold mitgebracht habe, ich auch seine Frau nicht aber seine Mark bin und er mir wegen dieser Empatinenz ein großer Esel zu sein scheint. Trotz alledem empfand sie, als der Sonneabend Morgen erschien und sie sah, dass die Kammerfrau ihren Teil des Flachses fertig gesponnen hatte, eine gar sehr große Furcht sich durchgewockt zu sehen und machte sich daher auf den Weg nach dem Palast der Fee, von welcher sie, sobald sie ihre Not vernahm, auf das Zärtlichste umarmt wurde und einen Sack voll gesponnenen Flachses erhielt, um ihm dem Könige zu geben und sie so als fleißige Arbeiterin und tüchtige Hausfrau zu zeigen. Ren Zoller nahm den Sack, ohne auch nur schön Dank zu sagen und kehrte in den königlichen Palast zurück, sodass die Fee über das schlichte Betragen dieser undankbaren ganz außer sich geriet. Nachdem aber der König das Gespinst in Empfang genommen hatte, gab er ihr und der Kammerfrau jede einen Hund und sagte ihnen, dass sie diese Tiere pflegen und groß sehen sollten. Die Kammerfrau nun fütterte den Ehren mit Brot krumen und pflegte ihn überhaupt wie einen Sohn. Ren Zoller hingegen rief aus, diese Grille ist doch wahrlich unerhört. Bin ich denn unter den Türken? Soll ich Hunde kämmen und sie sonst was machen, lehren? Und dieses Sacken schleuderte sie den Hund durchs Fenster, sodass sie ihm dies wohl anders vorkommen mochte, als durch einen Reifen zu springen. Nach einigen Monaten jedoch, als der König nach den Hunden schickte, wurde Ren Zoller gar übel zumute. Sie eilte daher von neuem zur Fee und fand an der Türe derselben einen alten Mann als Türhüter, welcher von ihr wissen wollte, wer sie sei und was sie wolle. Worauf Ren Zoller, da sie diese Frage so unvermutet an sich richten hörte, alsbald erwiderte, Kennst du mich denn nicht, du Geistbart? Kommst du mir so? antwortete der alte Mann. Das wäre ja, als wenn der Dieb den Hescher verfolgte und ein Esel den anderen Sackträger hieße. Sieh dich ja vor, denn bei mir kommst du an den rechten Mann. Ich bin ein Geistbart, selbst ein Geistbart und noch einmal einer, denn wegen deines Dünkels verdienst du nicht nur, sondern noch viel Schlimmeres. Warte, du nur, du unverschämtes Ding, ich werde dir gleich ein Licht anstecken und dir zeigen, wozu er es mit deinem Hochmut und deiner Anmaßung gebracht hast. Und indem er dies sagte, holte er eilig aus seinem Kämmerchen einen Spiegel und hielt ihn Ren Zoller vor, welcher beim Anblick ihres rauen Angesichts fast die Krämpfe bekommen hätte, denn selbst Tassos Rinaldo, als er sich in den bezauberten Schilde so verwandelt schaute, wurde nicht von so großem Kummer und Schmerz ergriffen wie Ren Zoller, als sie sich so schrecklich entstellt sah, dass sie sich selbst nicht erkannte, worauf der Greis zu ihr sagte, du sollst doch nicht vergessen, dass du ein Bauernmädchen und nur durch die Gunst der Fee Königin geworden bist, aber du schamloses undankbares Frauenzimmer hast dich wenig erkenntlich für so viel Wohlwollen erwiesen und sie vielmehr gering geschätzt, ohne ihr auch nur das kleinste Zeichen der Liebe zu geben wie man es aber treibt so geht's und warte nur es wird noch ganz anders kommen denn du bist in die rechte Küche geraten sieh doch wie dein Gesicht verwandelt ist sieh doch wozu deine Undankbarkeit dich gebracht hat denn durch die Verwünschung der Fee hast du nicht allein dein früheres Gesicht sondern auch deinen Rang verloren wenn du aber mir Geistbart folgen willst so tritt vor die Fee wirf dich ihr zu Füßen raufe dir das Haar aus zerkratze dir das Gesicht zerschlage dir die Brust und bitte sie um Verzerrung für dein schlechtes Betragen gegen sie sie hat ein sehr weiches Herz und wird gewiss Mitleid mit deiner traurigen Lage haben Renzoller welcher einsat dass der alte Mann so verständlich sprach wie ein Buch und den Nagel gerade auf den Kopf traf tat wie er sie hieß worauf die Fee ihr nach vielen über mit gold gesteckten Kleider und einer von zahlreichen Dienern umgebenen Karosse zum König zurück brachte sobald sie nun dieser so schön und prächtig erschienen sah gewann er sie wieder so lieb wie sein Leben und hätte sich ohrfeigen müssen dass er sie so viel leiden hatte erdulden lassen obwohl er sich damit entschuldigte dass sie wegen ihres ziegengesichts nicht mit Unrecht von ihm verspottet worden war so nun befand sich Renzoller wieder ganz glücklich indem sie ihren Mann liebte die Fee ehrte sich gegen den Greis dankbar erwies und nie vergaß was sie an sich selbst erfahren hatte das nämlich Dankbar Sinn hat immer Gewinn die Bärin es war nämlich einmal ein König von Rauenfels dessen Frau die wahre Mutter der Schönheit mitten im besten Lauf ihrer Jahre vom Ross der Gesundheit fiel und sich das Leben brach ehe jedoch ihr Lebenslicht ausging rief sie ihren Gemahl zu sich und sprach ich weiß dass du mich immer auf das herzlichste geliebt hast darum beweise mir auch durch die Tat das worauf mein Dasein bisher beruhte und worin deine Liebe ihren Gipfel finden wird indem du mir versprichst dich nie wieder zu verheiraten es sei denn dass du eine Frau findest die so schön ist wie ich sonst lasse ich eine grauenvolle Verwünschung zurück und trage dir sogar bis in die andere Welt den furchtbarsten Hass nach als der König der seine Frau über alle Maßen zugetan war diesen ihren letzten Wunsch vernahm fing er an in Tränen auszubrechen und konnte eine Zeit lang auch nicht das geringste Wörtchen hervorbringen endlich jedoch hörte er auf zu jammern und sprach zu ihr ich deinem Willen entgegen handele möge mich das Zipperlein plagen und mich übler zurichten als es je einen anderen zugerichtet hat Glaube doch ja nicht meine liebe Träumerin an dergleichen Träumereien als wenn ich mein Herz seinem anderen Weibe zuwenden könne da ich dich zuallererst mit dem neuen Rock meiner Liebe bekleidet habe und du auch die letzten Lumpen meiner Zuneigung mit dir nehmen wirst Während aber der König dies sagte verdrehte die arme Frau die Augen und streckte alle viere von sich so dass umlaufen ließ und der Gestalt anfing sich die Brust zu schlagen und laut auf zu jammern dass der ganze Hof herbeilief wobei der Ärmste in einem Fort den Namen jener guten Seele ausrief das Schicksal welches sie ihm geraubt verwünschte und indem er sich den Bart ausraufte die Sterne höhnte die ihm dieses Unglück zu gesandt da aber auch er nach dem Sprichworte Schmerzen am Ellbogen und Schmerz um die Frau tun zwar sehr weh vergehen aber bald und gemäß jenem anderen die eine an der letzten Stätte die andere im weichen Bette handeln wollte war die Nacht kaum auf dem Paradeplatz des Himmels erschienen um über die Fledermäuse Musterung zu halten als er auch schon anfing sich die Sache genauer zu überlegen und bei sich selbst sprach meine Frau ist nun tot und ich bin ein unglücklicher Witwer ohne die geringste Hoffnung jemand anderen vor mir zu sehen als die unselige Tochter die sie mir zurückgelassen hat gleichwohl muss ich irgendeinen Schritt tun und etwas ersinnen um einen Sohn zu bekommen wie aber fange ich das an wie finde ich eine der Schönheit meines verstorbenen Weibes entsprechende Frau wenn jeder andere im Vergleich zu ihr wie eine Hexe aussieht so rate mir einer was zu tun hast wo soll ich eine andere mit der Laterne suchen wonach einer anderen in den Straßen umherrufen wenn die Natur erst Nardella Gott hab sie selig hervorbrachte und dann die Form zerbrach weh mir in welchen Labyrinth hat sie mich gestürzt wozu zum Kuckuck war das Versprechen das sie mir abnahm aber wie noch hab ich sollte es wirklich möglich sein dass keine andere Eselin im Stall wäre als Nardella es ist möglich dass für mich allein die Welt verschlossen sei sollte vielleicht eine Teuerung ein Mangel an Weibern eingetreten oder vielleicht gar deren Samen gänzlich zugrunde gegangen sein dies sagen ließ er sogleich durch den Büttel einen öffentlichen Ausruf und Befehl ergehen dass alle Weiber der Welt zur Prüfung ihrer Schönheit sich an seinem Hofe einfinden sollten der die schönste zur Frau nehmen und ihr ein Königreich als Morgengabe geben wolle sobald man das Gerücht hiervon von sich überall hin verbreitet hatte war keine einzige Frau in der Welt die nicht gekommen wäre ihr Glück zu versuchen sodass auch nicht die hässlichste Hexe zurückblieb die sich nicht eingefunden hätte denn wenn man nur irgend den Punkt der Schönheit berührt so gibt es kein Scheusei das ich nicht für ein Wunder hielte kein Ungeheuer das zurücktrete eine jede bildet sich was ein eine jede will mehr sein als die andere und wenn der Spiegel ihnen die Wahrheit sagt so beschuldigen sie das Glas das ist blind und das Quecksilber das es falsch aufgelegt sei als auf diese Weise die Stadt sich mit Weibern angefüllt hatte ließ der König sie in Reihe und Glied stellen und fing an zwischen ihnen hindurch zu gehen wie es der Groß Türke tut wenn er das Seral betritt um den besten Genoeser Schleifenstein auszuwählen und dann daran seine Damascener Klinge zu wetzen indem er nur so von oben bis unten gleich einem Affen der nimmer Ruhe findet hin und her ging und bald die bald jene von Kopf bis Fuß beschaute und musterte schien ihm die eine krummstirnig eine andere langnäsig eine dritte breitmäulig eine vierte dicklippig eine fünfte lang wie eine Hopfenstange eine sechste kurz wie ein knirps eine siebene zu dick eine achte zu dünn die spanierin gefiel ihm nicht wegen ihrer gelbsüchtigen farbe die neapolitanerin sagte ihm nicht zu wegen ihres watschligen ganges die deutsche kam ihm zu kalt und eisig vor die französin zu leichtsinnig und flatterhaft die venezianerin mit ihrem hellgelben haar wie ein rocken voll flachs mit einem wort er schickte die eine wegen der einen die andere wegen der anderen ursache mit einer langen nase fort und da er sah dass hinter so vielen schönen gesichtern am ende auch gar nichts gesteckt hatte er jedoch entschlossen war sein gelüst zu stillen machte er sich an seine eigene Tochter in dem er sprach wozu suche in der Ferne was ich in der Nähe habe scheint nicht prezioser mit ihrer Mutter aus einer Form hervorgegangen zu sein ich habe dieses schöne Gesicht in meinem Hause und suche es überall in der Welt umher kaum hatte er jedoch die Tochter von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt so fuhr sie toll und wütend über ihn her dass man gar nichts sagen kann wie sehr worauf der König voll Zorn ausrief stimme diesen hohen Ton herab oder halte lieber ganz deinen Maul und sei bereit heute Abend das ehrliche Band mit mir zu knüpfen sonst reiße ich dir zumindest die Ohren aus als Preciosa diesen Entschluss vernahm zog sie sich in ihr Zimmer zurück und bejammerte dort bitterlich ihr trauriges Geschick wobei sie auch kein Haar auf ihrem Kopf ganz ließ während sie nun so in die heftigsten Klagen ausbrach kam zufällig eine alte Frau zu ihr welche zuweilen von Preciosa ein Almosen zu empfangen pflegte und jetzt da sie die Prinzessin mehr auf jener als auf dieser Welt antraf und von ihr die Ursache ihres Kummers vernahm zu ihr sagte Fasse Mut meine Tochter und verzweifle nicht denn für jedes übel ist dein Kraut gewachsen nur für den Tod nicht jetzt hör mir genau zu da dein Vater der eigentlich ein Esel ist durchaus heute Abend ein Hengst sein will so nimm dieses Spänchen in den Mund dann wirst du dich auf der Stelle in eine Bären verwandeln mache dich hierauf sogleich aus dem Staube denn er wird dich nicht zurückhalten wagen und schlage den Weg nach dem Walde hat wann du aber in deiner natürlichen Gestalt die dir immer verbleiben wird erscheinen willst so nimm das Spänchen aus dem Mund dann wirst du sie sogleich wieder erhalten Preziosa umarmte die alte Frau auf das Herzlichste ließ sie eine Schürze von Mehl Schinken und Speck geben und entließ sie als dann so bald nun die Sonne wie eine Bankrotte Hure ihr Quartier zu wechseln begann ließ der König die Musikanten kommen hieß als dann ein großes Gastmahl veranstalten wozu er alle seine vornehmen Vasallen einlud und nachdem sie vier bis fünf Stunden lang getanzt hatten setzten sie sich zur Tafel nach welcher sich der König mit vollem Bauche zu Bett begab indem er aber hierauf seine Tochter zur rief die Rechnung herbeizubringen weil er das eine furchtbare Bärin und begab sich zu ihrem Vater welcher über dieses Wunder ganz entsetzlich in die Bettdecken einhüllte und vor dem nächsten Morgen nicht wieder den Kopf hervorzustecken wagte inzwischen verließ Preziosa den Palast und machte sich auf den Weg nach dem Walde in welchem die Schatten der Dunkelheit sich miteinander berieten wie sie der Mittagssonne irgendeinen Abbruch an ihrer Gewalt zufügen könnten doch nun hielt sich Preziosa in der angenehmen Gesellschaft der anderen Tiere so lange auf bis der Sohn des Königs von Schnellwasser in jene Gegend kam welcher beim Anblick jener Bären fast vor Furcht gestorben wäre sobald er sie aber wie ein Hündchen an sich herankriechen sich an ihn schmiegen und ganz zutraulich mit dem Schwanze wedeln sah fasst er wieder Mut und indem er ihr schmeichelte und zu ihr sagte kusch dich kusch dich sagte sagte artig artig ruhig ruhig pss pss miets miets führte er sie nach Hause wo er seinen Dienern befahl sie zu pflegen wie ihn selbst und sie in einen Garten neben dem königlichen Palast bringen ließ um sie immer wenn er Lust hatte vom Fenster aus sehen zu können als nun einmal alle Hausbewohner ausgegangen und der Prinz allein zurückgeblieben war trat er um die Bären zu betrachten ans Fenster und bemerkte wie Preziosa welche das Spänchen aus dem Mund genommen hatte um sich die Haare zu machen sich ihre goldenen Flechten kämmte so dass er beim Anblick dieser ungewöhnlichen Schönheit vor Erstaunen ganz außer sich geriet hier auf die Treppen hinunterstürzte und in den Garten lief während Preziosa seine Absicht wahrnehmend rasch wieder den Spahn in den Mund steckte und ihre Bärengestalt wieder annahm sobald aber der Prinz unten anlangte und das nicht fand was er von oben gesehen hatte ging ihm dieser fatale Streich so sehr zu Herzen dass er in eine große Traurigkeit versank und nach vier Tagen in eine schwere Krankheit verfiel wobei er ohne Unterlass ausrief liebe Bären liebe Bären in dem nun seine Mutter diese Jammertöne vernahm glaubte sie die Bären hätte ihn irgendwie gemisshandelt und befall daher sie zu töten die Diener jedoch die dem Zamentier sehr zugetan waren welches selbst den Steinen am Wege lieber abgewann hatten Mitleid mit ihm und statt ihm den gar auszumachen trugen sie es in den Wald während sie der Königin berichteten dass sie ihr das Lebenslicht ausgeblasen hätten kaum war dies aber zu Ohren des Prinzen gekommen so gebärdete er sich wie unsinnig sprang krank wie er war aus dem Bette und wollte die Diener in kleine Stücke hauen nachdem er indes von ihnen den wahren Hergang der Sache erfahren schwang er sich halbtot auf ein Ross und suchte so lange hin und her bis er die Bären wieder fand worauf er sie wieder zurück nach Hause führte sie in sein Zimmer brachte und zu ihr sagte oh du schöner Bissen für einen König der du in dieses Fell eingehüllt oh du liebes Licht welches du in diese raue Laterne eingeschlossen bist wozu soll all dieses geheimnisvolle Wesen durch welches ich nur immer mehr herunter und am ganz Ende auf den Hund kommen muss ich sterbe vor Glutverlangen und Sehnsucht nach deiner Schönheit und den Beweis davon siehst du doch ganz deutlich denn ich habe schon um zwei drittel abgenommen wie ein gekochter Bein ich bestehe nur noch aus Haut und Knochen und das Fieber hat sich mit doppelten Zwirn mir an die Adern gehennäht ziehe also doch den Vorhang dieses stinkenden Fälles empor und lass mich dieses Schauspiel deiner Schönheit schauen nimm doch ja nimm doch die Blätter von diesem Korbe weg und gewähre mir den Er hat doch in deinen aus Haaren gewebten Kerker ein so glattes Geschöpf gesperrt Wären ein Schrein aus Leder einen so schönen Schatz geschlossen lass mich doch das Mirakel deiner Reize erblicken und nimm als Belohnung all meine Liebe hin denn nur dein Bären fett teuerstes Wesen kann die Zusammenziehung der Nerven heilen an der ich leite nachdem aber der Prinz vergeblich lange hin streckte er sich wieder aufs Bett und wurde von einem so heftigen Krankheitsanfall ergriffen dass die Doktoren ihm ein sehr schlimmes Prognostik stellten und die Mutter die kein größeres gut auf erden hatte als ihn sich neben sein Bett setzte und sprach woher mein Sohn kommt dir dieser Kummer was für eine Traurigkeit hat dich ergriffen du bist jung geliebt vornehmen reich was fehlt dir noch sprich denn dem verschmähten Bettler bleibt die Tasche leer wenn du eine Frau willst so wähle du nur denn ich bewirke die Verlobung nimm du nur denn ich bezahle siehst du denn nicht dass deine Krankheit auch mich krank macht dir pocht der Puls durch das Fieber im Blut mir das Herz durch ein Schmerz im Gehirn da ich nun keine andere Stütze meines Alters habe als dich so heitere dich auf um mein Herz zu erheitern und stürze nicht das ganze Reich in Klage dies haus in Jammer und deine Mutter in das tiefste weh als der Prinz diese Worte vernahm erwiderte er nichts anderes kann mir Erleichterung verleihen als ein zwei drei gesund sein obwohl es nun die Mutter für ungereimt hielt dass die Bärin den Koch und Kammerdiener ihres Sohnes machen sollte und fürchtete dass dieser den Verstand verloren hätte ließ sie dennoch um ihn zufriedenzustellen die Bärin herbeikommen welche sogleich nachdem sie sich dem Bette des Prinzen genaht die Tatze aufhob und dem Kranken den Impuls fühlte sodass die Königin anfing zu lächeln und dachte sie würde ihm wohl bald die Nase zerkratzen sobald aber der Prinz zu der Bärin sagte willst du nicht für mich kochen und mir zu essen geben und mich pflegen mein kleines Pätzchen so nickte sie mit dem Kopf als wenn sie den Antrag annehmen die Mutter ließ also ein paar Hühner bringen in dem Krankenzimmer selbst ein Feuer auf dem Kamin entzünden und Wasser zum Kochen beisetzen worauf die Bärin ein Huhn ergriff es geschickt rupfte und ausnahm einen Teil an den Spieß steckte einen anderen auf den Rost beriet der Gestalt dass der edle Prinz dem bisher selbst der Zucker bitter geschmeckt hatte sich nach diesem Gerichte die Finger leckte nachdem er nun aufgegessen hatte gab sie ihm auch zu trinken und zwar mit so großer Anmut dass die Königin sie darüber auf die Stirn küßte worauf die Bärin nachdem der Prinz aufgestanden war um die Klugheit der Ärzte auf die Probe zu stellen rasch das Bett machte dann in den Garten lief eine Serviette voll Rosen und Zitronenblüten pflückte und sie ihm aufs Kissen streute sodass die Königin ausrief die Bärin wäre mehr wert als ein Schatz und dass ihr Sohn recht und noch einmal recht hätte ihr so sehr zugetan zu sein all diese schönen Dienste aber gossen nur noch mehr Öl in das Feuer des Prinzen und wenn er sich früher lotweise verzerrt hatte so löste er sich jetzt pfundweise auf daher er zur Mutter sprach liebste Frau Mutter wenn ich dieser Bäre nicht einen Kuss geben kann so entflieht mir der Atem worauf die Mutter ihn ganz ohnmächtig ansah zur Bären sprach küsse ihn nur küsse ihn mein schönes Tierchen denn sonst stört mir mein armer Sohn indem sich diese ihn nun näherte und der Prinz sie fest an seine Brust schließend Mund an Mund gedrückt sich an ihr gar nicht satt küssen konnte viel ich weiß nicht wie prezioser das Spähnchen aus dem Mund so dass der Prinz mit einem Male das schönste Geschöpf der Welt in seinen Arm sah welches er nun mit den liebessangen der Arme umschloss während er ausrief du bist gefangen schelmen und kommst mir nur nicht mehr wieder ohne meinen Willen bei diesen Worten fügte prezioser die Farbe der Charme zu dem Gemälde der natürlichen Schönheit hinzu und sprach ich bin zwar an deiner Gewalt doch bitte ich dich schone meine Ehre übrigens mache mit mir was du willst als nun die Königin fragte wer diese schöne Jungfrau wäre und was sie zu solch einer verwilderten Lebensweise gebracht hätte erzählte prezioser ihr der Reihe nach die ganze Geschichte ihrer leiden worauf die Königin sie als ein wackeres ehrbares Mädchen lobte und zu dem Sohne sagte dass sie nichts da wieder hätte wenn er sie heirate so dass dieser ihr auf der Stelle den Trauring an den Finger steckte die Mutter beiden ihren Segen verlieh und als dann diesen schönen Ehebund mit großen Festen und Illumination feierte prezioser aber die Geltung des Ausspruchs kennenlernte wie du tust so lohnt dir Gott Die Küchenmarkt Es war einmal ein Baron von Dunkelwald dessen noch jugendliche Schwester mit ihren Gespielinnen vom gleichen Alter immer im Garten umher zu scherzen pflegte Als sie eines Tages eine aufgeblühte Rose fanden kamen sie überein dass wer von ihnen über sie springen könnte ohne sie irgendwie zu berühren einen bestimmten Preis davon tragen sollte Während nun so die mutwilligen Mädchen drüber zu springen suchten stießen alle an und keine machte es wie sie sollte nur Silla die Schwester des Barons welche ein wenig zurück ging nahm einen solchen Anlauf dass sie gerade darüber weg kam und da sie gleichwohl dabei ein Blatt herabstieß war sie doch so rasch und gewandt dass sie es unbemerkt von der Erde aufhob es verschlang und so den Preis davontrug es waren aber noch keine drei tage vergangen so fühlte sie sich schwanger worüber sie vor schmerz fast vergangen wäre indem sie wusste dass sie sich mit niemandem eingelassen noch irgendwo genascht hatte und sich daher gar nicht erklären konnte wieso ihr der Leib sich rundete sie begab sich daher zu einigen ihr befreundeten Feen welche zu ihr sagten es unterläge gar keinen Zweifel dass Rosenblattes wären Silla bemühte sich daher ihre Leibesfülle so viel wie möglich zu verbergen so dass sie als die Stunde kam wo sie ihre Würde ablegen konnte im Geheimen ein hübsches Töchterlein gebar welches sie Lisa nannte und sogleich zu den Feen sandte jede von diesen nun verlieh die Mäglein einen Zaubersegen die letzte von ihnen jedoch welche rasch herbei ein weise den Fuß und stieß aus Schmerz herüber die Verwünschung aus dass wenn Lisa einst in dem Alter von sieben Jahren von der Mutter gekämmt würde diese ihr aus Vergesslichkeit den Kamm im Haar stecken lassen und Lisa dadurch sterben sollte sobald daher die bestimmte Zeit da war und sich alles wie es bestimmt war zugetragen hatte so schloss die Mutter welche über dieses Unglück endlich den Leichnam ihres Töchterleins in sieben Kristallkisten setzte diese in das entfernteste Gemach des Schlosses und trug den Schlüssel zu dem selben stets bei sich in der Tasche da ihr jedoch durch den Schmerz den dieser Unfall ihr verursachte das Leben bis auf die Hefe verronnen war so ließ sie den Bruder zu sich kommen und sprach zu ihm ich fühle lieber Bruder wie der Tod mich nach und nach mit seinem Haken zu sich zieht und hinterlasse dir daher den ganzen Trödelkram den ich besitze so dass du nun fortan sein Herr und Besitzer sein wirst nur bitte ich dich mir zu versprechen dass du das Zimmer dessen Schlüssel ich dir hier übergebe nie öffnen den Schlüssel selbst aber sorgfältig in deinem Schreibtisch aufheben mögest der Bruder der sie herzlichst liebte gab ihr das heilige versprechen ihren Wunsch zu erfüllen worauf sie sprach lebe wohl ich segle ab als sich jedoch ihr Bruder nach Verlauf eines Jahres verheiratet hatte und einst zur Jagd eingeladen seiner Frau beim Weggehen die Sorge fürs Haus im Pfahl wobei er ihr insbesondere einschärfte ja nicht das Gemach zu öffnen zudem der Schlüssel in seinem Schreibtisch läge so hatte er kaum den Rücken gekehrt als auch schon seine Frau von Verdacht getrieben von Eifersucht gestachelt und von Neugierde der natürlichen Mitgift der Weiber gereizt den Schlüssel nahm das Zimmer aufschloss und die Kisten öffnete durch welche sie das Mäklein durch Schein sah diese aber schien zu schlafen und war in der Zwischenzeit beim Anblick dieser schönen Jungfrau alsbald ausrief Bravo meiner Treu von außen rein von innen ein Schwein das also war die Sorge dass das Zimmer nicht geöffnet werde damit man nicht den Götzen sehe den er anbetet und in den Kisten so sorgfältig verwahrt so sprechend packte sie das Mäklein bei den Haaren und riss sie empor der Gestalt dass der Kamm darüber zur Erde fiel und Lisa wieder zu sich kam während sie ausrief Mutter Mutter warte nur besitze die Baronin ich werde dich schon bemuttern und bevatern und indem sie wütend wurde wie eine Hexe bissig wie eine Hündin die geworfen hat und giftig wie eine Schlange schnitt sie ihr sogleich die Haare ab prügelte sie auf ganz jämmerliche Weise zog ihr zerlumpte Kleider an überhäufte sie alle Tage mit Beulen auf dem Kopf mit blauen Flecken um die Augen und mit Striemen im Gesicht und schlug ihr den Mund so blutig dass sie aus als hätte sie Kirschsuppe gegessen sobald aber der Mann nach Hause kam und sie das Mädchen so misshandeln sah fragte er sie wer dies denn wäre worauf seine Frau antwortete es wäre eine es traf sich nun einmal dass der Baron in die nächste Stadt zum Jahresmarkt ging und alle Bewohner des Hauses ohne sogar die Katzen zu übergehen fragte was er jedem von ihnen mitbringen sollte und indem sich der eine dies der andere das gewünscht hatte kam er zuletzt auch zu der Küchen Markt seine Frau jedoch gebärdete sich wie unsinnig und rief aus ja nicht wahr auch dieser schwarze Fette gehört mir dazu sie ist so viel wie wir alle und wir sind nicht mehr als sie lass sie doch zu allen Teufeln aus dem Spiel und setze der garstigen Hexe nicht einen solchen Dünkel in den Kopf der Baron des welche sehr gutmütig war wollte durchaus dass auch die Küchenmarkt einen Wunsch aussprechen sollte so dass sie endlich sagte ich will nichts anderes als eine Puppe ein Messer und ein Stück Bimmstein wenn du dies aber vergisst so wünsche ich dass du über den ersten Fluss den du unterwegs antriffst nicht sollst wegkommen können nachdem nun der Baron alle Sachen außer denen die seine Nichte sich gewünscht hatte eingekauft und an einen Fluss gelangt war der Steine und Bäume vom Gebirge ins Meer trug gleich als wenn es daraus seine gewaltigen wunderbaren Mauern auftörmen sollte so war es dem Maron nicht möglich hin zu passieren er erinnerte sich daher der Verwünschung der Küchenmarkt kehrte um kaufte richtig alles ein und teilte zu Hause angelangt die eingekauften Sachen unter die sämtlichen Hausbewohner aus sobald aber Lisa ihre Geschenke erhalten hatte ging sie in die Küche stellte die Puppe vor sich hin und zusammengeflickten Lappen die ganze Geschichte ihrer Leiden erzählte als wenn sie zu einem lebendigen Menschen spreche als sie jedoch sah dass sie ihr nicht antwortete nahm sie das Messer und sagte indem sie an dem Bimmstein schliff jetzt antwortest du mir gleich wenn nicht so durchbohre ich mich mit diesem Messer und dann hat der ganze Spaß ein Ende worauf die Puppe nach und nach wie ein Dudelsack anschwellend endlich antwortete nun denn so sage ich dir dass ich dich besser gehört habe als ein Tauber indem er bei dieses Stück einige Tage sofort spielte und der Baron dessen Kanzleizimmer dicht in der Küche lag wieder einmal diese Klagetöne vernahm so guckte er durch das Schlüsselloch und sah dass Lisa der Puppe erzählte wie ihre Mutter über die Rose hinweg gesprungen das Blatt gegessen und darauf sie geboren hätte wie sie selbst hierauf mit Zaubersägen begabt von der Fee verwünscht mit dem Kamm im Haar gelassen von dem Totenschlaf ergriffen in sieben Kisten geschlossen und in das Gemach gesetzt worden wie hierauf die Mutter gestorben der Schlüsse dem Bruder übergeben worden dieser auf die Jagd gegangen und die Eifersucht selbst das Haar abgeschnitten sie wie eine Sklaven behandelt und wenn noch tausend anderen Qualen überhäuft worden wäre und dass Lisa in dem sie so sprach und weinte zu der Puppe sagte antworte mir Puppe wenn nicht so töte ich mich mit diesem Messer wobei sie das Messer schliff und sich schon durchbohren wollte als der Baron mit einem Fuß stoß die Tür auf sprengte ihr das Messer aus der Hand riss und sie nachdem er die Geschichte umständlicher vernommen und die Jungfrau als seine Nichte umarmt hatte aus dem Hause zu seiner Verwandten brachte damit sie sich bei derselben ein wenig erholen sollte denn durch die grausame Behandlung jenes Medea Herzens war sie sehr herunter gekommen als nun Lisa nach einigen Monaten wieder anfing wie eine Göttin sagte sie wäre eine Nichte von ihm veranstaltete als dann ein großes Gast mal und hieß nach aufgehobener Tafel Lisa ihre ganze Leihens Geschichte und wie grausam sie von seiner Frau behandelt wurden erzählen so dass alle Gäste darüber in Tränen ausbrachen worauf er seine Frau aus dem Hause jagte und sie zu ihrem Vater zurückschickte seiner Nichte aber einen Mann gab der ganz nach dem Wunsch ihres Herzens war so dass sie deutlich erkannte ist die Not am größten ist die Hilf am nächsten die Tauber es war einmal ungefähr acht Meilen von Neapel in der Nähe der Sümpfe ein Wald von Feigen und Pappel Bäumen auf welchem zwar die Sonne stets ihre Pfeile abschoss den sie aber nie durchdringen konnte in diesem Walde nun stand ein halb verfallenes Häuschen bewohnt von einer alten Frau welche ebenso arm an Zähnen als reich an Jahren und ebenso hoch durch ihren Buckel als in ihrer äußeren Lage herunter gekommen war sie hatte Hunderte von Runzeln im Gesicht vielmehr aber hatte ihr Geldbeutel denn wenn gleich auf ihrem Kopf viel Silber glänzte hatte sie doch nicht den sechzigsten Teil eines Guldens um sich damit etwas zugute zu tun sodass sie in den Strohhütten der Nachbarschaft umherbettelte um ihr Leben zu fristen indem man nun aber heutzutage einem verschmitzten Spion eher einen großen Beutel voll Gold zu geben pflegt als seinem bedürftigen Armen einen Dreier so musste sie manchen Tag umherlaufen ehe sie ein Gericht Bohnen zusammen bekam und zwar zu einer Zeit wo in jener Gegend ein solcher Überfluss herrschte dass nur wenige Häuser die Größe ihrer Vorräte kannten Da jedoch ein alter Kessel nicht für Beulen und Löcher ein altes Pferd nicht für Fliegen ein gefallener Baum nicht für Axthebe und wer den Schaden hat nicht für Spott zu sorgen braucht so geschah es auch dass einmal die arme Frau nachdem sie vorher ihre Bohnen ausgelesen und in einem Topf an das Fenster gestellt hatte ausgegangen war um im Walde ein paar Reiser zum Kochen zusammen zu suchen in der Zeit ihrer Abwesenheit der Sohn des Königs namens Nardaniello welcher sich gerade auf der Jagd befand bei dem Hause der Alten vorüber zog und den am Topf am Fenster stehend große Lust bekam sich einen Haupt Spaß zu machen indem er nämlich seinen Begleitern vorschlug eine Belohnung für den zu bestimmen welche am richtigsten zielen und den Topf mit einem Stein gerade in der Mitte treffen würde worauf sie auch wirklich anfingen den unschuldigen Topf als Zielscheibe zu benutzen um nach drei oder vier Würfen der Prinz den am genauesten gefasst hatte den Preis davontrug die Alte kam jedoch gerade in der Zeit zurück wo jene sich eben fortbegaben und als sie dieses große Unglück wahrnahm fing sie an sich wie besessen zu gebärden und auszurufen mag er seinen Arm jetzt preisen und sich rühmen dass er den Topf gestoßen hat dieser mutwillige Bock dieser Hurensohn dessen Gebeine nimmer zur Ruhe kommen mögen dieser einfältige Bauer der meine Bohnen zu so ungehöriger Zeit ausgesät hat wenn er nun aber auch nicht mit meiner Not keinen Funken Mitleid gehabt hat so hätte er doch wenigstens auf sich selbst Rücksicht nehmen das Wappen seines Hauses nicht so zu schenken und das was andere so hohen Ehren halten nicht selbst in den Kot zehren soll Lasset ihn aber nur immer hingehen denn auf meinen Knien und aus innerster Seele flehe ich den Himmel an dass er sich in die Tochter irgendeiner Hexe verlieben möge den auf jede mögliche Weise martere und peinige dass die Schwiegermutter ihm der Gestalt zusetze dass er sich bei lebendigem Leiber als tot bejammere und dass er von der Schönheit der Tochter und den Zaubereien oder vielmehr Bärste preisgebe den Qualen jener hässlichen Harpie die ihm ihre Befehle mit dem Prügel in der Hand erteile und das Brot mit wider Willen zuschneide der Gestalt dass er mehr als hundert mal die Bohnen besäufze die er mir jetzt auf die Erde gestreut hat die Verwünschung der alten Frau nun bekamen als bald Flügel mit denen sie strax in den Himmel flogen so dass trotz des Sprichwortes die Flüche der Frauen sind ohne Kraft Trauen und jenes anderen verwünschte Pferde gedeihen am besten sie dennoch den Prinzen in eine solche Tunke brachte dass er dabei fast schon aus dem letzten Loch erpfeff es waren nämlich kaum zwei Stunden vergangen so verirrte er sich im Weide von seinen Leuten und begegnete einem schönen Mäcklein welches Schnecken suchte und scherzend zu ihnen sagte Schnecke Schnecke Schnüre zeig mir deine Viere wenn mir deine Vier nicht zeigst schmeiß ich dich in den Graben fressen dich die Raben als der Prinz diesen Schrank der größten Kostbarkeiten der Natur diese Bank der reichsten Depositen des Himmels dieses Arsenal der furchtbarsten Streitkräfte Amors vor sich erscheinen sah so wusste er nicht wie ihm geschah und indem die Augen strahlen jenes runden Kristall Gesichts auf den Zunder seines Herzens fielen entzündete er sich über und über der Gestalt dass er sich in einen Ziegelofen verwandelte in welchem die Backsteine der Pläne zur Errichtung des Gebäudes seiner Hoffnung gebrannt wurden aber auch Philadora dies war nämlich der Name des Mäkleins war nicht viel besser daran da der Prinz welcher ein sehr schöner Jüngling war ihr sogleich das Herz durch und durch durch bohrte so dass beide einander mit den Augen um Mitleid anflehten und wenn auch ihre Zungen den Pieps hatten so glichen doch ihre Blicke den Trompetern eines Rathaus Sturmes indem sie das Geheimnis der Seele laut verkündeten Nachdem sie sich nun eine Zeit lang wie mit der Bräune im Halse angesehen hatten ohne auch nur ein sterbliches Wörtchen äußern zu können so drehte er endlich den Hahn der Stimme auf und sprach also Auf welcher Wiese ist diese Blume der Schönheit entsprossen Von welchem Himmel ist dieses Rosenwasser der Anmut herabgeregnet Aus welchem Schacht ist dieser Schatz der Holzseligkeit ans Licht gekommen O ihr glücklichen Wilder ihr beneidenswertesten Heine die ihr von dieser Herrlichkeit bewohnt von dieser Illumination der Liebesfeste erleuchtet werdet O ihr Heine und Wälder in denen keine Roten zu Staub besen keine Querbalken zu Galgen keine Deckel zur Nacht stühlen sondern nur Türen zu dem Tempel der Schönheit Balken zu der Wohnung der Grazien und Schäfte zur Liebespfahl geschnitten werden Genug edler Herr versetzte Philadora Macht mich nicht erröten denn eure Tugenden nicht meine Eigenschaften verdienen diese lobreiche Inschrift die ihr mir jetzt gewidmet habet und ich bin ein Frauenzimmer welches ich selbst misst und will nicht dass ein anderer an mir einen Maßstab anlege so wie ich aber bin schön oder hässlich schwarz oder weiß mager oder fett plump oder gewarnt mürrisch wie eine Hexe oder freundlich wie eine Fee niedlich wie ein Püppchen oder scheußig wie ein Drache so bin ich ganz zu deinem von diesem Augenblick an auf immer da als Sklavin gefesselt übergebe dies waren nun aber keine Worte sondern Trompetenstöße welche alle den Prinzen zur Tafel der Liebesfreuden einluden oder vielmehr ihn mit einem Tutti zu Ross riefen um sich in den Liebeskampf zu stürzen und obwohl er sich nur einen Finger des Entgegenkommens geben sah nahm er doch gleich die ganze Hand weggefangen hatte so dass Philadora bei dieser Zeremonie des Prinzen ein Gesicht bekam wie eine Klatschrose oder vielmehr wie das Farbenbrett eines Malers indem man darauf eine Mischung von der Meniche der Scham dem Bleiweiß der Furcht dem Grünsparen der Hoffnung und dem Zinnober des Verlangens erblickte eben aber wollte Nardaniello noch weitersprechen als ihm seine Rede unterbrochen wurde da nun einmal in diesem Leben kein Wein des Genusses ohne Häfen des Verdrusses keine fette Brühe der Lust ohne Abschaum des Ärgers zu sein pflegt Dann während er gerade mitten im Besten war erschien plötzlich die Mutter Philadoras eine so hässliche Hexe dass die Natur sie zum Modell aller Gebrechen geschaffen zu haben schien ihre Haare glichen einem Besen von Mäusedorn der nicht etwa dazu taugte die Häuser von Russen Spinnen wem zu reinigen sondern vielmehr die welche ihn sahen mit Angst und Schrecken zu stolpen ihre Stirn war ein Genueser Schleifstein an dem sie den Deuch der Furcht schärfte mit dem sie die Herzen durchbohrte die augenglichen Kometen die Beben der Beine heißes Kälte des Herzens Grauen des Geistes Entsetzen der Seele durch Bohrung des Leibes vorher kündeten durch ihr Angesicht verbreitete sie Zittern durch ihren Blick Angst durch ihre Bewegung Schrecken durch ihre Worte Bestürzung ihr Maul war mit Hauern besetzt wie das eines wilden Schweines groß wie ein Schlund aufgesperrt wie der eines vom Schlage gerührten geifernd wie der eines Maul-Tieres mit einem Wort von Kopf bis Fuß sah man eine Quintessenz von Hässlichkeit und ein ganzes Hospital von Gebrechen so dass der Prinz sicherlich irgendein Amulett ins Wams genäht haben musste dass er bei diesem Anblick nicht die Besinnung verlor die Hexe nun packte ihn beim Genick und rief Hey da hier ist nichts für dich du Erdschelm du Spitzbube du Dieb Selbst Schelmen Selbst Dieben erwiderte der Prinz pack dich alter Hexe und wollte schon den Degen ziehen der eine echte Damascener Klinge war aber er blieb erstarrt stehen wie ein Schaf das den Wolf gesehen und sich weder rühren noch blöken kann so dass er wie ein Ese an der Halfter vor der Alten in ihr Haus geführt wurde wo selbst sie kaum angelangt zu ihm sprach arbeite mir nur ja wie ein Hund sonst stirbst du wie ein Schwein und als erste Verrichtung grabe mir dieses Stück Land hier neben diesem Hause um und besähe es mir dann siehe aber zu dass du fertig wirst denn wenn ich heute Abend wiederkomme und die Arbeit nicht ganz getan finde fresse ich dich auf hierauf sagte sie noch zur Tochter dass sie auf die Wirtschaft achten solle und ging dann solch einer traurigen Lage sah fing er an sein Gesicht in Tränen strömend zu baden und sein Schicksal zu verwünschen das ihnen so großes Unglück gestürzt hatte andererseits tröstete ihn Philadora und sagte sie ihm er solle guten Mutes sein denn sie wollte selbst ihr Leben dransetzen um ihm zu helfen er solle sich über sein Geschick nicht beklagen welches ihn an einen Ort Zeige woraufhin der Prinz erwiderte nicht darüber grämme ich mich dass ich von dem Pferde auf den Esel gestiegen bin den königlichen Palast mit diesem Hunde Loch die prächtigen Bankette mit einem Stück Brot die Schafondin mit Frohn Arbeit und das Zepter mit einem Grabscheid vertauscht habe noch dass ich der ich in Schrecken gesetzt mich jetzt von einem so hässlichen Vogelscheuche erschreckt sehe denn all mein Unglück würde ich für ein großes Glück halten wenn du nur bei mir bist und nicht in deinem Anblick schwelgen kann sondern was mir das Herz durchbohrt ist dass ich graben und mir in die Hände spucken muss und was noch schlimmer ist ich soll arbeiten was ein Gespann Ochsen in einem Tag nicht würde bestreiten können wenn ich aber Beuter mein Pensum nicht hinter mir habe frisst deine Mutter mich auf wobei es mich nicht so sehr schmerzen wird mein elenden Leib zu verlassen als mich von deiner Schönheit zu trennen indem er so sprach entströmten ihm Seufzer schock weise und Tränen tonnen weise jedoch Philadora trocknete ihm das Gesicht und sagte glaube nicht mein teures Leben dass du ein anderes Erdreich als den Garten der Liebe zu bearbeiten hast fürchte nicht dass meine Mutter dir auch nur ein Hahn deinem Haupte krümme sondern verlass dich nur auf Philadora und sei ganz ohne Sorgen denn wisse dass ich Zauberkräfte besitze und Wasser gerinnen machen so wie die Sonne verfinstern kann darum genug und höre auf zu klagen vielmehr sei fröhlich und guter Dinge denn heute Abend wird und wenn du Schönheit der Welt wie du sagst saubern kannst warum machen wir uns denn nicht eilig davon denn ich will dich in dem Hause meines Vaters wie eine Königin halten worauf Philadora versetzte ein gewisser Einfluss der Gestirne hindert für jetzt die Ausführung dieses Rates jedoch wird er bald vorüber gehen und unser Glück zur Hand sein mit diesen und noch tausend anderen Liebesgesprächen verging der Tag und als die Hexe zurückkam rief sie die Tochter von der Straße aus und sprach Philadora lass mir doch deine Haare herab denn er das Haus keine Treppe hatte so stieg sie immer an den Flechten der Tochter empor sobald Philadora die Stimme der Mutter hörte machte sie sich das Haar auf und ließ es hinab indem sie so für ein goldenes Herz eine goldene Treppe baute auf welcher die Alte sogleich hinaufstieg und in den Garten eilte als sie ihn jedoch bestellt fand geriet sie außer sich vor Verwunderung indem es ja unmöglich erschien dass ein so zarter Jüngling diese Handarbeit verrichtet haben sollte kaum war aber am anderen Morgen die Sonne aus dem Hause getreten um wegen des in den Flüssen Indiens geholten Schnupfens etwas Bewegung zu machen so ging auch die Hexe wieder fort und gab Nadaniello auf bis zum Abend sechs Stöße Holz die sich in einem Keller befanden viermal durchgespalten fertig zu hauen sonst wolle sie ihn klein hacken wie Speck und ihn dann zum Armbrot als Karbonade zu sich nehmen was wäre der Prinz bei Publizierung dieses Dekrets vor Schreck gestorben so dass Filadora ihn so toten bleich sehend ausrief Freund was bist du doch für ein Hasenfuß ei du mein Gott ich glaube gar du wirst noch vor Angst in die Hose machen und scheint dir das eine Kleinigkeit versetze nach Daniello von jetzt bis auf den Abend sechs Stöße Holz viermal durchgespalten fertig zu hauen wehe mir eher werde ich mitten durchgespalten werden um den Schlund dieser unseligen Hexe zu fühlen fürchte nichts entgegnete Filadora denn ohne dass du dir die geringste Mühe gibst wirst du das holzer gehörigen zeitgehörig gespalten finden inzwischen aber sei nur froh auf und spalte mir nicht meine Seele mit deinen Klagen als nun die Sonne den Laden ihrer Strahlen schloss und der Dunkelheit kein Licht mehr verkaufte so kehrte auch schon die Alte wieder ließ sich die gewöhnliche Leiter herabreichen stieg hinauf und indem sie das Holz fertig gehauen vorfand fasste sie den Verdacht dass vielleicht ihre Tochter ihr diese Schachmatt böte sie sagte daher am dritten Tage um den dritten Versuch zu machen zu dem Prinzen dass er ihr eine Zisterne von tausend Tonnen Wasser reinigen solle weil sie dieselbe frisch füllen wollte am Abend aber müsste er fertig sein sonst würde sie ihn in ragu oder fleisch klöße verwandeln hierauf ging die alte fort und Nadaniello fing von neuem an zu jammern bis Philadora welche sah dass die Not wuchs und die alte so unverständlich war den armen Burschen mit so großen Leiden und Bürten zu beschweren endlich zu ihm sprach sei nur ruhig wenn es die Zeit vorüber ist welche meine Kunst hemmend in den Weg tritt wollen wie er ehe noch die Sonne sagt ich drücke mich zu diesem Hause ich empfehle mich sagen so viel ist gewiss meine Mutter soll heute Abend das Nest leer finden ich aber will dann mit dir gehen und dein Geschick lebend oder tot teilen als er vor Angst fast schon geborsten war und Philadora umarmend rief er aus du meine Geliebteste bist der Leitstern meines von Stürmen gepanigten Schiffchens du bist die Stütze meiner Hoffnung sobald nun der Abend nahte grub Philadora in dem Garten unter welchem sich ein unterirdischer Gang befand ein Loch in die Erde und hierauf machten sich beide in der Richtung nach Neapel auf den Weg als sie aber bei der Grotte von Pozzuolo anlangten sagte Nadaniello zu Philadora es geht nicht gut an meine treue dass ich dies so zu Fuß und in dieser Tracht in den Palast bringe erwarte mich da in diesem Wirtshauser denn ich kehre recht bald mit Pferden Wagen Dienern Kleidern und der gleichen anderem Kram wieder Philadora blieb also zurück er selbst aber setzte seinen Weg nach Neapel fort inzwischen kam die Eite wieder nach hause und da Philadora auf ihren gewöhnlichen Ruf nicht antwortete so fasste sie Verdacht eilte in den Wald und machte sich dort eine lange Stange an welcher sie dann wie eine Katze zum Fenster hinauf und ins Haus kletterte nachdem sie nun dieses von innen und außen und oben und unten und überall durchsucht und niemand gefunden hatte bemerkte sie endlich das Loch und sobald sie wahrnahm dass dieses im Freien mündete ließ sie sich vor Wut auch kein Haar auf dem Kopf wobei sie sowohl die Tochter als den Prinzen verwünschte und den Himmel anflehte dass bei dem ersten Kuss den der Geliebte ihrer Tochter empfinge er sie gänzlich vergessen möchte wir wollen jedoch die alte ihre gottlosen Pater Noster sagen lassen und zu dem Prinzen zurückkehren welcher in dem königlichen Palast wo selbst man ihn für tot gehalten hatte anlangend das ganze Haus ein Aufrohr setzte indem ihm alle Bewohner desselben entgegen eilten und ausriefen Willkommen Willkommen tausendmal willkommen da ist er ja frisch und gesund wie freuen wir uns ihn wieder bei uns zu sehen und tausend andere Worte die Mutter aber kam ihm bis auf die halbe Treppe entgegen geeilt umarmte ihn auf das freundlichste und rief aus mein teurer Sohn mein Juwel mein Augapfel wo bist du denn gewesen warum hast du denn so lange gezögert und uns indessen vor Angst vergehen lassen der Prinz wusste nicht was er antworten sollte der ihr die gehabten Leiden nicht mitteilen wollte kaum aber hatte die Mutter ihn mit den Vergessenheit bringenden Lippen geküsst so entschwand auch in dem selben Augenblick durch die Verwünschung der Hexe alles was ihm widerfahren war seinem Gedächtnis als daher die Königin fortfuhr und sagte dass sie ihn verheiratet zu sehen wünsche damit er nicht ferner daran dächte auf die Jagd zu gehen und sein Leben in den Wäldern zu bringen versetzte er ohne zögern wohl an so sei es ich bin bereit alles zu tun was meine Frau Mutter wünscht so dass diese voll Freude ausrief Gott segne dich mein lieber Sohn es wurde also festgesetzt dass binnen vier Tagen ihm seine Braut eine vornehme Dame aus der Gegend von Flandern welche unlängst nach Neapel gekommen war zugeführt werden solle während welcher Zeit große Feste und Bankette vorbereitet wurden inzwischen empfand Philadora über die so lange Abwesenheit des Prinzen die größte Unruhe und da auch sie von den Festen von denen sie das Gerücht überallhin verbreitete Wind bekam so nahm sie eines Abends dem Haus Knecht welcher schon zu Bette gegangen war die Kleider von seinem Lager zog sich dieselben an und statt derselben ihrer eigenen zurücklassend machte sie sich auf den Weg nach der Stadt und dem Königlichen Palast wo selbst die Köche welche während der Zeit der Festigkeiten Hilfe bedurften sie als Küchenjungen in Dienst nahmen als in der Morgen des festgesetzten Tages erschienen war und die Sonne auf der Bank des Himmels den ihr von der Natur ausgefertigten mit Licht besiegelten Gewerbeschein zum Verkauf von Geheimmitteln für die Stärkung der Augen vorgewiesen hatte langte auch die Braut unter Pauken und Trompetenschall in den Palast an worauf also bald das Festmahl angerichtet wurde die Gäste sich zur Tafel setzten indem aber der Sehnenschall unter anderen Speisen welche zahllos herbeiströmten auch eine große englische Pastete anschnitt welche Philadora eigenhändig gern acht hatte flog mit einem Male eine so schöne Taube aus derselben hervor dass die Gäste zuzulang vergaßen und voll Reutiger mit klagender Stimme also anredete Hast du dein Katzen Gehirn gegessen oh Prinz dass du die Liebe zu viel Adora so rasch zu vergessen hast sind die die Dienste die sie dir erzeigt so schnell aus dem Gedächtnis entschwunden undankbarer vergiltest du so die Wohltaten die du von ihrem empfangen gefühl los hat sie dich nicht aus den krallen der hexe befreit dir dein Leben gerettet und sie selbst dir übergeben ist dies nun die Vergeltung die du der unglücklichen für die herzige Liebe die sie für dich an den Tag gelegt erweis ist ja sage nur immer sie möge ihre Wege gehen sage nur immer sie soll sich ihre Gedanken vergehen lassen wehe dem Weibe dir den Worten der Männer traut denn trotz ihrer Versprechung beweisen sie nur Grausamkeit Dienste vergelten sie durch Undankbarkeit und Wohltaten durch Vergessenheit so hoffte auch die unglücklicher als dein Weib mit dir und einem Dach zu leben jetzt aber sagst du ein Häuschen weiter sie glaubte schon das Spiel gewonnen zu haben und sieht sich jetzt ohne Stich sie dachte schon deine Hand zu besitzen und musst nun stattdessen mit einer langen Nase abziehen aber geh nur immerhin vergiss deine Verpflichtung leugne deine Schuld und mögen deine Verwünschung welche die Unglücklichen aus tiefster Seele über dich gestoßen hat dich in vollsten Maße treffen du wirst es dann inne werden was es bedeutet ein Lämpchen zu hintergehen ein Mädchen zu betrügen eine arme Unschuldige zu berücken indem du ihr einen solchen Gaunerstreich spielst und ihr Andenken in den Schornstein des Gedächtnisses schreibst während sie das deinige in das Fleisch ihres Herzens eingegraben hat sie in den Staub trittst während sie dich auf Händen trägt und dir deine Hinterseite zuwendest während sie dir wie eine Mark dient wenn aber der Himmel nicht vom Stabe fallen ist wenn die Götter sich nicht vom Spundloch ihrer Ohren zugestopft haben so müssen sie das Unrecht das du getan wohl sehen und dein Wirt wann du es am wenigstens vermutest die Drohung und der Schlag der Blitz und der Donner das Fieber und der Durchfall zu gleicher Zeit kommen doch genug lass es dir nur immer schmecken schwelge nur immer zu lebe dir einen guten Tag mache dich nur mit deiner Braut lustig denn die arme Philadora am Hungertuch nagend wird dir das Feld freilassen damit du mit deiner jungen Frau in Hülle und Fülle und in Wonne und Freuden prassen kannst nachdem die Taube diese Worte gesprochen flog sie zum Fenster so schnell hinaus dass sie wie der Wind verschwunden war der Prinz aber blieb als er diese Tauben Predigt vernahm wie verstandert sitzen bis er sich endlich erkundigte woher die Pastete gekommen wäre und von dem Sehnes schah er vor dass ein Küchenjunge den man in der dringenden Not angenommen sie bereitet hätte also bald musste dieser vor dem Prinzen erscheinen und kaum war Philadora vor denselben getreten so warf sie sich ihm zu Füßen und rief unter einem Strom von Tränen nur die Worte aus was habe ich verbrochen der Prinz welcher durch die Gewalt der Schönheit Philadoras und durch die Kraft der Verwünschung die auf ihm ruhte sich der Verpflichtung wieder erinnerte die er angesichts seiner Geliebten vor dem Tribunal Amors eingegangen war hob sie sogleich vom Boten auf ließ sie neben sich niedersitzen und teilte dann seiner Mutter ausführlich mit wie große Dankbarkeit er Philadora schuldete und was sie für ihn getan und was er ihr versprochen und wie sie alles Mitleid verdiente sodass die Mutter welche kein anderes gut auf Erden hatte als ihren Sohn zu ihm sprach tu was dir gut dünkt wenn nur die Ehre dieser Jungfrau die ich dir zur Gemahlin aus erwählt nicht darunter leidet und sie ihre Zustimmung nicht versagt seid unbesorgt sagte hierauf diese denn die Wahrheit zu sagen wäre ich nur sehr ungern hier geblieben da diese Sache mir aber so ganz wie gerufen kommt so will ich mit Verlaub nach meinem lieben Flandern zurückkehren und dort die Großväter der Becher wieder aufsuchen aus denen man in Neapel zu trinken pflegt wo selbst ich eine gehörige Lampe anzuzünden gedachte und darüber die Lampe meines Lebens fast verlöschen sah vor der größten Freude bot ihr nun der Prinz ein Schiff und Begleitung an ließ dann unverzüglich Philadora wie eine Prinzessin ankleiden und nach aufgehobener Tafel die Musikanten kommen worauf der Tanz begann und ununterbrochen bis zum Abend fortdauerte als jedoch die Erde wegen des Leichen Begängnisses der Sonne sich ganz in Trauer gehüllt hatte und die Kerzen angezündet waren hörte man plötzlich ein lautes klingen so dass der Prinz saum Mutter sagte das wird wohl irgendeine hübsche Maskerade zur Ehre des Festes sein meiner treu die neapolitanischen Kavalierer wissen sich zu benehmen und sehen wenn es not tut das geht nicht an während nun alle in dieser Meinung erwarteten was da kommen sollte erschien mit einem Male mitten im Saal eine scheußliche Fratze die keine drei Schuhe hoch aber dicker als sein Fass war und von dem Prinzen Tint zu ihm sprach wisse Nadaniello dass deine losen streiche und dein schlechtes Benehmen über dich all die Leinen gebracht haben die du bisher erduldet ich aber bin der Geist jene alten Frau welcher du den Topf zerbracht ist und deswegen vor Hunger gestorben ist daher verflore ich dich dass du einer Hexe in die Klauen fallen möchtest und meine Verwünschung wurden erhört durch die Macht dieser schönen Fee doch entkamst du aus jener Not und Gefahr wo gegen die Hexe über dich eine neue Verwünschung ausstieß dass du bei dem ersten Kuss den du empfing ist Philadora vergessen solltest so dass sie auch wirklich deinem Gedächtnis entschwand als vor Augen haben mögest indem dir aus ihnen wie aus denen des johannes brotes bockshörner empor wachsen so sprechend verschwand die Gestalt wie Quecksilber ohne auch nur die geringste Spur zu unterlassen die Fee aber die den Prinzen bei diesen Worten erblassen sah sprach ihm Mut ein indem sie zu ihm sagte richte nichts mein lieber Mann das ist eitles Gerede da ist nichts dahinter und verlasse dich nur auf mich nachdem sie dies gesagt und das fest beendet war ging sie mit ihrem Bräutigam zu Bett und um den über die neu versprochene Treue ausgestellten Dokument eine größere Kraft zu verleihen stellte er ihr noch eines aus wobei die früheren Drangsale die jetzigen Freuden erhöhten sodass sie an dem Prüfstein der Erfahrung erkannten wie wahr das Wort sei vergangene Leiden würzen gegenwärtige Freuden das Hängeschloss es war einmal eine Mutter mit drei Töchtern welche wegen der großen Armut die in ihrem Hause dermaßen Fuß gefasst dass sich darin der Schmutz des Unglücks wie in einer Kloake hoch aufgehäuft hatte ihre Kinder um nur ihr Leben zu fristen Betteln schickte als sie nun eines Morgens einige vom Koch eines vornehmen Herrn fortgeworfene Kohlblätter auf der Straße fanden und die Mutter sie zu Hause kochen wollte sagte diese zu jeder von den Töchtern dass sie dazu etwas Wasser vom Brunnen holen sollten da machten aber alle schiefe Gesichter und keiner wollte recht daran so dass die arme Mutter endlich sprach was du willst das getan werde tue selbst und schon im Begriff war mit dem Kruge zum Brunnen zu gehen obwohl sie wegen des Alters kaum die Beine vom Flecke bringen konnte allein Lucia die jüngste von den Töchtern sagte darauf gib her liebe Mutter denn wenn ich auch nicht stark genug bin so will ich dir doch diese Mühe abnehmen nahm dann den Krug und ging zur Stadt hinaus an den Brunnen Gesicht spritzte hier nun traf sie einen hübschen Sklaven der zu ihr sagte mein schönes Kind wenn du mit mir in eine nicht weit entfernte Grotte kommen willst so will ich dir gar viele hübsche Sachen geben worauf Lucia welche sehr freundlich und dienstfertig war antwortete lass mich aus diesem Krug Wasser meiner Mutter bringen die auf mich wartet dann komme ich gleich wieder nachdem sie so das Wasser nach Hause getragen kehrte sie unter dem Vorwand noch einige Kohlstrünke zu suchen zu dem Brunnen zurück und von dem Sklaven der sie noch erwartete geführt gelangte sie durch eine mit Venus Haar und Efeu ausgeschmückte Grotte von Tuffstein in einen unterirdischen sehr schönen und ganz von Gold blitzenden Palast wo selbst ihr sogleich eine herrliche Tafel hergerichtet wurde während inzwischen zwei sehr schöne und junge Zofen erschienen die ihr die wenigen Lumpen die sie trug auszog und sie dafür auf das prächtigste schmücken und danach beendeten Mal in ein ganz mit Gold und Perlen gesticktes Bett brachten in das nachdem die Lichter ausgelöscht waren sich auch noch jemand legte und dies dauerte so einige Tage fort endlich jedoch wünschte Lucia ihre Mutter wieder zu sehen und sagte dass dem Mann welcher in ein Zimmer trat dort mit jemand sprach und dann mit einem großen Beutel voll Goldstücken zurückkam den er ihr für ihre Mutter einhändigte auch solle sie den Weg nicht vergessen vielmehr recht bald wiederkehren aber auch zu Hause nicht sagen wo sie die Zeit über gewesen als Lucia nun bei den ihrigen anlangte und diese sie so schön gekleidet und reich beschenkt sahen waren sie von Neid beinahe geborsten sodass als sie wieder zurückkehrte ihre Mutter und Schwestern sie begleiten wollten sie lehnte jedoch ihre Gesellschaft ab und gelangte wieder durch die nämliche Grotte in welchem sie sich aufs Neue einige Monate aufhielt bis sie dasselbe Verlangen empfand und mit denselben Worten und denselben Geschenken entlassen wurde wie vorher nachdem sie dies aber drei oder viermal wiederholt hatte so dass ihre Vetteln von Schwestern sich vor Neid fast verzerrten schnüffelten diese hässlichen Habien so lange umher bis sie durch eine Hexe alles was mit ihrer Schwester vorging erfuhren und daher als diese wieder einmal zu ihnen kamen zu ihr sagten Wenn gleich du uns nichts von der Beschaffenheit deiner Freuden mitgeteilt hast so musst du doch wissen dass uns alles genau bekannt ist dass du nämlich alle Nacht einen Schlaftrunk erhältst und nicht wahrnehmen kannst dass ein sehr schöner Jüngling bei dir schläft Du wirst dein Glück jedoch nie vollkommen genießen wenn du dich nicht entschließt den Rat derer die dir wohlwollend zu befolgen Du bist ja noch unser Fleisch Blut und wir wünschen nur dein Vergnügen und dein Nutzen Wenn du daher das Abend schlafen gehst und der Sklave mit dem Schlaftrunk kommt so sage zu ihm dass er dir ein Handtuch bringen und dir den Mund abtrocknen und gieße inzwischen geschickt den Die arme Luciella welche nicht wusste dass sie sich unter diesem Sattel von Samt das Widerrist unter diesen Blumen eine Schlange und in diesem goldenen Becher Gift befand glaubte den Worten der Schwestern und tat als sie in den Palast zurückgekehrt und die Nacht erschienen war ganz so wie sie jene Schandpfähle geheißen hatten worauf sie sobald alles ruhig und still war mit dem Feuerzeug ein Licht anzündete und neben sich die Blume der Schönheit einen Jüngling von lauter Lilien und Schnee erblickte indem sie nun diese Herrlichkeit anschaute sagte sie meiner treu du sollst mir nicht mehr aus den Händen entkommen öffnete daher das Schloss und sah alsbald einige Weibchen herauskommen welche auf ihren Köpfen viel hübschen gesponnenen Flachs trugen da nun einer von ihnen eine Strähne herab fiel rief Luciella welche ein Muster von Gutmütigkeit zugleich aber auch uneingedenkt des Ortes war an welchem sie sich befand mit lauter Stimme jener zu hebe das Garn auf Jungfer bei welchem Geschrei der Jüngling erwachte und dermaßen zornig darüber wurde dass Luciella ihn überlistet hatte dass er sogleich den Slaven rief ihr die früheren Lumpen wieder anziehen und sie aus dem Palast führen ließ sodass sie mit der Farbe eines eben aus dem Spital entlassenen zu den Schwestern zurückkehrte welche sie jedoch mit schlimmen Worten und noch schlimmeren Taten fortjagten Die gebar 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 einen wunderschönen Knaben ein wahres Gold Püppchen und in der ersten Nacht der er geboren wurde trat ein schöner Jüngling in das Zimmer und sprach O schönstes Söhnchen mein du Beste meiner Freuden wenn's meine Mutter wüsst sie wird sich an dir weiten Hüt dich in Gold wünsch dich in Gold wie wärst du zu beneiden und krähten keine Hähne mehr nie wird von dir scheiden Nach welchen Worten er bei dem ersten Krähen des Harnes wie Quecksilber verschwand Indem nun die Hofdame welche dies mit angesehen hatte den Jüngling alle Nacht wieder kehren sowie dieselben Worte wiederholen hörte so sagte sie es endlich der Königin welche sobald die Sonne gleich einem Arzt alle Sterne aus dem Hospital des Himmels entlassen hatte den grausamsten Befehl ergehen ließ alle Hähne jener Stadt zu töten und auf diese Weise alle Hennen in einen Augenblick zu verlassenen Witwen zu machen Als Sierra auf der Jüngling in der folgenden Nacht wiederkam erkannte die Königin die auf der Lauer lag und die Ohren gewaltig spitzte ihren eigenen Sohn und umarmte ihn auf das herzlichste so dass die von der einen Hexe dem Prinzen angetane Verwünschung die darin bestand dass er fern von seinem Vater hause umher irren sollte bis er von seiner Mutter umarmt worden wäre und kein Hahn mehr krähe in dem Augenblick wo er sich in den Armen seiner Mutter befand gelöst und sein Drang Saal beendet war So hatte nun die Mutter einen Enkel und Lucia ein Gemahl wie sie ihn nur wünschen konnte bekommen Den Schwestern aber welche bei der Nachricht von dem jener widerfahrenden Glück so unverschämt waren sie zu besuchen wurde Gleiches mit Gleichem vergolden und ihnen in derselben Münze bezahlt so dass sie zu ihrem Schaden erkannten Missgunst bestraft sich selbst Der Gevatter Es lebte einmal zu Pomigiano ein gewisser Cola Jakubo der Mann der Marcella Cernicchia von Resina ein von Krankheit geplagter aber steinreicher Mann der selbst nicht wusste was er besaß so dass er die schweinefrei herumlaufen ließ und es ihm niemals an Stroh mangelte Obwohl er nun aber weder Kind noch Kegel hatte und das Geld mit Scheffeln Maß war er doch so knickerig dass man mochte ihn drehen wie man wollte man ihm dennoch nie auch nur einen roten Heller aus der Tasche lockte Dabei führte führte er nicht da da Fliege gelobt sei der Himmel dass wir Indem er dies sagte lief er fort um einen schönen Aal ein Maß feines Weizenmehl und eine Flasche vom besten Wein einzukaufen worauf er nach Hause zurückgekehrt während seine Frau voll geschäftiger Eile einen schönen Kuchen bug den Fisch selbst briet und sich dann als alles fertig war mit Marcella zu Tisch setzte kaum aber hatten sie sich niedergelassen so klopfte jemand an die Türe und als Marcella ans Fenster trat und den verwünschten Gevatter den stören Fried ihrer behaglichen Ruhe erblickte sagte sie zu ihrem Mann niemals mein lieber Jakobo kauft man noch ein Pfund Fleisch im Laden der menschlichen Freuden ohne die Knochenbeilage des Verdrosses man schläft nie auf reinen Laken der Zufriedenheit ohne irgendeine Wanse des Ärgers man trocknet nie die Wäsche des Genusses ohne den Regen der Unannehmlichkeiten So ist auch jetzt dieser bittere Bissen uns in die Schüssel gefallen Dieses Dreck Essen uns in der Kehle stecken geblieben Worauf Cola Jakobo als bald erwiderte Verstecke rasch die Sachen die auf dem Tisch stehen Heb sie auf Nimm sie fort schaff sie weg damit er sie nicht sieht und dann öffne die Tür Wenn er das Nest leer findet so wird er vielleicht klug genug sein bald wieder vorzugehen und uns die paar Bissen Elend aufessen zu lassen Während nun der Gefatter die Sturmglocke läutete und Alarm schlug schob sie den Fisch in einen Schrank die Flasche unter das Bett und den Kuchen dazwischen die Kissen Cola Jakobo aber kroch unter den Tisch und guckte durch ein Loch der Tischdecke die bis auf die Erde hinab ging unten hervor der Gefatter hatte jedoch durch das Schlüsselloch alles was in der Stube vorging gesehen er trat daher sobald geöffnet wurde mit angenommener Furcht und Bestürzung hinein und sprach als Marcella ihn fragte was ihm wäre folgendermaßen während du mich durch dein langes Zaudern und Trönen fast normale Geduld brachtest und ich wie auf glühenden Kohlen stand indem ich wie eine warme Semmel damit du mir aufmachen solltest kroch mir zwischen die Füße eine Schlange die so furchtbar groß und hässlich war dass mir noch die Haut schaut hat stell dir vor sie war groß wie der Aal den du in den Schrank gesetzt hast da ich mich nun so in einer so bösen und gefährlichen Lage sah und verfeucht zitterte vor Angst behebte und vor ansteherte wie der Gefatter da unter der Tische so dass mir vor Schrecke und Entsetzen alles blut erstarrt ist bei diesen Worten konnte Cola Jakubo sich nicht länger halten denn diese Dosis dünkte ihm doch zu stark er steckte daher den Kopf unter der Decke hervor wie ein Hans Wurst der sich auf der Bühne zeigt und sprach also zu dem Gevatter wenn die Sachen so stehenden hört alles auf jetzt hab ich es dick jetzt komm mir nicht wieder so jetzt bleib mir ja vom Leiber wenn du etwas zu fordern hast du verklag mich wenn ich dir ein Unrecht getan habe so mach einen Prozess anhängig wenn du dich beleidigt glaubst so vergälte mir gleich es mit gleichem wenn ich dir zu nah getreten bin so wenn du dich revanchieren willst so blase mir den Hobel aus oder tu mir sonst noch was was für ein benehmen welch eine Art und Weise ist denn das von dir es scheint wahrhaftig du hast alle Scham vergessen und willst dir das Unsere mit Gewalt aneignen du hättest mit dem Finger zufrieden sein und nicht die ganze Hand nehmen sollen denn jetzt sieht es wirklich schon aus als ob du uns durch dein dazu fehlt so haben wir Knittel und Knüppel genug kurzum du weißt ja dass man sagt auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil und jeder Hahn bleibt auf seinem Mist darum lass uns ungeschoren denn wenn du etwas glaubst von heute ab das alte Lied fortsetzen zu können so läufst du dir deine Füße vergeblich ab du bringst nichts zu Wege verlierst nur Hopfen und Malz und bis am Ende wo du am Anfang gewesen bist wenn du dir ein bildest immer so bei mir im warmen zu sitzen wie bisher so ist du dich gar sehr du hast deinen Teil dahin mit dir ist es vorbei und du musst dir dieses Gedanken schon vergehen lassen wenn du denkst mein Haus ist ein Wirtshaus für deinen unersättlichen Hals damit er so viel zechen und schlucken kann als er will so entschlage dich diese Hoffnung lass fahren diesen Irrtum deine ganze Mühe ist verloren es ist alles anders und keine Hoffnung mehr vorhanden doch ist es deine eigene schuld du hattest einen tölpel gefunden den du wie eine taube rupft ist hattest einen esel angetroffen dem du die Augen auswischtest und lebtest mit einem Wort wie im schlaraffen lande jetzt aber geh deiner wege wir sind geschiedene leute dieses Haus ist für dich nicht mehr vorhanden wir haben nichts mehr miteinander zu schaffen denn du bist ein schmarotzer ein brotvernichter ein tafeldieb ein küchenleerer ein topfausräumer ein tellerlecker ein nimmersatt eine kloake der du eine wahre fresssucht ein wahren heiß unge einen wolf und einen bohnenlosen abgrund im leib hast der du einen esel verschlucken ein schiff verschling und einen bären verputzen könntest den halligen greinig verschonen würdest dem weder tiber noch po genügen und der sich selbst auffressen möchte geh nur dem nach was dir zukommt geh kloaken ausräumen lumpen auf der kirchtaufen ausklauben nägel in den rindstein suchen wachs bei begräbnissen aufsammeln und den abtritt auswägen meinem hause aber komme ja nicht wieder nah denn jeder hat sein eigenen leiten jeder hat mit sich selbst zu schaffen und jeder weiß am besten wo ihn sein schuh drückt auch brauchen wir deinen lahmen witze deine hinkenden geschichtchen deine abgedroschenen spaße gar nicht länger und wollen durchaus nichts mehr von dir wissen darum musst du nun schon einmal diesen bisschen fahren lassen du lockere vogel du tagelieb du bärenhäuter du faulpelz arbeite lieber lerne ein handwerk und such dir einen meister als der arme gevatter diesen unaufhaltsamen wortstrom dieses aufplatzen des geschwüres diese krempelei ohne krempel empfand so zitterte und bebte er wie ein auf der tat er tap der dieb wie ein verurter wanderer wie ein verunglückter schiffer wie eine Hure die ihren kunden verloren und wie ein Kind das sich verunreinigt hat und ohne dass er wagte den in den Augen mit tropfender Nase mit klappernden Zähnen mit leeren Händen mit beklommenem Herzen wie ein abgebrühter Pudel still und stumm und ohne auch nur zu mucksen oder sich umzudrehen in dem ihm das bewährte Sprichwort einfiel ungeladene Gäste setzt man unter den Tisch das Mädchen ohne Hände als seine Frau geraubt hatte und dieser daher Witwer geworden war setzte er sich die Grille in den Kopf seine eigene Schwester namens Penta zu heiraten und sagte daher zu ihr eines Tages unter vier Augen ein weiser Mann liebe Schwester lässt das gut das er besitzt nicht aus dem Hause abgesehen davon dass auch du nicht weißt ob es dir gelingen wird bei fremden Leuten gehörig Fuß ich ganz genau kenne ergib dich also in mein Verlangen nach diesem Mosaik diesem Verbande dieser Akten Zusammenlegung diesem Mischrezept denn wir werden uns beide dabei wohl befinden als Penta diesen wahnsinnigen Vorschlag vernahm geriet sie ganz außer sich und er bleichte über und über denn immer würde sie geglaubt haben dass ihr Bruder solche Ungereimtheiten begehen und ihr eine solche Zumutung stellen könnte nachdem sie nachgedacht hatte wie sie auf den unerwarteten und unverschämten Antrag ihres Bruders antworten sollte riss ihr endlich die Geduld und sie begann also wenn du auch den Verstand verloren hast Bruder will ich nicht auch die Scham verlieren ich muss mich höchlich darüber wundern dass du dergleichen Wort über deine Lippen bringen kannst die im Scherz gesagt an den Esel mahnen wenn sie aber nicht vernehmen wollen ich deine Frau bist du bei Trost seit wann Mensch hast du dergleichen Grillen und Einfälle wie ein altes Haus und wo leben wir denn etwa unter den Hottentotten bin ich eine gemeine Vette oder bin ich deine Schwester ich rate dir bessere dich und lass dich nicht wieder solche Worte aus deinem Munde kommen sonst mache ich ein Teufelspektakel und werde solange du mich nicht als Schwester behandelst dich auch nicht als den betrachten der du mir bist indem sie dies sagte begab sie sich in der Zimmer das sie hinter sich verriegelte und ließ sich länger als einen Monat nicht vor ihrem Bruder sehen während dieser der mit frecher Stirn sein unreinen Trieb hatte befriedigen wollen bestürzt wie ein Junge der seinen Krug zerbrochen und Verlauf dieser Zeit aber aufs Neue von dem Könige vorgefordert damit sie zur Befriedigung seiner zügellosen Lüste beisteuere wollte sie doch sehr gern wissen weswegen denn eigentlich ihr Bruder gerade auf sie so versessen wäre sie verließ daher ihr Zimmer erschien vor ihm und sprach lieber Bruder ich habe mich lange und oft im Spiegel angesehen und genau betrachtet kann aber durchaus nichts in so lüsterner Bissen bin der einem so großes Verlangen erwecken könnte worauf der König erwiderte zwar bist du liebe Penta vom Kopf bis zu den Füßen schön und makellos jedoch ist es besonders die Hand die mich mehr als alles andere mit Liebesglut erfüllt sie ist die Gabel die mir aus dem Topf meiner Brust das Herz heraus zieht der Haken mir aus dem Brunnen meines Lebens dem Eimer der Seele herauswindet der Zügel der meinen Geist bändigt während Amor ihn peinigt oh Hand du schöne Hand du Löffel der so schöne Herrlichkeiten da bietet du Zange die die Herzen knäppt du Feuerschaufel die auf mein inneres Glut häuft er wollte noch weiter fortfahren als Penta ihn unterbrach und ausrief ich hab genug gehört warte nur wenig und gib dir weiter keine nutzlose Mühe ich komm gleich wieder sie begab sich hierauf in ihr Zimmer rief ein Sklaven der eben nicht mit viel Gehirn ausgestattet war herbei und sprach indem sie mein großes Messer nebst einer Handvoll Goldstücke übergab lieber Ali tu mir Hände abhauen ich will ein geheimes Zaubermittel anwenden und schöner werden der Sklave der ihr gern gefällig sein wollte die Hände mit zwei Streichen rein ab hierauf hieß ihn Penta sie in ein Porzellanbecken legen und mit einem seidenen Tuch bedeckt ihrem Bruder überbringen wobei sie ihm sagen ließ er solle fröhlich das genießen was er mehr zu wünschen scheine als irgendetwas in der Welt als so der König sah welch einen Streich ihm seine Schwester gespielt hatte geriet er an einen solchen Zorn dass er sich wie unsinnig gebärdete endlich ließ er einen ganz erpichten Kasten herbeiholen die Schwester hineinstecken und sie ins Meer werfen dieser Kasten nun wurde von den Wellen einige Zeit umhergetrieben und endlich an eine Küste geworfen wo selbst einige Fischer ihn in einem Netze ans Land zogen ihn öffneten und darin Penta fanden die schöner aussah als der Mond wenn er die üppigen Fasten in Tarren zu gebracht zu haben scheint weil er gar so voll geworden ist so dass Marcielo der angesehenste und vornehmste unter jenen Leuten sie mit nach Hause nahm und zu seiner Frau namens Nuccia sagte sie solle das Mädchen auf das Beste hegen und pflegen kaum aber hatte dieser sich wieder fortbegeben so steckte Nuccia welche die leibliche Mutter des Verdachts unter Eifersucht war das arme Mädchen aufs Neue in den Kasten und warf sie wiederum ins Meer und wieder wurde der Kasten von den Meereswogen so lang hin und her geworfen bis er einem Schiff begegnete auf dem sich der König von Grünstadt befand der diesen Gegenstand auf den Wellen schwimmen sehend die Segel einziehen das Boot aussetzen und den Kasten auffischen ließ nachdem sie ihn nun in einem Sage des Todes diese lebendige Schönheit erblickte einen großen Schatz gefunden zu haben obwohl er darüber hätte wein mögen dass an einem so reichen Juwelen Kästchen der Liebe der Schmuck der Hände fehlte er brachte sie also mit sich in sein Königreich und gab sie seine Gemahlin als Hoffräulein bei in welcher Eigenschaft Penta alle nur möglichen Dienste sogar nähen einfädeln das Stärken Erkragen und das Kämmen der Königin mit den Füßen verrichtete da jedoch nach einigen Monaten die Königin vor die Bank der Parzen zitiert wurde um die Schuld der Natur zu bezahlen ließ sie den König zu sich rufen und sprach zu ihm es kann nicht mehr lange dauern bis das eheliche Band zwischen meiner Seele und meinem Körper aufgelöst wird darum lebe wohl mein lieber Mann und schreibe mir recht bald wenn du mich aber liebst und willst dass ich mit ruhigen Herzen in die andere Welt hinüber reise so erweise mir einen großen Gefallen gebiete nur mein liebes Kind erwiderte der König denn wenn ich dir auch nicht mehr während deines Lebens Zeichen meiner Anhänglichkeit zu geben vermag so will ich dir doch bei deinem Tode beweisen wie sehr ich dir zugetan bin wohl an versetzte die Königin so bitte ich dich im Vertrauen auf dein Versprechen von ganzem Herzen dass du sobald die Erde mir die Augen bedeckt Penta heiratest denn obwohl wir nicht wissen wer sie ist und woher sie kommt so ist doch an dem Kennzeichen ihrer feinen Sitten deutlich zu ersehen dass sie ein ross edler Rasse ist ei was versetzte der König lebe du lieber noch viele hundert Jahre aber wenn du wirklich gute Nacht sagen solltest um mir einen bösen Tag zu bereiten so schwöre ich dir hiermit dass ich mir Penta zur Frau nehme und mich um so weniger daran kehren werde dass sie keine Hände und das volle Gewicht nicht hat als dass man von den Unwillkommenen immer lieber das wenigste nimmt die letzten Worte jedoch murmelte er nur leise vor sich hin damit seine Frau sie nicht hören sollte kaum war nun der Königin das Lebenslicht ausgegangen so heiratete er alsbald Penta und gleich in der ersten Nacht zeugte er mit ihr einen Sohn es trug sich nun aber einmal zu dass der König wieder eine Seereise nach dem Königreich Hohenfels machen musste und daher von Penta Abschied nehmend zu Schiffe ging während diese Abwesenheit geschah es dass Penta entbunden wurde und ein wunderschönes Knäblein gebar so dass man aus Freude in der ganzen Stadt Feuerwerke veranstaltete und der Hohe Rat eine besondere Feluke absandte um den König von dem Ereignis in Kenntnis zu setzen die Gestalt das ist bald von den Wellen in die Höhe geschleudert und bis zu den Sternen empor gehoben bald wieder in die tiefsten Abgründe gestürzt und endlich durch eine besondere Schickung des Himmels an die Küste geworfen wurde an der Penta von dem mitleidigen Fischer aufgenommen und von seiner unbarmherzigen Frau wieder ins Meer gestürzt worden war Unglücklicherweise nun wusch gerade diese Frau die Windin ihres Sohnes am Ufer und neugierig wie die Weiber alle fragte sie den Patronen der Feluke woher er käme wohin er ginge und wer ihn abgeschickt worauf jene antwortete ich komme von Grünstadt und bin auf der Fahrt nach Hohenfels um den König dieses Landes aufzusuchen und ihm einen Brief einzuhändigen mit dem ich besonders abgeschickt worden bin ich glaub fragte Nutschia weiter so wie ich höre versetze der Patron ist es eine sehr schöne Frau namens Penta ohne Hände so genannt weil ihr beide Hände fehlen man sagt dass sie in einem Kasten auf dem Meere gefunden und durch ihr glückliches Geschick von dem König geheiratet worden ist ich weiß allerdings nicht was sie ihm so wichtig zu schreiben hat doch darf ich keinen Augenblick zögern um rasch bei ihm anzulangen kaum hatte die schändliche Nutschia dieses vernommen so lud sie den Patron zu einem Glas Wein ein machte ihn über die Ohren betrunken und zog ihm den Brief aus der Tasche während sie sich nun denselben vorlesen ließ empfand sie so viel Neid dass sie fast geborsten wäre und vernahm keine Silbe ohne einen tiefen Söffzer auszustoßen hierauf ließ sie von dem selben bekannten Studenten der ihr den Brief gelesen die Handschrift desselben nachahmen und an den König einen anderen schreiben des Inhalts dass seine Frau eine scheußliche Missgeburt an sich gebracht hätte und man seinen Befehl erwarte um zu wissen was man mit ihr anfangen solle als dieser Brief geschrieben und gesiegelt war steckte sie ihnen den Patron in die Tasche und da dieser beim Erwachen das Wetter wieder günstig sah befahr er die Segel hortig ins Kreuz zu brassen um vollen Wind zu bekommen und langte so in kurzen bei dem Könige an dem er das Schreiben unverzüglich einhändigte dieser nun antwortete nachdem wir ihn gelesen dass man die Könige nach wie vor mit der größten Aufmerksamkeit behandeln und sie auch nicht dem mindesten das gehabte Unglück empfinden lassen sollte denn dergleichen Dinge geschehen mit den Himmels Zulassung und ein rechtlicher Mensch müsse den Sternen nichts vorschreiben wollen hierauf fuhr der Bote wieder ab und gelangte am dritten Tag wiederum an die Küste wo Nutscher wohnte die ihn auf das freundlichste empfing und ihm auch wie das vorige Mal tüchtig zu schlucken vorsetzte sodass er seinen ganzen Verstand die Taschen untersuchte und auch richtig den Brief fand diesen ließ sie sich auch alsbald vorlesen und stattdessen einen anderen in den Hohen Rat von Grünstadt schreiben der besagte dass man unverzüglich Mutter und Kind verbrennen sollte sobald der Schiffspatron den Rausch ausgeschlafen hatte fuhr er ab und den Grünstand angelangt überreichte er den Brief kam bei dieser geöffnet und gelesen so erhob sich unter den und weisen Besitzern des Rates ein lautes Gemurmel und nachdem sie diese Sache lang besprochen hatten kam sie zu dem Schluss dass der König entweder um seinen Verstand gekommen oder behext worden sein müsse da er der doch eine Perle von Frau und ein Juwel von Kind besäße aus ihm ein Zahnpulver für den Tod machen wollte sie waren deswegen sämtlich der Meinung einen Mittelweg einzuschlagen und die Königin nebst ihrem Söhnlein vorzuschicken so dass man nie wieder das geringste von ihnen höre man gab ihr daher eine Handvoll Thaler auf den Weg und beraubte so den königlichen Palast eines Schatzes die Stadt einer leuchtenden Zier und ihrem Gemahl der beiden Stützen seine Hoffnung als nun die unglückliche Penta obwohl sie weder ein unerbares Frauenzimmer noch die Verwandte eines Geächteten noch ein liederlicher Student war sich dennoch auf diese Weise aus dem Land gewiesen sah nahm sie ihren Sprossling den sie von nun an stets mit Milch und Tränen benetzte auf den Arm und begab sich auf den Weg nach Klagensee wo ein gewaltiger Zauberer herrschte der beim Anblick der ihrer Hände beraubten schönen Frau die die Herzen der sie Erblickenden sofort raubte und trotz ihrer verstümmelten Arme siegreicher war als der hundertarmige Briarois von ihr die vollständige Erzählung ihrer Drangsale vernehmen wollte die sie von der Zeit an erlitten da ihr Bruder wegen des ihm versagten Genusses ihrer Schönheit sie den Fischen zur Speise preis gegeben bis zu dem Augenblick wo sie den Fuß in sein Land gesetzt hatte beim Anhören dieser langen Leidens Geschichte vergoss der Zauberer zeillose Tränen und das Mitleid das ihm durch die Öffnung der Ohren ins Herz drang brach durch das Luftloch des Mundes wieder in Söfzern hervor Endlich begann er sie aber zu trösten und sprach Sei guten Mutes meine Tochter denn wie morsch auch immer der Wohnsitz einer Seele sein mag so kann er doch durch die Stützen der Hoffnung aufrechterhalten werden Lass also das Herz nicht sinken Der Himmel dehnt zuweilen menschliches Unglück bis an den äußersten Rand des Verderbens aus um seine Fügung desto wunderbarer erscheinen zu lassen Sei daher ohne Furcht denn du hast in mir Vater und Mutter gefunden und ich würde wenn es sein müsste selbst mein Leben für dich auf Spiel setzen Die arme Penta dankte ihm auf das innigste und erwiderte Ich für meine Person würde mir nicht das geringste draus machen wenn der Himmel auf mich leidende herabregen und Drangsale herabhagen ließe solange ich mich nur unter dem Schutz dach eurer Gunst befinde denn ihr vermöget ja mich gegen alles zu schützen und nur dieses arme Geschöpf erfüllt mich mit Kummer Nach der gleichen tausendfachen freundlichen Reden von der einen und ebenso vielen Danksagungen von der anderen Seite wies der Magier Penta eine schöne Zimmerreihe in seinem Palaste an hegte und pflegte sie wie seine eigene Tochter und ließ gleich am nächsten Morgen eine öffentliche Bekanntmachung ergehen dass wer an seinem Hofe komme und das größte ihm zugestoßene Unglück erzählen würde eine Krone und ein Zepter von Gold von größerem Werte als sein Königreich von ihm zum Geschenk erhalten solle Hat sich nun das Gerücht hiervon durch ganz Europa verbreitete strömten die Leute an seinem Hofe wie die Bienenschwärme zusammen um jene reiche Belohnung davon zu tragen Der eine erzählte dass er Zeit seines Lebens bei Hofe gedient und nachdem er Gut und Blut Jugend und Gesundheit dabei zugesetzt einen reichen Quark als Belohnung erhalten hätte Ein Zweiter wieder sagte dass ihm von einem vornehmen Manne eine schwere Unbild zugefügt worden sei für die er sich nicht rächen konnte so dass er die bittere Pille hätte verschlingen und in seinem Zorn im Leibe behalten müsse Ein Dritter beklagte sich dass er sein ganzes Hab und Gut auf eine Schiffsladung gesetzt und ein widriger Wind ihn so arm wie eine Kirchenmaus gemacht hätte Ein Vierter bejammerte es dass er sein ganzes Leben damit zugebracht die Feder zur Hand haben und sie ihm den Geldbeutel dennoch stets leicht wie eine Feder gelassen habe Ganz besonders aber brächte es ihn zur Verzweiflung dass gerade die Bemühung seiner Feder von so schlechtem Erfolg gewesen dass doch der Stoff der Tintenfässer in der Welt so viel Glück gemacht hätte Inzwischen war der König von Grünstadt nach Hause zurückgekehrt und hatte da die schöne Bescherung vorgefunden dass er sich wie ein losgelassener Löwe gebärdete und seinen Räten das Fell über die Ohren gezogen hätte wenn sie ihm nicht seinen Brief vorgezeigt hätten infolgedessen er die nachgemachte Handschrift wahrnehmend den Boten vor sich kommen und sich von ihm Reise ergangen war auf diese Weise also kam er dahinter dass das Weib Marcielus das ganze Unglück angerichtet hatte wo daher sogleich in eigener Person auf seiner Galere an jene Küste und nachdem er die Frau aufgefunden entlockte er ihr auf schlaue Art das Geständnis ihrer hinterlistigen Schändlichkeiten da er nun so auch erfuhr dass Eifersucht die Veranlassung zu dem selben gewesen sei ließ er sie über und über mit Wachs und Talg bestreichen sie dann mit einer großen Menge dürren Holz des rings umgeben und dieses hierauf anstecken sobald er aber sah dass das Feuer mit glühend roter Zunge jene Unglückliche verzerrt hatte ging er wieder unter Segel und begegnete im hohen Meere einem Schiffer an dessen Bord sich der König von Dürrenfels befand der nach tausendfachen gegenseitigen Zeremonien dem König von Grünstadt mitteilte dass er auf dem Weg nach Klagensee wäre wo selbst er in Folge der von dem Herrscher jenes Reiches erlassenen Aufforderung sein Glück versuchen wolle da er andrang Salen dem leidvollsten Menschen der Welt nicht nachstünde was diesen Punkt betrifft versetze der König von Grünstadt bleibst du weiter hinter mir zurück der aller Unglücklichste ist eine Null im Vergleich zu mir und wenn alle anderen ihre Unfälle metzenweise messen so kann ich ihr scheffelweise darum will ich dich begleiten und wir wollen beide wie Brüder verfahren so dass wir wie auch immer von uns den Preis gewinnt ihn bis auf das kleinste Körnchen teilen sehr gern erwiderte der König von Dürrenfels und nachdem sie sich gegenseitig ihr Wort gegeben setzten sie gemeinschaftlich ihren Weg nach klagen sie fort wo selbst angelangt sie sich zu dem Magier begaben der sie als gekrönte Häupter aufs Beste empfing sie unter einem Thronhimmel niedersitzen und tausendmal willkommen hieß als er nun vernahm dass sie zu dem Wettstreit der Unglücklichen gekommen wären wollte er wissen welche Bürde von Schmerz sie dem Schirokko der Seufzer preis geben woraufhin der König von Dürrenfels von der Liebe zu erzählen begann die er für sein leibliches Blut gefühlt von der entschlossenen Tat sie wie seine Schwester als ehrbares Frauenzimmer ausgeführt und von dem ruchlosen Herzen das Erge zeigt da er nämlich befohlen hätte sie in einem ausgepichten Kasten zu sperren und ins Meer zu werfen weswegen ihn einerseits die Gewissensbisse über sein eigenes Verbrechen folterten andererseits ihn der Kummer über den Tod seiner Schwester peinigte so quälte ihn da die Scham dort der Verlust dass die Leiden der am meisten gematerten Seelen der Hölle auf der Destillierblase abgezogen keine solche Quintessenz von Jammer geben wie der seinige wäre als der eine König aufgehört hatte zu reden begann der andere weh mir wir sind doch deine Schmerzen nur Zucker Waffeln Bonbons und Honig Kuchen im Vergleich zu den Qualen die ich empfinde denn jene Jungfrau ohne Hände fand ich und sie sah aus wie eine Kerze von weißem Wachsen einem pechschwarzen Sarge die zu meinem Begräbnis leuchten sollte nachdem sie aber geheiratet und sie mir ein schönes Söhnlein geboren hatte so fehlte wenig dass nicht beide durch die Bosheit eines schändlichen Weibsbilds auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden wären jedenfalls aber o Dorn meines Herzens o Pein die nimmer aufhören wird hat man sie verstoßen und aus meinem Reich vertrieben der Gestalt dass ich jeder freude bar gar nicht begreifen kann wie unter einer so schweren Bürde von Leiden der Esel meines Lebens noch nicht zusammengebrochen ist als nun der Magier beide Könige angehört hatte sah er ihnen an der Nase an dass der eine der Bruder der andere der Gemahl Pentas war er ließ daher dessen Sohn der den Namen Nufriello erhalten hatte herbeirufen und sagte zu ihm er ist dein Papa geh und küsse ihm die Hände was der Kleine auch sofort tat so dass der Vater als er sah wie artig und manierlich der kleine Patron war ihm eine schöne goldene Kette um den Hals hängte hierauf sagte der Magier aufs Neue zu ihm küsse auch deinem Ohheim die Hand mein Söhnchen und das Bübchen tat sogleich wie ihm geboten war so dass auch der König von Dürrenfels ganz erstaunt über das aufgeweckte Birschlein ihm einen hübschen Edelstein schenkte und den Magier fragte ob es sein Sohn wäre worauf dieser antwortete er solle die Mutter fragen Penta welche unterdessen hinter einem Vorhang alles mit angehört hatte trat nun hervor und wie ein Hündchen das seinem Herrn verloren hat und ihn nach langer Zeit wieder findet ihn anbellt belegt mit dem Schwanz wedet und tausend andere Zeichen der Freude von sich gibt so lief auch Penta bald zum Bruder bald zum Gemahl bald von der Gattenliebe bald von der Geschwisterliebe angezogen und umarmte bald diesen jene mit unsäglichen Jubel so dass die drei ein Trio von halben Worten und unterbrochenen Säufzern aufführten endlich wurde aber eine Pause gemacht und nun begann sie wieder das Söhnchen zu liebkosen in dem bald der Vater bei der Ohrheimes Herzen und Küsten und vor Wonne ganz außer sich waren nachdem nun allerseits lange gejubelt und gesprochen worden war begann der Magier folgendermaßen der Himmel weiß wie sehr mein Herz vor Freude bebt Frau Penta wieder glücklich zu sehen die wegen ihrer trefflichen Eigenschaften es wohl verdiente auf Händen getragen zu werden und um deren Willen ich mir auch so viel Mühe gegeben habe ihren Mann und ihren Bruder herbeizubringen dass ich mich ihnen nötigenfalls in Ketten als Sklaven übergeben hätte da nun aber der Ochse an den Hörnern der Mensch durch sein Wort gebunden wird und das Ersprechen eines ehrlichen Mannes so gut als wie ein Aktenstück da ich auch glaube dass der König von Grünstadt vor Kummer und Verdruss wirklich dem Bersten nahe war so will ich ihm auch mein Wort halten und ihm nicht nur die durch die öffentliche Bekanntmachung verheißene Krone und Zepter so auch das ganze Königreich übergeben denn ich habe weder Kind noch Kegel und will wenn ihr zufrieden seid dieses schöne Ehepaar an Kindesstadt annehmen das mir so lieb und teuer sein wird wie mein Augapfel und damit nichts an der vollkommenen Freude Pentas mangler so stecke sie die Stümpfe ihrer Arme unter die Schürze denn sie wird wieder Hände hervorziehen die schöner sein werden als ihre früheren als dies nun wie der Zauberer gesagt geschehen war kann man den Jubel gar nicht beschreiben der sich dann erhob sie sprangen vor Freude bis an die Decke besonders aber der König von Grün statt der das Wiedersehen seiner Gemahlin für ein größeres Glück hielt als das ihm von dem Magier geschenkte Königreich nachdem sie so einige Tage lang voll Fröhlichkeit zugebracht hatten kehrte der König von Dürrenfels nach Hause und der Welt bewies der kenne nicht die Süßigkeit der Freuden wenn nicht vorher gekannt bittere Leiden Es war einmal ein Kaufmann der eine einzige Tochter hatte und gar sehr wünschte sie verheiratet zu sehen so oft er aber diese Seite anschlug fand er seine Tochter 100 Meilen weit von dem gewünschten Ton entfernt da dieses törichte Ding ledig bleiben wollte ihr Wildgehege auf das eifersüchtigste bewachte und in ihrem Tribunal immer Vakanzen in ihrer Schule immer Ferien in ihrem Gerichtshof immer Feiertage zu haben wünschte sodass der Vater im höchsten Grade niedergeschlagen und der Verzweiflung nahe war Als er nun einmal zu einer Messe reisen musste fragte er seine Tochter die Beta hieß was er ihr mitbringen Wenn du mich lieb hast Väterchen so bringe mir einen halben Zentner Palermo Zucker einen halben süße Mandeln vier bis sechs Flaschen wohlriechendes Wasser etwas Moschus und Ambra ferne etwa vierzig Stück Perlen zwölf Saphire einige Granaten und Rubine etwas Gold Gespinst besonders aber einen Backtrog und Kratzmesser von Silber Der Vater wunderte sich zwar über diese etwas unbescheidene Forderung wollte aber seiner Tochter nicht widersprechen Er reiste daher zur Messe ab und brachte ihr bei seiner Rückkehr ganz genau alles was sie gewünscht Als Betta diese Dinge sämtlich erhalten hatte schloss sie sich in ihrem Zimmer ein und begann aus Mandeln und Zucker vermischt mit Rosenwasser und Wohlgerüchen einen großen Teig zu kneten worauf sie ihm die Gestalt eines wunderschönen Jünglings verlieh ihm von Gold gesponnene Haare Augen von Saphiren Zähne von Perlen und Lippen von Rubinen machte ihm außerdem so viel Reiz und Anmut verlieh dass ihm nur noch die Sprache fehlte als sie mit dem Bild fertig war fing sie wohl wissend dass auf Bitten eines Königs von Zypern auch einst eine Statue lebendig geworden die Liebesgöttin so zu bitten an dass die Bild Säule die Augen zu öffnen und nach fortgesetzten Bitten Bettas auch zu atmen anfing endlich nachdem Atmen sogar Worte vernehmen ließ und zuletzt als das Band aller Glieder gelöst war bei den Jünglingen mit einer viel größeren Freude als hätte sie ein Königreich gewonnen und führte ihn hierauf an der Hand vor ihren Vater zu dem sie sprach ihr habt immer gesagt Herr und Vater dass ihr herzlich wünscht mich verheiratet zu sehen der habe ich euch jetzt um euch zu will fahren nach dem Wunsch meines Herzens gewählt als der Vater aus dem Gemach seiner Tochter diesen schönen Jüngling den er nicht hatte hineingehen gesehen heraustreten sah geriet er in größtes Erstaunen war jedoch beim Anblick seiner Schönheit die sich hätte für Geld sehen lassen können mit der Wahl seiner Tochter zufrieden und veranstaltete zur Feier ihrer Hochzeit ein großes Fest unter anderen Gästen die sich dabei einfanden erschien auch unbekannterweise eine große Königin die beim Anblick Pintos Maltos denn so hatte Betta ihn genannt was zu Deutsch der Emalierte heißt sich über die Ohren in ihn verlebte und da Pintos Malto der vor kaum drei Stunden erst die Augen für die Bosheit der Welt geöffnet hatte noch gar sehr unerfahren war so führte ihn die Königin die er so wie alle übrigen Damen die seine Hochzeit mit ihrer Gegenwart beert hatten der Anweisung seiner Braut gemäß bis an die Treppe begleitete an der Hand nach und nach bis zu ihrer sechsspännigen Kutsche die im Hof hielt zog ihn dann hinein und hieß hierauf den Kutscher mit aller Schnelligkeit in ihre Residenz zurückfahren wo selbst sie sich mit dem einfältigen Pintos Malto der gar nicht wusste wie ihm geschah auf das Eiligste verheiratete Betta aber die ihn eine Zeit lang erwartet hatte und ihn nicht wiederkommen sah schickte endlich in den Hof hinunter ob er vielleicht mit jemand spreche stieg auf den Söller ob er dort etwa frische Luft schöpfe und ging nach dem heimlichen Gemach ob er vielleicht den Bedürfnissen des Lebens den ersten Tribut darbrichte indem sie ihn aber nirgends fand vermutete sie alsbald dass er ihr wegen seiner Schönheit gehaubt worden sei und er ließ daher eine öffentliche Bekanntmachung die aber ohne allen Erfolg blieb so dass sie den Entschluss fasste als Bettlerin verkleidet ihn überall in der ganzen Welt zu suchen nachdem sie sich nun auf diese Weise auf den Weg gemacht kam sie endlich in das Haus einer alten Frau die sie sehr freundlich empfing und sobald sie das Unglück Bettas vernommen und außerdem bemerkt hatte dass sie schwanger sei drei Kinder Ansprüche lehrte der erste war tricke war lacke das Haus regnet der zweite war enie denie dicken dacken beine knacken der dritte war ringel ringel Rosenkranz stell ein Töpfchen Wasser zu wobei sie ihr zu wissen tat dass diese Sprüche wenn sie sich einmal in großer Not Befände hersagen solle denn sie würden ihr vom großen Nutzen sein obgleich sich nun Betta über dieses lumpige Geschenk sehr wunderte dachte sie dennoch in ihrem Sinne ein geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul vernehmen wird man nicht arm ist ein Ding auch noch so klein so kann es doch von Nutzen sein wer weiß was für geheime Kraft in diesen Worten liegt daher dankte sie der alten Bestens und machte sich wieder auf den Weg nachdem sie nun lange umhergezogen und in einer schönen Stadt namens Rundberg angekommen war begab sie sich geradewegs zum königlichen Palast wo sie um Himmels Willen um ein Obdach flehte wenn auch nur in einem Stalle da sie ihrer Entbindung nahe sei sodass die Kammerfrauen der Königin als sie dies wahrnahm der Armbetter ein Gemach nah bei der Treppe anwiesen hier sah sie nun eines Tages Pynthos Malto vorüber gehen und empfand darüber so große Freude dass sie nah daran war vom Baum des Lebens herab zu rutschen als sie sich aber jetzt in so großer Bedrängnis sah wollte sie den ersten der ihr von der alten Frau gelehrten Sprüche versuchen und sprach daher Tricke war lacke das Haus regnet damit eine Male erschien ein schönes Wäglein von Gold ganz mit Edelsteinen besät das von selbst im Gemach herumrollte dass es ein wahres Wunder war als die Frauen der Königin dich sahen sagten sie es der Königin die ohne Zeit zu verlieren sich nach dem Zimmer Bettas begab und beim Anblick des herrlichen Wagens sie fragte ob sie ihn verkaufen wolle denn sie wolle ihr geben was sie nur irgend verlangen würde worauf Betta erwiderte dass sie obgleich nur eine Bettlerin dennoch die Befriedigung ihrer Wünsche allem Gold der Welt vorzüge wenn daher die Königin den Wagen zu besitzen verlange so so solle sie Betta eine Nacht bei ihrem Gemahl schlafen lassen die Königin war ganz verwundert über diese Nahheit dieses armen Frauenzimmers die so zerlummt einher ging und um eines gelüstes Willen einen so großen Reichtum weg geben wollte jedoch war sie nicht gesonnen sich diesen guten Bissen entgehen zu lassen sondern Pintos Maltur einen Schlaftrunk einzugeben und so zwar das Verlangen der armen Betta zu erfüllen aber sie doch schlicht zu bezahlen als um die Nacht erschien und die Wachtparade der Sterne am Himmel und der Leuchtwürmer auf der Erde abgehalten werden sollte gab die Königin ihrem Gemahl den Schlaftrunk ein und hieß ihn sich zu Betta zu legen denn der gute Mann tat alles was man ihm sagte kaum aber war er im Betta so fing an wie ein Murm mit ihr zu schlafen so dass die arme Betta die in dieser Nacht alle erduldeten Leiden wieder gut zu machen gedachte und nun sah dass sie kein Gehör finden konnte in bitterer Klage ausbrach indem sie ihm alles vor warf was sie für ihn getan hatte und nicht er den Mund schloss nach der Schlafende die Auge öffnete als bis die Sonne mit dem Scheidewasser erschien um die Finsternis vom Licht zu trennen zu welcher Zeit die Königin herunterkam und Pintos Maltho eine Hand fortführte indem sie zu Betta sagte dein Wunsch ist nun erfüllt wenn doch all deine Wünsche Zeit deines Lebens so erfüllt würden sprach Betta mit leiser Stimme denn ich habe eine so schlimme Nacht verbracht dass ich so bald nicht vergessen werde die Ärmste konnte jedoch ihrer Sehnsucht nicht widerstehen und wollte den zweiten Spruch versuchen sie sagte daher enie denie dicken dacken bein knacken und sah alsbald einen goldenen Käfig erscheinen mit einem wunderschönen Vogel der aus Gold und Edelstein gemacht war und wie eine Nachtigall sang kaum hatten wieder die Kammerfrauen diese schönen Dinge wahrgenommen und davon der Königin erzählt so wollte diese sogleich den Vogel sehen und indem sie dieselben Fragen wie bei dem Wagen tat und Bettel ebenso wie das erste Mal antwortete versprach die Königin die merkte welch ein dummes Ding sie vor sich habe Bettel wiederum bei ihrem Gemahl schlafen zu lassen und nahm dafür den Käfig nebst Vogel in Empfang als so die Nacht erschien gab sie wie einen Tag vorher Pintos malte einen Schlaftrunk ein und schickte ihn zu Bettel ins Zimmer wo selbst ein sehr schönes Lager zurecht gemacht war da aber auch dieses Mal schlief wie tot brach auch Bettel wieder in dieselben Klagen aus so dass es einen Stein hätte zum Mitleid bewegen können und indem sie nun so in einem fort jammerte und weinte und sich zerkratzte brachte sie eine zweite Nacht voll Qualen zu worauf bei Tagesanbruch die Königin ihren Gemahl abholte und die arme Betta in Schmerz und Weh versenkt zurück ließ während sie sich vor Wut über den ihr gespielten Streich die Hände zerbiss als aber Pintos Maito des Morgens den Palast verließ um sich in einem Garten außerhalb der Stadt einige frische Feigen zu pflücken näherte sich ihm ein Schuhflicker dessen Stube an die Betta stieß und der kein Wort von allen Klagen die sie ausgestoßen verloren hatte und berichtete ihm ausführlich wie er die arme Bettlerin habe jammern weinen und schreien hören sobald Pintos Maito der schon anfing verständiger zu werden die Worte des Schuhflickers vernahm mutmaßte er wie es sich mit dieser Sache verhalten mochte und nahm sich vor wenn es sich noch einmal treffen sollte dass er bei der Bettlerin schliefe das was die Königin im Vorher gäbe nicht zu trinken als Zumbetta den dritten Versuch machen wollte und den dritten Spruch Ringel Rosenkranz stellen Töpfchen Wasser zu er sagte lagen mit einem Mal eine Anzahl Stoffe aus Seide und Gold und gestickte Binden nebst einer goldenen Schale vor ihr so dass die Königin selbst keine herrlicheren Kostbarkeiten hätte zusammenbringen können als die Kammerfrauen dies sahen berichteten sie es wieder ihrer Gebieterin die sich bemühte die Stoffe ebenso wie die anderen Dinge an sich zu bringen da sie von Betta die nämliche Antwort erhielt dass wenn sie sie haben wolle sie ihren Mann bei ihr schlafen lassen solle so sprach sie bei sich was verliere ich dabei diese Bäuerin ihren Willen zu tun wenn ich dadurch in den Besitz dieser schönen Sachen komme sie nahm daher die ihr von Betta angebotenen Kostbarkeiten in Empfang und als sie Nacht die Richtigkeit der Schuldforderung des Schlafes und der Ruhe anerkennend sich zu deren Bezahlung einstellte gab sie Pintos Malto wiederum den Schlaftrunk den dieser aber im Munde behielt und in einem Zimmer in das er unter dem Vorwände pissend zu wollen getreten war Ausspie worauf er mit Betta schlafen ging diese begann nun wieder ihre gewöhnliche Rede indem sie erzählte wie sie ihn mit eigenen Händen aus Zucker und Mandeln geknetet ihm Haare aus gesponnenem Golde und Augen und Mund aus Perlen und Edelsteine gemacht habe wie er ferner das ihm von den Göttern verliehene Leben nur ihren Bitten verdanke wie er ihr dann geraubt worden sie selbst aber obwohl hoch schwanger ihn überall unter so großen Mühseligkeiten aufgesucht habe dass der Himmel jede Christenseele vor ähnlichen Drangsalen bewahren möge ferner wie sie schon zwei Nächte bei ihm geschlafen und dafür zwei unschätzbare Kostbarkeiten hingegeben gleichwohl aber auch nicht ein einziges Wort von ihm vernommen habe sodass dies die letzte Nacht ihrer Hoffnung und der letzte Termin ihres Lebens wäre Pintos Malto der dieses Mal nicht schlief sondern alles ganz genau hörte erwachte gleichwohl wie aus einem tiefen Schlaf in dem man sich alles früher vorgefallenen erinnerte worauf er better vor Freude umarmte als dann da eben die Nacht mit ihrer schwarzen Larve erschienen war um den Tanz der Sterne aufzuführen ganz leise aufstand sich in das Zimmer der Königin die im tiefsten Schlafe lag hinein schlich und alle Dinge die sie bett abgeluchst sowie alle Juwelen und Goldfüchse die sie im Schreibtisch hatte fortnahm um sich wegen der ihnen angetanen Unbild zu entschädigen er kehrte hierauf zu seiner Frau zurück verließ mit ihr unverzüglich den Palast und eilte mit ihr ohne irgendwo anzuhalten über die Grenze dann erst ruhten sie in einer bequemen Herberge so lange aus bis Betta einen schönen Knaben zur Welt gebracht sobald aber ihre Wochen vorüber waren begaben sie sich wieder auf den Weg zu Bettas Vater den sie frisch und gesund fanden und der durch die Freude seiner Tochter wiederzusehen noch die Bettlerin noch ihre Kostbarkeiten fand sich vor Wut über und über zerkratzte und die Haare ausraufte und sich oft des Sprichwortes erinnerte wie du mir so ich dir die drei Tierbrüder es war einmal ein König von Grünhügel der drei Töchter drei wahre Edelsteine besaß für diese hatten nun zwar die drei Söhne des Königs von Schönau eine heftige Liebe gefasst da sie jedoch von einer Fehl verwünscht und in Tiere verwandelt waren wollte der König von Grünhügel ihnen seine Töchter nicht zu Frauen geben weshalb der Älteste der die Gestalt eines schönen Falken hatte alle Vögel zu einer Versammlung zusammen Baumhackern Fliegen Schneppern Hähern Spechten Gimpeln Kuckucken Amseln und allen anderen Federgetier die sämtlich auf seinen Ruf erschienen den Befehl erteilte alle Blüten der Bäume in Grünhügel ohne Ausnahme zu zerstören so dass weder Blüten noch Blätter zurückblieben der zweite der ein Hirsch war berief alle Ziegen Kaninchen Hasen Stachelschweine und alle anderen Tiere jenes Landes und ließ sämtliche Saatfelder der Gestalt verheeren dass auch nicht ein Heim übrig blieb der dritte aber ein Delfin verabredete sich mit unzähligen Seeungeheuern und erregte an der Küste einen so gewaltigen Sturm dass auch nicht eine Barke der Vernichtung entging als nun der König sah dass es immer übler wurde und er den Schaden nicht abzuwehren vermochte den diese drei ungetümen Liebhaber ihm zufügten so beschloss er sich aus diesen Nöten zu befreien und war es zufrieden ihnen seine Töchter zu Frauen zu geben worauf sie ohne Feste noch Musik zu verlangen ihre Weiber aus dem Land führten hatten, brachte der Falke die Älteste der Schwestern, Fabiela, auf einen ungeheuer hohen Berg, der bis über die Wolken hinausging und mit den trockenen Gipfel bis dahin reichte, wo es nie regnet, ließ sie hier in einem schönen Palast wohnen und hielt sie wie eine Königin. Der Hirsch führte die zweite Schwester namens Vasta in einen Wald, der so dicht war, dass die Dunkelheit, wenn sie von der Nacht herbeigerufen wurde, nicht wusste, wie sie herauskommen sollte, um ihren Ruf Folge zu leisten. Und dort wohnte sie, wie es ihrem Range gebührte, in einem wunderschönen Palaste, bei dem sich ein ebenso herrlicher Garten befand. Der Delfin aber schwamm mit Rita, der dritten Schwester, auf den Schultern mitten ins Meer, wo sie auf einem Felsen ein so prächtiges Gebäude antraf, dass selbst ein gekröntes Haupt darin hätte Aufenthalt nehmen können. Bald nach der Abreise ihrer Töchtergebarger soll er noch einen schönen Knaben, der den Namen Titone erhielt. Als er aber 16 Jahre alt war und die Mutter immer darüber jammern hörte, dass sie von seinen an drei Tieren verheiratete Schwester nie wieder etwas gehört hätte, setzte er sich in den Kopf, so lange die Welt zu durchstreifen, bis er etwas von ihnen vernähme. Nachdem er daher die Eltern sehr lange gequält hatte, erlaubten sie ihm auszuziehen und gab ihm alle Reiseausrüstung und Begleitung mit, die für einen Prinzen wie er notwendig war und ziemte. Die Mutter aber insbesondere ein Ring, denen ganz ähnlich, die sie den Töchtern gegeben hatte. Titone nun ließ keine Ecke Italiens, keinen Winkel Frankreichs, keinen Teil Spaniens ununtersucht. Und nachdem er England durchzogen, Slavonien durchstreift, Polen durchstöbert und mit einem Wort den Osten und Westen durchwandert und seine Diener teils in den Wirtshäusern, teils in den Spitälern zurückgelassen hatte, sowie ohne einen Dreier in der Tasche geblieben war, langte er auf dem von dem Falken und Fabiela bewohnten Berge an. Während er aber ganz außer sich vor Erstaunen dastand und die Pracht des Palastes, die Ecksteine von Porphyria, die Mauern von Alabasta, die goldenen Fenster und silbernen Ziegel bewunderte, wurde er von seiner Schwester erblickt, die ihn sogleich hereinrufen ließ und befragte, wer er wäre, woher er käme und welche Veranlassung ihn in jenes Land geführt. Kaum hatte daher Titone ihr seine Heimat, seine Eltern und seinen Namen angesagt, so erkannte Fabiela ihn in ihrem Bruder, und umso mehr, als sie den Ring, den er am Finger trug, mit dem sie von Ermutterhalten verglich. Und nachdem sie ihn mit großer Freude umarmt, verbarg sie ihn aus Furcht, dass ihr Mann über seine Ankunft unwillig sein möchte. Sobald nun der Falken nach Hause gekehrt war, fing Fabiela an, davon zu reden, was für ein großes Verlangen nach den ihrigen sie ergriffen hätte. Worauf jedoch der Falken erwiderte, Lass dir diesen Wunsch nur vergehen, liebe Frau, denn er ist ganz vergeblich, solange ich nicht Lust habe, sie ihn zu erfüllen. Wenigstens, entgegnete Fabiela, lasse mir einen meiner Verwandten holen, der einige Zeit bei mir bleiben kann. Und wer, versetzte der Falken, wird einen so weiten Weg machen, um dich zu sehen. Und wenn nun jemand käme, entgegnete Fabiela, würdest du darüber ungehalten sein? Warum sollte ich darüber ungehalten sein, erwiderte der Falken. Es wäre genug, dass es ein Verwandter von dir wäre, damit ich ihn auf Händen trüge. Als Fabiela dies vernahm, so fasste sie sich ein Herz, ließ ihren Bruder hervorkommen und stellte ihn dem Falken vor, welcher also bald ausrief, Verwandtenblut ist treu und gut, das Wasser dringt durch den Stiefel und die Freundschaft durch den Handschuh. Sei mir tausendmal willkommen. Betrachte dich als Herrn dieses Hauses, wie viel was du wünschst und schalte, wie dir gut dünkt. Und zugleich gebot er seinen Dienern, Titone wie ihn selbst zu respektieren und zu bedienen. Nach einem vierzehntägigen Aufenthalt bei seiner Schwester aber dachte Titone daran, auch seine anderen beiden Schwestern aufzusuchen und verabschiedete sich daher von Fabiela und ihrem Gemahl, welcher letzterer ihm eine seiner Federn schenkte und dabei sagte, nimm diese Feder, lieber Titone, und achte sie wert, denn wenn du dich einmal in großer Not befinden solltest, wirst du sie für einen großen Schatz halten. Bewahre sie also sorgfältig und wenn du Hilfe bedarfst, so sage, komm her, komm her, und du wirst mit mir zufrieden sein. Titone packte die Feder in ein Stück Papier, das er dann in einen Beutel steckte, und verabschiedete sich hierauf unter tausend gegenseitigen Versicherungen der Liebe und Freundschaft. Nachdem er nun wieder einen erschrecklich weiten Weg zurückgelegt hatte, langte er in dem Walde an, in dem der Hirsch mit Vasta wohnte. Und da er fast tot vor Hunger in den Garten trat, um einige Früchte abzupflücken, wurde er von der Schwester gesehen und von ihr ebenso wie von Fabiela erkannt, worauf sie ihnen ihrem Gemahl vorstellte, der ihn auf das Freundlichste empfing und wie einen Prinzen bewirtete. Aber auch von hier reiste Titone nach vierzehn Tagen wieder ab, um die dritte Schwester aufzusuchen, und er hielt von dem Hirsch eins seiner Haare mit denselben Worten, wie sie der Falke bei Überreichung der Feder gesprochen. Hierauf begab sich Titone mit einem Beutel Geld, den er im Falke und einem anderen, den ihm der Hirsch gegeben, wieder auf den Weg und zog immer weiter, bis er endlich ans Ende der Erde gelangte. Und da er nun nicht mehr zu Fuß weiterkommen konnte, mietete er ein Schiff in der Absicht, alle Inseln zu durchsuchen und so vielleicht etwas von seiner Schwester zu vernehmen. Er ging daher unter Segel und fuhr so lange auf der See umher, bis er bei der Insel anlangte, auf der der Delfin mit Rita wohnte. Und kaum ans Land gestiegen, wurde er von dieser ebenso erkannt, wie früher von den beiden anderen Schwestern und von dem Schwager mit aller nur denkbarer Freundlichkeit empfangen. Sobald er bei Titone auch von dort abreisen wollte, um nach so langer Zeit endlich seine Eltern wiederzusehen, gab der Delfin ihm eine seiner Schuppen mit denselben Worten wie die anderen beiden Schwäger, worauf Titone sich zu Pferd setzte und auf den Weg begab. Er war jedoch kaum eine halbe Meile vom Meeresufer entfernt, als er an einen Wald kam, in dem die Furcht und die Nacht ihren Wohnsitz hatten und ein beständiger Markt des Grauens und der Dunkelheit gehalten wurde. In diesem Walde nun sah Titone inmitten eines Sees, der die Füße der Bäume küßte, damit sie die Sonne sein gräuliches Gewässer nicht sehen ließ, einen hohen Turm und an einem seiner Fenster eine sehr schöne Jungfrau zu Füßen eines schlafenden Drachen. Als sie Titone erblickte, rief sie ihn mit leiser Stimme zu. »Schöner Jüngling, die mir vielleicht der Himmel als Retter aus meinem Elend hierher gesandt, wo nie ein Christenseele sich sehen ließ, befreie mich doch aus der Gewalt dieser Schlange, die mich meinem Vater, dem König von Heltal entrissen und in diesen schauerlichen Turm gesperrt hat, wo ich vor Jammer und Leid meinem Tode entgegen sehe.« »Schöne Jungfrau«, versetzte Titone, »wie soll ich es anfangen, um deinen Wunsch zu willfahren? Wer könnte über diesen See setzen? Wer den Turm ersteigen? Wer diesen furchtbaren Drachen nahen, dessen Anblick in Schrecken setzt, Grauen sät und in Sätzen erweckt. Jedoch habe nur Geduld und warte ein bisschen, vielleicht gelingt es mir, diese Schlange durch Hilfe anderer zu verjagen. Aber nur sachte und langsam, denn eile mit Weile, wir werden bald sehen, was dahinter steckt.« Und indem er so sprach, warf er die Feder, das Haar und die Schuppe, die er von seinen Schwägern erhalten, auf einmal zu boten. Wobei er ausrief, »Komm her, komm her!« Und kaum hatten sie die Erde berührt, als sie auch gleich einem Sommerregen, der die Frösche hervorlogt, plötzlich den Falken, den Hirsch und den Delfin herbrein brachten, die zu gleicher Zeit ausriefen, »Hier sind wir, was wünschst du?« Als die Tone sie erblickte, sagte er voller Freude, »Ich wünsche nichts weiter, als diese arme Jungfrau den Klauen jenes Drachen zu entreißen, sie aus dem Turme fortzuführen, alles zu zertrümmern und die schöne Jungfrau selbst als Frau mit mir nach Hause zu führen.« »Nur gelassen«, versetzte der Falke, »denn ehe du dich dessen versiehst, wird geschehen, was du willst. Es soll nicht lang dauern, bis das Ungetüm zu Kreuze kriechen und tanzen wird, wie du pfeifst.« »Wir wollen keine Zeit verlieren«, begann nun der Hirsch, »denn, was du tun willst, tu bald.« Und nachdem sie so gesprochen, ließ der Falke eine Schallgreife herbeikommen, die an das Fenster des Turms flogen, die Jungfrau fortführten und über den See an den Ort trugen, wo sich Titone mit den Schwägern befand. Und wenn sie in der Ferne dem Mond geglichen hatte, so schien sie in der Nähe eine Sonne. So glänzend war ihre Schönheit. Während sie jedoch Titone eben noch umarmte und herzte, erwachte der Drache und kam, sich aus dem Fenster stürzend herbeigeschwommen, um Titone zu verschlingen. Als der Hirsch plötzlich eine Schall Löwen, Tiger, Panther, Bären und Meerkatzen erschienen ließ, die alsbald über den Drachen herfielen und ihn mit ihren Klauen in kleine Stücke zerrissen. Indem nun Titone hierauf weiterreisen wollte, begann der Delfin. »Auch ich will dir etwas tun, um mich dir dienstwillig zu erweisen.« Und damit auch nicht die allergeringste Spur von einem so verwünschten, unseligen Ort übrig blieb, machte er, dass der See furchtbar anschwoll, sein Ufer übertrat und mit solcher Wucht auf den Turm losstürzte, dass er ihn von Grund aus zerstörte. Titone dankte nun seinen Schwägern von ganzem Herzen und forderte die Prinzessin auf, das Gleichem zu tun, da sie durch die Hilfe jener aus so großer Bedrängnis befreit worden war. Im Gegenteil, sagten die drei Tierbrüder. Wir müssen dieser schönen Jungfrau danken, da sie die Ursache ist, dass wir unsere natürliche Gestalt wieder erlangen. Bei unserer Geburt nämlich wurden wir wegen eines Verdrusses, den unsere Mutter einer Fee verursachte, von dieser verwünscht. Dass wir so lange in Tiere verwandelt sein sollten, bis wir eine Königstochter aus großer Not befreit hätten. Diese von uns so ersehnte Zeit ist nun endlich erschienen und der Zauber gelöst. Schon fühlen wir einen neuen Geist in unserer Brust und neues Blut in unseren Adern. Und während sie so sprachen, verwandelten sie sich in drei schöne Jünglinge, von denen einer nach dem anderen den Schwager umarmte und dessen Braut herzig die Hand schüttete, die inzwischen vor Freude ganz außer sich geraten war. Als Titone dieses alles sah, stieß sie einen tiefen Seufzer aus, als wenn es sein letzter gewesen wäre und sprach, mein Gott, warum hat mein Vater und meine Mutter nicht auch Teil an dieser großen Freude? Denn sie würden beim Anblick so schöner liebenswürdiger Schwiegersöhne vor entzücken, außer sich geraten. Noch ist nicht aller Tage Abend, ersetzten die drei Brüder, denn die Scham darüber in Tiergestalt erscheinen zu müssen, zwang uns die Augen der Menschen zu fliehen. Da wir uns aber jetzt, Gott sei Dank, vor den Leuten sehen lassen können, so wollen wir nebst unseren Frauen von nun an auch sämtlich unter einem Dache wohnen und unser Leben in Freude und Fröhlichkeit zu bringen. Darum hurtig auf den Weg gemacht, denn ehe die Sonne morgen früh ihre strahlen Beine am Zuhause des Ostens auspackt, müssen wir alle bei unseren Weibern sein. Damit sie nun aber nicht nötig hätten, zu Fuß zu gehen, da nichts anderes da war, als die abgemagerte Schindmeere, die Titone getragen hatte, ließen die Brüder eine von sechs Löwen gezogene, sehr schöne Karosse erscheinen, die alle fünf bestiegen und in der sich nach ununterbrochenen Fahren des Abends in einem Wirtshause anlangten, wo selbst sie während der Zubereitung des Nachtessens sich die Zeit damit vertrieben, all die Zeugnisse menschlicher Dummheit zu lesen, die an die Wände geschmiert waren. Nachdem man aber gehörig geschluckt und sich zu Bett gelegt hatte, stahlen sich die drei Brüder heimlich fort und verwandten die Nacht der Gestalt, dass, als die Sterne, verschämt wie die Jungfern, sich des Morgens den Blicken der Sonne entzogen, sie sich sämtlich mit ihren Weibern in dem nämlichen Wirtshause einfanden, worauf eine allgemeine Umarmung stattfand und alle von Lust und Freude erfüllt waren. Als dann setzten sich alle acht wieder in denselben Wagen und kamen nach einer langen Reise in Grünhügel an, wo sie von dem König und der Königin mit unsäglichem Jubel empfangen wurden, da diese nicht nur das verloren geglaubte Kapital von vier Kindern wiedererlangt, sondern auch noch drei Schwiegersöhne und eine Schwiegertochter, die man die vier Stützen des Tempels der Schönheit nennen konnte, als Zinsen dazu bekommen hatten. Auch die Könige von Schönau und Helltal wurden unverzüglich von dem glücklichen Ereignis in Kenntnis gesetzt und erschienen alle beide bei den hierauf veranstalteten Festen, in denen sie zum Ragout des allgemeinen Jubels auch ihren Anteil von dem Schmalz der Freude hinzutaten, sodass alle für die früheren Drangsale reichen Ersatz empfanden. Denn durch einer einzigen Stunde Freuden vergisst man ein tausendjähriges Leiten. Der Hahnenstein Es war einmal in der Stadt Schwarzloch ein gewisser Mineo Agnello, der so vom Unglück verfolgt wurde, dass all seine liegende und fahrene Haber aus einem verkrüppelten Hahn bestand, den er mit Brosamen aufgefüttert hatte. Da er sich jedoch einmal vom Hunger sehr gepeinigt sah und der Hunger doch selbst den Wolf aus dem Weide jagt, so beschloss er, ihn zu verkaufen. Er trug ihn daher auf den Markt und traf da selbst zwei hässliche Zauberer, die ihn nach langen Feitschen für einen halben Gulden abhandelten und ihm sagten, er solle ihn nach ihrem Hause tragen und dort das Geld in Empfang nehmen. Die Hexenmeister ging also voran und er hinterher, sodass er hörte, wie sie zueinander in Kauder welcher Sprache redeten und sagten, wer hätte uns das wohl vorausgesagt, Ginerone, dass wir diesen herrlichen Fund tun würden. Unser Glück ist ganz gewiss durch den Stein gemacht, den der Hahn wie du weißt in seinem Kopf war hat und den wir schleunigst in einen Ring fassen lassen wollen, denn dann haben wir ja alles, was wir nur irgend wünschen könnten. Husch, husch, Jakovicio, erwiderte Ginerone. Wir sind da reich geworden, ehe wir uns dessen versahen und ich kann die Zeit nicht erwarten, wo ich dem Hahn den Kopf abreißen und den Bettelsack zum Teufel werfen werde, um mir endlich einmal den ganzen Rock anzuziehen, denn Tugend ohne Geld geht nichts in der Welt, nur Kleider machen Leute. Als Agnello, der sich lange in der Welt umgesehen hatte und kein Fritz mehr war, die Gaunersprache hörte, machte er in einem engen Gästchen kehrt und nahm Reißaus. Nach Haus zurückgekommen, drehte er dem Hahn den Hals um und fand in seinem Kopf wirklich den Stein. Er ließ diesen herauf in Messing fassen und um seine Kraft auf die Probe zu stellen, sagte er, ich möchte gern ein Bursche von 18 Jahren werden. Kaum hatte er diese Worte geäußert, so lief ihm das Blut rascher durch die Adern, die Nerven wurden ihm stärker, die Beine kräftiger, das Fleisch frischer, die Augen feuriger, die Silberhaare verwandelten sich in Gold. Der Mund, der einem verfallenen Hause ähnlich war, bevölkerte sich mit Zähnen und der Bart, der einem Jagdgegel glich, wurde zum Saatland. Mit einem Worte in einen sehr schönen Jüngling verwandelt, sagte er aufs Neue, ich möchte gern einen prächtigen Palast haben. Und also bald stand ein Palast von unglaublicher Schönheit da, in welchem sich Gemächer zum Bewundern, Säulen zum Staunen und Gemälde, um außer sich zu geraten, befanden. Alles starrte von Silber, Gold trat man mit Füßen, die Edelsteine waren haufenweise verschwendet. Überall wimmelte es von Dienern und die Zahl der Pferde und Wagen ging ins Unendliche. Kurzum, der Palast zeugte von solcher Pracht, dass sogar der König die Augen weit aufmachte und ihr mit Vergnügen seine Tochter Nathalizia zur Frau gab. Unterdessen hatten die Zauberer den großen Reichtum von Mini-Ganiellos wahrgenommen und entwarfen daher einen Plan, ihn aus dem Schloss des Glücks, in dem er saß, zu vertreten. Sie verfertigten nämlich eine Puppe, die mittels eines Uhrwerks Musik machte und tanzte. Und erschienen so eines Tages als Handelsleute gekleidet vor der Tochter Agnellos namens Pentella, unter dem Vorwände, ihr die Puppe verkaufen zu wollen. Als Pentella das niedliche Ding sah, fragte sie sogleich nach dem Preiser, worauf jedoch jene antworteten, dass die Puppe auch nicht für die größte Summe Goldesfeil sei, dass jedoch dir Pentella für eine kleine Gefälligkeit zu Diensten stände, wenn sie ihr nämlich den Ring, den ihr Vater am Fingertrügel, zeigen wollten, damit sie von ihm einen Abdruck nehmen und sich einen ähnlichen machen lassen könnten. Dann, wie gesagt, würden sie Pentella die Puppe irgendeine Bezahlung zum Geschenk machen. Da Pentella dieses Anerbieten hörte, nahm sie es ganz uneingedenkt des Sprichworts, was billig ist, ist teuer, ohne weiteres von ihnen an und sagte zu ihnen, sie sollten den anderen morgen wiederkommen, denn sie würde sich den Ring von ihrem Vater ausleihen. Kaum waren also die Zauberer fortgegangen und der Vater nach Hause gekommen, so ging sie ihm so sehr um den Bart und überhäufte ihn mit so vielen Speicheleien, dass sie ihn dazu brachte, ihr den Ring zu geben. Nehmen sie nämlich vor, warnte, sie wäre sehr niedergeschlagen und wollte sich ein wenig aufheitern. Am darauf folgenden Tage, um die Zeit, wenn der Straßenmeister der Sonne den Kehricht der Dunkelheit von den Wegen und Plätzen des Himmels wegfegen lässt, kamen die Zauberer auch wirklich an und hatten nicht so bald den Ring in ihren Händen, als sie auch in einem Ruh verschwanden, sodass nicht die geringste Spur von ihnen übrig blieb und die arme Pentella vor Bestürzung fast gestorben wäre. Die Zauberer befallen aber, sobald sie in einem Walde angelangt waren, wo die Zweige der Bäume einen Blütenreigen aufführten und andere sich lustig wiegten, dem Ringe, dass er alle Wünsche des verjüngten Kreises zerstöre. Dieser befand sich gerade bei dem König und sah sich daher plötzlich ergrauen. Sein Haar bleich, die Stirn runzlig, die Brauen borstig, die Augen rot, das Gesicht durchfurcht, den Mund zahnlos, den Bart zum Walde, den Rücken buckelig, die Beine zitternd und vor allem die glänzende Kleidung zerlumpt und zerrissen werden. Als nun der König diesen schmutzigen Bettler in vertraulicher Unterhaltung neben sich sitzen sah, ließ er ihn also bald unter Prügeln und Schmähreden aus dem Palast jagten, worauf Agnello so plötzlich aus seinem Himmel gefallen, weinend seine Tochter aufsuchte. Und indem er sie nach dem Ringe fragte, um seinem Unglück Abhilfe zu leisten, den ihm von den vorgeblichen Handelsleuten gespielten Streich vernahm, sodass er nahe daran war, sich aus einem Fenster zu stürzen. Tausendmal verwünschte er die Torheit Pentellas, die ihn um einer unseligen Puppe willen in einen so hässlichen Popanz, wegen eines aus Lumpen gemachten Dinges, ihn selbst in einen Lumpen verwandelt hatte. Und beschloss daher, sich so lange wie ein böser Groschen in der Welt umherzutreiben, bis er diesen Handelsleuten auf die Spur käme. Dies sagen, zuck er sich eine Jacke über den Rücken, steckte Holzschuhe an die Füße, nahm einen Quersack über die Schultern und einen Knüppel in die Hand. Und indem er die Tochter, welcher außer sich vor Angst und Schrecken dastand, zurückließ, fing er wie verrückt drauf zuzugehen an und stiefelte so lange, bis er nach dem von Mäusen bewohnten Königreich Tiefloch gelangte, wo er für einen Spion der Katzen gehalten und zugleich vor den König nagerig gebracht wurde. Von diesem befragt, wer er wäre, woher er käme und was er in jenem Land suche, erzählte Mini-Ganiello, nachdem er ihm zuvor eine Schwarte als Tribut gegeben, haarklein als seine Unglücksfälle. Unschloss, indem er sagte, dass er seine mühselige Wanderung fortsetzen wolle, bis er etwas von jenem verdammten Schelm höre, die ihm ein so kostbares Juwel abgeluchst und in einem Augenblick die Blüte der Jugend, den Quell des Reichtums und die Stütze des Ansehens geraubt hatten. Bei diesen Worten fühlte Nagerich sich selbst von Mitleid benagt. Und da er an den armen Mann einigermaßen zu trösten wünschte, berief er die ältesten Mäuse zu einer Ratsversammlung, fragte sie um ihre Meinung hinsichtlich der Unfälle an Jellos und befahl ihnen, dass sie sich alle Mühe geben sollten, um etwas über diesen vergeblichen Handelsleute zu erfahren. Es traf sich nun, dass unter anderem auch Knaberich und Springerle, zwei in den Wettläufen sehr erfahrene Mäuse, die sich gegen sechs Jahre in einem Wirtshaus an der Herrstraße aufgehalten hatten, anwesend waren. Und sagten, Sei guten Muts, Freund, denn es wird besser mit dir gehen, als du glaubst. Du musst nämlich wissen, dass, als wir uns eines Tages in einem Zimmer des Wirtshauses zum Horn befanden, in das die vornehmsten Leute der Welt einzukehren und sich lustig zu machen pflegen, zwei Leute, die von Langfingerstadt kamen, eintratten. Und nachdem sie gegessen und den Wein tüchtig zugesprochen, von einem Streich zu reden begann, den sie einem gewissen alten Manne von Schwarzlochstadt gespielt, indem sie ihm einen Stein von besonderen Eigenschaften wegstibitzt hatten. Wobei einer von ihnen, der sich Gennarone nannte, sagte, dass er ihn niemals vom Finger ablegen wollte, damit er nicht einmal gleich der Tochter des alten Mannes drum käme. Sobald Anjalo dies vernahm, sagte er zu den beiden Mäusen, dass, wenn sie sich getrauten, ihn in die Heimat jener Gauner zu begleiten und ihm den Ring wieder zu verschaffen, er ihnen eine Last Käse und Pökelfleisch geben würde, damit sie dieselbe in Gesellschaft des Königs verzehren könnten. Da, so die beiden Mäuse hörten, dass sie ihre Dienste nicht umsonst tun sollten, so versprachen sie ihm alles Mögliche und machten sich mit Erlaubnis Senior Mäuse-Ted in Begleitung Anjellos auf den Marsch. Nachdem sie den langen Weg nach Krumfingerstadt zurückgelegt hatten, hießen die Mäuse den Minig Anjello unter einigen Bäumen am Ufer eines Flusses zurückbleiben, der wie ein Blutengel den blutigen Schweiß der Feldarbeiter einsaugte, um ihn ins Meer zu sparen, während sie selbst sich in das Haus des Zauberers begaben, wo selbst sie jedoch wahrnahm, dass Ginarone den Ring stets am Finger trug und ihn zu keiner Zeit ablegte. Sie suchten ihm daher durch eine Liste in Sieg abzugewinnen. Nachdem sie so lange gewartet, bis die Nacht das von der Sonne verbrannte Antlitz des Himmels im kühlen Taubade erfrischte und Ginarone im tiefen Schlaf gesunken war, fingen Knaberich an, ihm den Ringfinger zu benagen, sodass jener, welcher glaubte, dass der Ring ihn drückte, ihn neben sich auf ein Tischchen zur Häupten des Bettes legte. Kaum nahm Springerli dies wahr, so nahm er rasch den Ring ins Maul und über Hals und Kopf davonrennend langte er bald mit seinem Gefährten bei Anjello an. Welcher mehr erfreut als der armer Sünder, wenn er begnadigt wird, die beiden Zauberer sogleich in Isel verwandelte, auf deren einem er seinen Mantel ausbreitete und wie ein Graf einherritt. Während er den anderen mit Speck und Käse belud und sich dann auf den Weg nach Tiefloch machte, wo selbst er den König und seine Räte herrlich bewirtete und ihnen für all das Gute, welches er von ihnen erfahren, herzlich dankte. Indem er zugleich den Himmel anflehte, dass ihnen nie eine Falle Schaden zufügen, noch eine Katze auflauern, noch Arsenik Unheil verursachen möchte. Hierauf zog er fort. Und da in einer noch viel schöneren Gestalt als früher ein Schwarzloch anlangte, so wurde er von dem König und dessen Tochter mit den größten Schmeicheleien empfangen und lebte mit Letzterer, nachdem er die beiden Esel von einem Felsen hatte herabstürzen lassen, von Stund an in großer Lust und Freude. Jedoch nahm er nie wieder seinen Ring vom Finger, um nicht etwa einen neuen Bockstreich zu begehen, denn der Gebrannte fürchtet das Feuer. Die drei Feen Es lebte einmal in den Flecken Marcianise eine Witwe namens Caradonia, die man als die wahre Mutter des Neides betrachten konnte, da sie nie einer Nachbarin etwas Angenehmes widerfahren sah, das ihr nicht in der Kehle stecken geblieben wäre. Nie von dem Glück einer Bekannten hörte, worüber sie sich nicht schwer geärgert hätte und nie weder Mann noch Frau froh und zufrieden sehen konnte, ohne dass sich ihr der Hals zuschnürte. Diese Witwe nun besaß eine Tochter namens Granitia, die die Quintessenz der Hässlichkeit, die Königin der Scheusale und die Zier aller Wechselbelge war. Sie hatte einen Kopf voll Nisse, verwitzte Haare, kahle Schläfen, eine Stirn voller Beulen, Augen so rot wie Feuer, eine Nase voll Blattern, Zähne so schwarz wie Kohlen, einen Rachen wie ein Werwolf, ein Kinn so spitz wie ein Dreieck, einen Hals wie ein Rabe, Brüste wie die Schrotbeutel, Schultern so gewölbt wie eine Kuppel, Arme wie die Bora, Beine wie die Türkensäbel, Füße wie ein Affe. Sie war, mit einem Wort vom Wirbel bis zur Zehe, eine Vogelscheuche, eine widerliche Fratze, eine abscheuliche Hexe. Besonders aber ein wahrer Zwerg von einem kurzen, dicken Knirps. Und dennoch erschien sie ihrer Mutter, trotz all dieser Gebrechen, so schön wie ein Püppchen. Es geschah nun aber, dass diese Witwe sich wieder mit einem gewissen Mico Antonio verheiratete, einem sternreichen Landmann aus Panochoicolo, welcher zweimal Schulze und Anwalt dieses Dorfes gewesen und bei allen Paneciucolesen sehr angesehen und hoch geachtet war. Auch Mico besaß eine Tochter namens Cicella, welche für das größte Wunder an Schönheit in der Welt gehalten wurde. Sie hatte ein lockendes Auge zum Bezaubern, einen Kussmund zum Entzücken, einen milchweißen Hals, um außer sich zu geraten, und war mit einem Wort so lieblich und anmutig, so reizend und tändelnd, so voll Mutwillen, Scherz und Spiel, so voll Gekose und Schmeichelei, dass sie die Herzen aus der Brust stahl. Wozu aber so viele Worte? Es genügt, wenn ich sage, dass sie wie mit dem Pinsel gemalt schien und man keinen Fehl an ihr finden konnte. Als daher Caradonia wahrnahm, dass Cicella gegen ihre Tochter sich ausnahm wie ein Samtkissen gegen einen Scheuerwisch, wie ein venezianischer Spiegel im Vergleich zu einem rosigen Tiegel, wie die Fee Morgana neben einer Hexe. So fing sie an, Cicella mit schälen Augen anzusehen und sie herzlich satt zu bekommen. Sie hatte deshalb kaum am Hause festen Fuß gefasst, als das Geschwür an ihrem Herzen aufplatzte. Und da sie nicht länger diese Folter ertragen konnte, fing sie an, das unglückliche Mädchen auf jede mögliche Weise zu quälen. Denn ihre eigene Tochter ließ sie in einem ausgezackten Kleide von Sarge und eine Mieder aus Samt, die arme Stieftochter aber in den ärgsten Lumpen und Fetzen des ganzen Hauses einhergehen. Der Tochter gab sie Brot, so weiß wie Schnee. Der Stieftochter ein Stück vertrockneten und verschimmelten Brotes. Die Tochter ließ sie den ganzen Tag die Hände müßig in den Schoß legen. Die Stieftochter aber immerfort arbeiten mir ein Pferd, indem sie allein das Haus fegen, die Teller abscheuern, die Betten machen, die Wäsche waschen, die Schweine füttern, den Esel striegen und die Nachttöpfe ausgießen musste, welches alles das wackere, fleißige Mädchen ohne Rast und Ruhe und ohne irgendeine Mühe zu sparen gern verrichtete, um nur der bösen Stiefmutter ihren Willen zu tun. Nun fügte es aber einmal ihr guter Stern, dass, als sie eines Tages aus dem Hause ging, um den Kerricht an einen Ort zu werfen, wo sich eine großmächtige Grube befand, ihr der Korb herunterfiel. Und während sie nachsahen, auf welche Weise sie ihn aus der gewaltigen Tiefe herausfischen konnte, sie ein schwarzes Ungeheuer erblickte, von dem man nicht recht sagen konnte, ob es das Original oder die Kopie der hässlichsten Scheusale sein mochte. Dies war nämlich ein wilder Mann, der Haare hatte, pechschwarz wie Schweinsborsten, die ihm bis auf die Fersen reichten. Eine runzelige Stirn, von der jede Falte eine mit dem Flug gemachte Furche schien, gewölbte und buschige, braun, schielende und tief eingesunkene, triefene, verklebte Augen, die zwei schmutzige Läden unter großen Regendächern von Wimpern gelichen. Ein schiefes, geiferndes Maul, aus dem wie bei einem Wildschwein ein paar Hauer hervorragten. Eine blättrige Brust mit einem Haarwald, von dem man eine Matratze hätte anfüllen können. Außerdem noch einen hohen Buckel, einen dicken Wanst, dünne Beine und krumme Füße, sodass ein anderer vor Feucht in Ohnmacht gefallen wäre. Ciccilla jedoch, obwohl sie solch ein entsetzliches Ungeheuer vor sich sah, fasste sich ein Herz und sprach, wollte nicht lieber Mann mir den Korb, der mir da hinuntergefallen ist, hinaufreichen. Ihr sollt auch eine recht reiche Frau bekommen. Worauf der wilde Mann antwortete, steig herab, meine Tochter, und hol ihn dir selbst. Und das wackere Mädchen stieg auch wirklich, indem sie sich an den Baumwurzeln anhielt und an die Steine anklammerte in die Tiefe hinunter, wo selbst sie, man sollte es kaum glauben, drei Feen fand, eine immer schöner als die andere. Die Haare hatten von gesponnenem Gold, Gesichter wieder Vollmund, Augen, die redeten, einen Mund, der mit lieblicher Musik zu zuckersüßen Küssen einlud und, was kann man weiter sagen, einen zarten Hals, eine mollige Brust, eine weiche Hand, einen zierlichen Fuß und, mit einem Wort, eine Anmut, dass man sie einen mit lauter Schönheiten vergeudeten Rahmen nennen konnte. Diese nun erwiesen Ciccellas so viele Schmeicheleien und Liebkosung, wie man sie sich kaum auszudenken vermag. Fasten sie darauf bei der Hand, führten sie in ein Haus, das zwischen Schlupfwinkeln verborgen lag und einem gekrönten Haupt hätte zur Behausung dienen können. Als sie es aber betraten und sich auf türkische Teppiche und Kissen von glattem Samt mit Ordeln aus gesponnenen und gedrehten Golde niedergesetzt hatten, ließen sich die Feen von Ciccellas die Haare kämmen. Während sie mit einem durchsichtigen Kamm aus Büffelhorn dies Geschäft höchst sorgfältig und vorsichtig verrichtete, fragten sie die Feen, Liebestöchterlein, was findest du auf dem Köpfchen? Worauf sie mit feiner Manier antwortete, ich finde Nieschen und Läuschen wie Perlen und Granaten. Den Feen gefiel die Artigkeit der Ciccellas über alle Maßen. Und nachdem diese trefflichen Frauen sich die zerstreuten Haare aufgesteckt hatten, führten sie Ciccellas mit sich umher und zeigten ihr nach und nach alle Herrlichkeiten jenes Zauberpalastes. Bald sah man Schreine sorgfältig mit Kastanien und Hagebuchenholz ausgelegt, bald Kästchen mit Rossleder überzogen und mit zinnernden Verzierungen geschmückt, bei Tische aus Nussbaumholz, so blank, dass man sich darin spiegeln konnte, bei Truhen mit messigen Beschlägen, von deren Glanz man geblendet wurde, bald Himmelbetten mit Vorhängen aus grün geblumten Stoff, bald lederne Lehnstühle und auch viel andere Pracht, dass jeder andere bei diesem Anblick vor Staunen außer sich geraten wäre. Ciccellas jedoch betrachtete die Herrlichkeiten jenes Palastes mit größter Gleichgültigkeit, ohne sich irgendwie darüber zu wundern oder zu gaffen. Als sie zuletzt in eine mit den kostbarsten Gewändern nicht angefüllte Kleiderkammer getreten waren, zeigten die Feen ihr Frauenröcker aus spanischem Barokat, Roben mit Hängeärmeln aus dem schwersten Samt und goldverzierten Saum, Überwürfe aus Floa mit Schmelzspitzen besetzt, Leibchen aus stärkstem Taft, Stirnbänder aus natürlichen Blümchen und zeratenen Gestalt von Eichenlaub, Muscheln, Halbmonden und Schlangenzungen. Ferner blaue und weiße Spangen mit gläsernen Spitzen, Kornähren, Lilien und Federbüsche, alle um als Kopfpott zu dienen, künstliche Granaten mit Silber eingelegt und endlich noch tausend andere Figürchen und Schmucksachen, die man um den Hals zu tragen pflegt. Im Nähen nun die Feen all diese Pracht Ciccellas zeigten, sagten sie ihr, sie solle ganz nach ihrem Wunsche von diesen Sachen wählen und sich davon nehmen, so viel sie wollte. Cicceller jedoch demütig und anspruchslos wie ein Feichen, überging alle Sachen von größerem Werte und ergriff nur einen zerlumpen Frauenrock, der keine sechs Pfennige wert war. Hierauf fragten die Feen Cicceller, Durch welche Tür willst du aus dem Hause gehen, liebes Herzchen? Und diese sich bis auf die Erde verneigend und gleichsam am Staub wälzend versetzte, für mich ziemt es sich, durch den Stall hinaus zu gehen. Da umarmten sie die Feen auf das Allerfreundlichste, küssten sie tausendmal, zogen ihr ein nagelneues, ganz mit Gold gesticktes Gewand an und machten ihr den Scheitel auf schottische Weise in Form eines Körbchens und mit so vielen Löckchen und Bändern, dass er wie eine blumige Flur aussah. Das Stirnhaar mit einem Toupet und Knöpfen, die Flechten aber ließen sie ihr hinten herabhängen. Als Sammel gleiteten sie Cicceller bis an die Tür, die aus massiven Gold und ringsherum mit Kafffunkeln besetzt war, und sprachen zu ihr, Geh jetzt, liebe Cicceller, begleitet von unseren Wünschen, dich bald verheiratet zu sehen. Gehe also jetzt, und wenn du aus dieser Tür getreten bist, so schlage dir Augen auf und sieh, was da droben ist. Cicceller machte hierauf tiefe Verbeugung und ging fort. Sobald sie aber zur Tür hinausgetreten war, hob sie den Kopf empor und ein goldener Stern fiel auf die Stirn, der gar herrlich anzusehen war, so dass sie gestirnt wie eine Fee langsam schrittes nach Hause zurückkehrte und vor die Stiefmutter trat, der sie alles Vorgefallene von Anfang bis zu Ende erzählte. Dies war jedoch für die boshafte Frau nichts Angenehmes, sondern vielmehr nur ein Stich ins Herz, weshalb sie sich gar nicht zufriedengeben konnte und sich endlich den Wohnsitz der Feen von Cicceller bezeichnen ließ, wohin sie dann unverweilter Scheusal von Tochter schickte. Sobald diese den Zauberpalast betreten, und jene drei Edelsteine von Feen das selbst angetroffen hatte, erhielt sie zuerst und vor allen Dingen den Auftrag, in den Kopf zu durchsuchen. Und befragt, was sie fände, antwortete sie, jede Laus ist so groß wie eine Faust und jede Nüsse wie ein Ei. Zwar ärgerten sie sich hierüber die Feen gar sehr, und das unartige Benehmen der groben Liese fuhr ihnen heftig in die Nase. Jedoch schwiegen sie ganz stille, indem sie an dieser Probe das ganze Stück erkannten, führten sie hierauf in die Zimmer, wo sich die kostbarsten Gewänder befanden, und sagten das selbst zu ihr, dass sie sich das Allerbeste auswählen sollte. Granitia nun, welche sich einen Finger anbieten sah, wollte die ganze Hand ergreifen, und nahm sich daher das schönste Kleid, das sie in den Schränken befand. Als sie für den Granitia etwas so Kostbares ergreifen sahen, gräuten sie ihr noch viel mehr, indes wollten sie abwarten, wie weit ihre Unverschämtheit gehen würde, und fragten sie daher, Durch welche Tür willst du aus dem Hause hinausgehen, liebes Jungferchen, durch die Goldene oder durch die Hintertür? Worauf Granitia mit Kekka-Stern versetzte, Durch die Beste, die da ist! Die Feen konnten nur nicht länger die Frechheit dieser Fette ertragen, und gamm ihr daher auch nicht das Allergeringste, sondern schickten sie mit den leeren Händen fort. Kaum war daher Granitia über die Misthaufen hinweg hinausgetreten, so hob sie den Kopf empor, und alsbald fiel ein Eselshoden auf die Stirn, der unverzüglich mit deren Haut zusammenwuchs, und so aussah, als ob ihre Mutter während der Schwangerschaft ein sonderbares Gelüst gehabt hätte. Mit diesem schönen Geschenk kehrte nun Granitia ganz langsam zu ihrer Mutter zurück, so dass diese wütend wie eine Hündin, die geworfen hat, und mit schäumendem Munde Ciccela sich sogleich aussehen ließ, und sie mit ein paar Lumpen, die ihr kaum die Blöße deckten, fortschickte, die Schweine auszutreiben, während sie ihre eigene Tochter mit deren Kleidern herausputzte, welche unbarmherzige Behandlung Ciccela jedoch mit großer Ergebenheit und wahrer Hiobs Geduld ertrug. Oh, mitleidlose Grausamkeit, die die Steine auf dem Felde hätte erweichen müssen, dass jener Mund, den die Natur nur für Liebesgekose gebildet hatte, sich gezwungen sei, das Horn eines Sauhirten zu blasen und husch, husch, holler hochzurufen, dass jene Schönheit, die für Freier geschaffen war, sie stets im Freien und unter Schweinen umtreiben musste, dass jene Hand, deren Zartheit hunderte von Herzen hätte in Fesseln schlagen können, stattdessen hunderte von Säulen mit einem Knüppel vor sich herjagte. Hätte doch lieber die Pest jene Fratzengesichter geholt, die sie in die Wälder hinausgejagt, wo unter dunklem Laubdach Furcht und Schweigen Schutz gegen die Sonne suchten. Der Himmel aber, der die Hochmütigen in den Staub tritt und die Demütigen emporhebt, sandte Ciccela einen vornehmen Herrn namens Cusamo auf ihrem Wege entgegen, der nicht so weit diesen Edelstein im Kot, diesen Phönix unter den Schweinen, diese herrliche Sonne unter den zerrissenen Wolken, der sie umhüllenden Lumpen erblickte, als er auch schon so verschossen an sie war, dass er sie alsbald fragen ließ, wer sie wäre und wo sie wohnte, und sich dann sogleich zu ihrer Stiefmutter begab und sie zur Frau begehrte, wobei er ihr eine ungeheure Summe als Morgengabe verhieß. Worauf Caradonia, die diesen Braten für ihre Tochter zu erhaschen wünschte, ihm erwiderte, er möchte nur des Abends wiederkehren, denn sie wolle ihren Vätern zu sich einladen, um sich mit ihnen zu beraten. Cusamo kehrte hierauf voller froher Hoffnung nach Hause zurück, obwohl ihm die Zeit bis zu dem Augenblick, wo die Sonne sich ins silberne Bett legt, das ihr der indische Strom breitet, tausend Jahre lang schien, indem er sie selbst mit der Sonne, von der ihm das Herz entflammt war, niederzulegen sehnte. Caradonia hatte unterdessen Cechella in ein Fass gesperrt, in der Absicht, ihr ein warmes Bad zu bereiten. Und weil sie die Schweine verlassen, sie wie ein Schwein mit heißem Wasser abzubrühen, während Cusamo, der sich in immerwährender Ekstase befand und vor Verlangen starb, durch das Andrücken der geliebten Schönheit seine Leidenschaft auszudrücken. Als sich die Luft endlich verdunkelt hatte und der Himmel wie ein Wolfsrachen aussah, sprach er, dies ist die Stunde, wo ich den Baum, den Amor mir in die Brust gepflanzt hat, einkerben kann, um das Manner der Liebesfüßigkeit hervorzulocken. Dies ist die Stunde, wo ich den Schatz der Fortuna mir versprochen ausgraben kann. Darum keine Zeit verloren, Cusamo, wenn man dir ein Schwein versprochen, kommen gelaufen, nicht gekrochen. O Nacht, o glückliche Nacht, Freundin der Liebenden, die du sie in einem Leib und ein Leben, in ein Herz und eine Seele verwandelst, und du, o Amor, eilet, eilet über Hals und Kopf herbei, damit ich unter dem Zetter Dunkelheit mich gegen die Glut, die mich verzehrt, schützen kann. Indem er also sprach, langte er im Hause Caradonias an und fand Granitia statt Cicella. Eine Eule statt einer Nachtigall, eine Distel statt einer aufgeblühten Rose. Denn wenn gleich Granitia sich die Kleider Cicellas angezogen hatte, um man zu sagen pflegt, Kleider machen Leute, sah sie dennoch wie ein Mistkäfer auf Brokat. Und weder die rote und weiße Schminke noch die schönen Pflästerchen noch irgendein anderer auf Putz, den die Mutter an ihr vorgenommen hatte, konnten ihr die Schuppen vom Kopf, die Butter aus den Augen, die Sommersprossen aus dem Gesichter, den Brand aus den Zähnen, die Warzen vom Halse, die Geschwüre von der Brust und den Bock unter den Achseln bannen, dessen Gestank man auf eine Meile weit merken konnte. Als Cicellas Mord diese Scheiße vor sich sah, wusste er gar nicht, wie ihm geschah. Und indem er zurückfuhr, als zwar ihm der Gott ist bei uns erschienen, sprach er zu sich selbst. Bin ich wach? Oder hat mir eine Schwalbe in die Augen gemacht? Bin ich's oder bin ich's nicht? Was siehst du da vor dir, unseliger Cicellas Mord? Du bist da gehörig angeführt. Das ist das Gesicht nicht, das ich mich heute früh so plötzlich beim Wickel kriegte. Das ist das Bild nicht, das ich im Herzen umher trage. Was soll das bedeuten, oh Schicksal? Wo ist die Schönheit? Wo der Haken, der mich enterte? Die Winde, die mich an sich zog? Der Pfeil, der mich durchbohrte? Wohl weiß ich, dass weder Leinwand noch Weiberbeilicht besehen werden dürfen, aber die da wehte ich mir ja am hellen Tage. Wehe mir, das Goldstück von heute früh hat sich mir in Kupfermünze, der Diamant in Glas, der Wein in Essig verwandelt. Dies und nach viele andere Worte brummte und mormete er in den Bart. Zuletzt jedoch, von der Notwendigkeit gezwungen, gab er Granitze einen Kuss. Aber als ob er einen alten Nachttopf küssen sollte, näherte und entfernte er mehr als dreimal seine Lippen, bevor er den Mund seiner Braut berührte. Und als dies endlich geschah, glaubte er sich an dem Ufer der Kijaja zu befinden, um die Stunde, da mangels richtiger Kanäle die wackeren Frauen dem Meere den Tribut von was anderem als arabischen Wohlgerüchen entrichteten. Da nun aber inzwischen der Himmel, um jung auszusehen, sich ein weißen Bart schwarz gefärbt hatte und die Wohnung Kusimus sehr weit entfernt war, sah er sich gezwungen, Granitze für jene Nacht in ein nicht weit von Panujur Kolos gelegenes Haus zu bringen, in das er einen Strohsack auf ein paar Kisten warf und sich dann mit seiner Braut drauf legte. Er könnte aber beschreiben, welche böse Nacht beide zu brachten. Denn obwohl es Sommer war und sie daher kaum acht Stunden dauerte, schienen sie ihnen doch länger als die längste Winternacht. Die lüsterne Braut freilich kratzte, hustete, stieß zuweilen mit den Füßen, seufzte und forderte mit stummen Worten den Zins für das vermietete Haus. Kosimo jedoch tat, als ob er schnarche und retirierte sich an den Rand der Lagerstätte, um Granitze nicht zu berühren, sodass er vom Sack herab auf den Nachttopf fiel und sich ein schmählicher Gestank erhob. Oh, wie oft erwünschte Kosimo die Grausamkeit der Sonne, die so endlos zauderte um ihn, desto länger er auf diese Folter gespannt hatte. Und wie innig flehte er, dass die Nacht den Hals brechen und die Sterne verschwinden möchten, damit er durch die Ankunft des Tages sich diese bösen Stunden vom Hals schaffen könnte. Kaum war aber endlich die Morgendämmerung erschienen, um die Gluckhände zu verscheuchen und die Hähne aufzuwecken, so sprang auch Kosimo vom Lager und eilte, ohne sich auch nur die Hosen gehörig festgeknopft zu haben, in das Haus Caradonias, um sich von ihrer Tochter loszusagen und ihr das Reugeld mit einem Besenstiel zu bezahlen. Als er jedoch bei ihr anlangte, fand er sie nicht zu Hause, da sie nach einem Bündelholz in den Wald gegangen war, um ein heißes Bad für die Stieftochter zu bereiten, die in Bacchus Grab einem Weinfasser eingesperrt war, obwohl sie eher in der Wiege Amos mit aller Bequemlichkeit hätte ruhen sollen. Indem nun Kosimo Caradonias überall suchte, sie aber nirgend finden konnte und daher anfing zu rufen, Hey da, wo seid ihr? Er hob eine schwarze Katze, die in der Asche kauerte, plötzlich und ganz unerwartet ihre Stimme und sprach, Miau, miau, deine Braut ist ins Fass gesperrt. Alsbald näherte Kosimo sich dem Fass und hörte ein dumpfes, leises Wimmern, worauf erhorte ich eine Axt vom Kamin nahm und die Reifen des Fasses zerhieb, sodass beim Niederfallen der Dauben der Vorhang einer Schaubbühne auseinander zu gehen und eine Göttin, die den Prolog spräche, sichtbar zu werden schien. Nur wie durch ein Wunder geschah es, dass Kosimo bei so großem Glanze nicht plötzlich blind wurde. Nachdem er aber eine Zeit lang dagestanden, als wenn er einen Hauskobold gesehen und endlich wieder zu sich gekommen war, schloss er sie in seine Arme und rief, Werte ich in diesen finstren Kerker gesperrt, Juwel meines Herzens? Wer hätte ich mir so lange verborgen, Hoffnung meines Lebens? Was ist das? Ein heutiges Täubchen in einem Käfig von Reifen und ein Basilis mit mir im Bette. Was ist ihr vorgegangen, sprich, süßes Mäuchchen, tröste mich in meinem Leide und lege beilsam auf mein wundes Herz. Hierauf begann Schaicella ihm alles, was vorgefallen war, ohne dass sie auch nur ein Tietigchen überging, ausführlich zu erzählen, was sie nämlich von ihrer Stiefmutter, seitdem diese ihren Fuß ins Haus gesetzt, bis zu dem Augenblick erduldet hatte, wo sie sie in ein Fass begraben, um ihr das Lebenslicht auszublasen. Sobald Kurse Mordis vernahm, hieß er Schaicella, sich hinter der Tür zusammenzukauern und dort versteckt zu halten, worauf er das Fass wieder zusammenschlug, dann Granitia herbeiholte und, nachdem er sie hineingepackt, zu ihr sagte, halte dich hier drin eine kurze Zeit ganz ruhig, bis ich einen gewissen Zauber ausgeführt habe, damit ihr keine Behexung etwas anhaben kann. Als dann machte er das Fass fest zu, umarmte Schaicella, und indem er sie hinter sich auf ein Pferd nahm, eilte er mit ihr Spornstreichs nach Pascarola, wo selbst er wohnte. Kaum war nun Caradonia mit einem großen Bundholz nach Hause zurückgekehrt, so machte sie ein großmächtiges Feuer, setzte einen gewaltigen Kessel mit Wasser über, und sobald dies zu sieden anfing, ließ sie es durch das Spundloch in das Fass laufen, so dass Granitia über und über verbrüht, mit den Zähnen knirschte, als wenn sie Krampfkraut gegessen hätte, und die Haut sich ihr ablöste wie eine Schlange, wenn sie ihren Balk wechselt. Als es aber Caradonia erschien, dass Schaicella gehörig abgesotten seien und alle Viere von sich gestreckt haben müsste, zerschlug sie das Fass, und indem sie nun, oh Himmel, welch an Anblick ihre eigene Tochter vor sie sah, die von ihrer leiblichen Mutter auf so grausame Weise abgekocht wurden, riss sie sich die Haare aus, zerkratzte sich das Gesicht, zerfleischte sich die Brust, zerbiss sich die Hände, rannte mit dem Kopf an die Mauer, stampfte mit den Füßen und machte ein solches Geschrei und Getöse, dass der ganze Ort zusammenlief. Nachdem sie sich nun so lange Zeit wie eine Wahnsinnige gebärdet hatte, dergestalt, dass kein Trost sie beruhigen und kein Zureden sie besänftigen konnte, rannte sie mit einem Male Spornstreich nach dem Brunnen und plumps stürzte sie sich mit dem Kopf voran hinunter, indem sie auf diese Weise die Wahrheit des Sprichwortes bewies, wer an einer Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Dummling Es lebte einmal in einer Stadt ein Vater, der zwar mehr Geld besaß, als Sand am Meer ist, aber auch, da einmal kein Glück auf Erden vollkommen zu sein pflegt, einen so dummen und tölpelhaften Sohn, dass er nicht schwarz von weiß zu unterscheiden vermochte. Als so der Vater seine albernen Streiche nicht länger ertragen konnte, gab er ihm eines Tages sein hübsches Stück Geld und schickte ihn zum Einkaufen von Waren in die Levante, wohlwissend, dass der Aufenthalt in fremden Ländern und der Umgang mit verschiedenen Leuten den Verstand weckt, das Urteil schärft und den Menschen erfahren macht. Maschione, so hieß nämlich der Sohn, stieg also zu Pferd und nahm seinen Weg nach Venedig, dem Sammelplatz der Wunder der Welt, um sich dort an Bord irgendeines nach Kairo bestimmten Schiffes einzuschiffen. Als er auf diese Weise eine gute Tagesreise zurückgelegt hatte, begegnete er einem Jüngling, der unbeweglich am Fuße einer Pappel stand und sprach zu ihm, Wie heißt du, Freund? Woher bist du und was kannst du? Worauf Jena antwortete, Ich heiße Blitz, ich bin von Pfeilstadt und kann so schnell laufen wie der Wind. Ich wollte wohl eine Probe von deiner Geschwindigkeit sehen, versetzte Maschione und Jena erwiderte, Warte ein bisschen, du sollst bald sehen, ob ich dir was weiß mache. Während sie nun so eine kurze Zeit dastanden, sahen sie plötzlich einen Hirsch über das Feld laufen, den Blitz, um ihnen einen größeren Vorsprung zu geben, erst ein gutes Stück sich zuvorkommen ließ. Worauf er ihm so leichtfüßig und mit solcher Schnelligkeit nachjagte, dass, wenn er über einen mit Mehl bestreuten Fußbrunnen gelaufen wäre, er keine Spur seiner Schritte zurückgelassen haben würde und er auf diese Weise den Hirsch, ehe man sich dessen versah, eingeholt hatte. Maschione fragte daher den Jüngling, ob er bei ihm bleiben wollte, denn er würde ihn königlich bezahlen. Und da Blitzes zufrieden war, zogen sie gemeinschaftlich weiter. Sie waren aber noch keine vier Meilen vorwärtsgekommen, so begegneten sie einem anderen jungen Burschen, zu welchem Maschione wiederum sagte, wie nennst du dich Kamerad, aus welchem Land bist du und was für ein Handwerk hast du gelernt? Worauf jener versetzte, ich heiße Hasenohr, bin aus Neugierstadt und wenn ich mich mit dem Ohr auf die Erde lege, so weiß ich, ohne mich vom Fleck zu rühren, alles, was in der Welt vorgeht, indem ich die Zusammenkünfte und Besprechungen der Handwerker, auf denen sie die Preise der Dinge in die Höhe zu treiben, verabreden, die Schämereien der Höflinge, die Schändlichkeiten der Kuppler, die heimlichen Gespräche der Liebenden, die Klagen der Diener, die Berichte der Spione, die Klatschereien der alten Weiber und die Flüche der Matrosen vernehme, so dass weder der weise Hahn des Lukian noch die Wunderlampe Allerdings so vieles belauschten, als diese meine Ohren. Wenn das wirklich so ist, erwiderte Maskione, so sage mir, was bei mir zu Hause vorgeht. Worauf jener sich alsbald mit dem Ohr auf die Erde legte und sprach, ich höre, wie ein alter Mann zu seiner Frau sagt, Gott sei Dank, dass ich mir endlich den Maskione vom Leib geschafft habe, diesen einfältigen Tropf, diesen Dorn in meinen Augen, dann wenigstens wird er doch, wenn er sich in der Welt umsieht, ein Mensch werden, doch nicht mehr so ein ungeheurer Esel, so ein Erzpinsel, so ein Tagedieb sein. Genug, genug, rief Maskione aus. Nun glaube ich, was du sagst. Komm also näher jetzt mit mir, denn dein Glück ist gemacht. Ich bin zufrieden, versetzte Jena und alsbald zogen sie weiter. Sie hatten jedoch kaum zehnmalen zurückgelegt, als sie wieder jemanden antraf und zu dem Maskione sagte, wie ist dein Name, wackerer Bursche, wo bist du geboren und wozu taugst du in der Welt? Ich heiße Triffgut, erwiderte Jena, bin aus dem Flecken Gerard ins Ziel und kann mit meiner Armbrust genauso schießen, dass ich mitten in einen Holzapfel treffe. Davor möchte ich doch gerne meine Probe sehen, erwiderte Maskione, worauf der Jüngling seine Armbrust ergriff und, nachdem er genau gezählt, eine Erbse von einem Stein herunterschoss, sodass Maskione ihn gleich den anderen mit sich nahm. Nachdem sie nun wieder eine Tagesreise zurückgelegt hatten, begegneten sie einigen Leuten, die in der glühenden Mittagshitze an einem Damm bauten, sodass sie mit Recht hätten singen können Wein her, Wein her oder ich fall um und um. Maskione empfand daher so großes Mitleid mit ihnen, dass er zu ihnen sprach, Wie fangt ihr es nur an, liebe Leute, dass ihr in diesem Kalkofen aushaltet, an welchem man einen Stein weich kochen könnte? Worauf einer von ihnen antwortete, Wir fühlen uns hier so behaglich wie in einem frischen Bade, denn wir haben ja einen jungen Burschen bei uns, der uns von hinten her dargestellt anbläst, als hätten wir den Westwind im Rücken. Tut mir doch den Gefallen und lass mich einmal den Patronen sehen, versetzte Maskione, daher der Arbeiter den Burschen herbeirief und Maskione zu ihm sagte, Wer ist du denn, Freund, wo bist du geboren und was für ein Handwerk treibst du? Ich heiße Blasius, entgegnete Jena. Ich bin aus Windstadt und kann mit meinem Mund alle Winde machen. Wenn du ein Sefir haben willst, so sollst du doch über ganz in den Zücken geraten und willst du ein Boreas, so blase ich die Häuser um. Was ich sehe, glaube ich, versetzte Maskione, worauf Jena zuerst ganz leise zu blasen anfing, dass man den Wind zu empfinden glaubt, der des Abends beim Pussy Lippo weht und dann sich plötzlich nach einigen Bäumen hinwendend entsandt er einen so gewaltigen Sturm aus seiner Munde, dass eine ganze Reihe Eichen anfurzete, weswegen Maskione auch ihn als Reisegefährten mitnahm. Nachdem sie nun wieder eine Tagesreise weitergekommen waren, traf er einen anderen Jüngling an und sprach zu ihm mit Verlaub, wie heißt es du denn, woher bist du denn, wenn du es nicht übelnimmst und was für ein Handwerk treibst du, wenn man fragen darf? Und Jena sprach, ich heiße Starkrücken, bin aus starkem Fels und bin so kräftig, dass wenn ich mir einen Berg auf den Buckel nehme, er mir so leicht scheint wie eine Feder. Und wenn ihm so ist, versetzte Maskione, so verdient du König der Lastenträger zu sein und würde es gewiss den Preis unter allen davontragen. Jedoch möchte ich gern ein Prüppchen in einer Kunst sehen. Sogleich fing Starkrücken an, sich gewaltig große Steine, Baumstämmen und andere Lasten aufzuladen, der Gestalt, dass tausend Fuhrmannswagen sie nicht fortgeschafft haben würden. Kaum aber sah dies Maskione, so nahm er ihn gleichfalls in seine Dienste und indem sie hierauf alle miteinander weiterreisten, kamen sie bald nachher im Blumenthal an. Der König dieser Stadt nun hatte eine Tochter, die so schnell laufen konnte, wie der Wind und über ein Saatfeld hingeeilt wäre, ohne die Ehren krumm zu biegen, sodass der Vater eine öffentliche Bekanntmachung hatte ergehen lassen. Wer seine Tochter am Lauf erreiche, solle sie zur Frau bekommen. Als daher Maskione in dieser Stadt anlangte und von dem Erlass hörte, begab er sich zum König und erhob sich mit der Prinzessin, um die Wette zu laufen. Nachdem sie nun übereingekommen waren, dass Maskione entweder Schusters rappengehörig reiten oder um einen Kopf kürzer gemacht werden sollte, ließ dieser am darauf folgenden Morgen dem Könige sagen, dass er einen Durchfall bekommen hätte und daher nicht in eigener Person laufen könnte, jedoch statt seiner einen Stellvertreter schicken würde. Mal kommen, wer da will, versetzte Cianatella, so hieß nämlich die Prinzessin. Mir ist es alles gleich und ich habe genug für alle. Als daher die Rennbahn sich mit Leuten, die den Wettlauf mit ansehen wollten, der Gestalt angefüllt war, dass sie wimmelte wie von Ameisen und die Fenster und Dächer so voll gedrängt waren, dass keine Nadel zur Erde fallen konnte, erschien Blitz, nahm seinen Platz an dem einen Ende der Bahn und erwartete das Zeichen der Trompeten. Zuletzt erschien noch Cianatella an einem Röckchen, das ihr nur bis ans Knie rechte und den niedlichen, zierlichen, ungemeinen kleinen Schuhen mit einfachen Sohlen stellte sie sich neben Blitz. Kaum aber vernahm sie das Trara und Tututu der Trompete, so fingen sie an zu laufen, dass sie in die Fersen die Schultern berührten und sie Hasen glichen, die von Windspielen verfolgt waren. Rossen, die sich aus dem Stalle losgerissen, Hunden, die man mit Wasser begossen und Eseln, die eine Klette am Schwanz haben. Blitz jedoch, der den Namen und die Tat hatte, ließ Cianatella mehr als eine Elle weiter hinter sich. Und nicht so bald hatte er das sie erreicht, so vernahm auch ein gewaltiges Getümmel und Lärmen, Schreien und Tosen, Pfeifen, Klatschen und Trampeln unter den Zuschauern. Wobei sie ausriefen, es lebe der Fremde, wie was hoch! Cianatella wechselte die Farbe wieder hin, dann eine Schuljungen, dem man ordentlich durchgegärbt, in dem sie ganz verwirrt und beschämt darüber war, sich besiegt zu sehen. Da indes der Wettlauf zweimal stattfinden sollte, so wollte sie durchaus diesen Schimpf beim zweiten Mal wieder gutmachen und nach Hause zurückgekehrt, feierte sie einen Ring durch einen solchen Zauber, dass dem, der ihn am Finger trug, die Beine völlig erstarrten und der selbst nicht einmal gehen, geschweige denn, laufen konnte, worauf sie ihn dem Blitz zum Geschenk sandte, damit er ihn als ein Andenken an sie trüge. Hasenohr hatte nun zwar diese geheime Verabredung zwischen Vater und Tochter mit angehört, hielt sich jedoch ganz ruhig und wartete das Ende des ganzen Handels ab, sodass, als die Sonne unter lauten Trompeten der Vögel, die auf dem Esel der Dunkelheit reitenden Nacht vor sich her zu peitschen begann und nach gegebenen Zeichen die beiden wieder ihr Fersenspiel anfingen, Cianatella nicht sowohl eine zweite Art der Lavante als vielmehr Blitz, ein lahmer Esel oder ein steifes Pferd zu sein schien. Denn er konnte auch keinen Fuß von der Stelle rühren. Da jedoch Triffgut die Not seines Gefährten wahrnahm und von Hasenohr hörte, wie die Sachen standen, ergriff er seine Armbrust und schoss mit einem Bolzen so genau nach dem Finger des Blitzes, dass der Stein, der die Zauberkraft enthielt, aus dem Ringe sprang, die gefesselten Beine jenes sich lösten und er in einigen Sprüngen Cianatella überholend den Preis gewann. Sobald nun der König diesen Sieg eines Gimpels, diese Palme eines Tölpels, diesen Triumph eines Pinsels vernahm, wusste er nicht recht, ob ihm seine Tochter geben sollte oder nicht. Und nachdem er die weisesten Männer in seinem Hofe zur Rate gezogen, sprachen diese ihre Meinung dahin aus, dass Cianatella kein Wissen für solch ein lumpen Hund und tagelieb wäre und dass er ohne einen Wortbruch zu begehen, sein Versprechen, ihm die Tochter zu geben, in ein Geldgeschenk verwandeln könne, dass einem solchen zerfetzten Bettler wohl willkommener sein würde als alle Frauen der Welt. Dem König gefiel dieser Rat und er ließ daher Maskione fragen, wie viel Geld er statt der ihm versprochenen Prinzessin haben wolle. Worauf dieser unter Beistimmung seiner Gefährten antwortete, ich verlange so viel Gold und Silber, als einer von meinen Begleitern tragen kann. Der König war zufrieden und als bald fing man an, auf Starkrücken eine Unzahl von Koffern mit Dukaten, Säcken mit Cichinen, Beutel mit Talern, Fässern mit Kupfergeld und Kisten mit gräulenden Ketten und Ringen zu laden. Je mehr man ihn aber bepackte, desto fester stand er, gleich einem Turmer, sodass als weder die Schatzkammer noch die Banken, Wurerer und Wechsler der ganzen Stadt genügten, der König bei allen vornehmen Leuten umher schickte und von ihnen Leuchter, Becken, Pokale, Schalen, Schüsse in Tellerkörbe und sogar Nachtgeschirre von Silberlein musste. Zwar genügte auch dies immer noch nicht, um das Geforderte vollzumachen, jedoch zogen endlich Maskion und seine Gefährten, wenn auch nicht mit voller Ladung, so doch gesättigt und überdrüssig ihres Weges. Als aber die Räte des Königs sahen, dass ein paar Lumpenhunde so viel Schätze fortschleppten, sagten sie zu ihm, dass es eine große Eselei wäre, die ganze Kraft des Reiches wegführen zu lassen, und es daher redlich schiene, diesen Kernleute nachzuschicken, und die Bürde jenes Atlas, der auf seinen Schultern einen Himmel an Gold und Silber trug, ein wenig zu erleichtern. Der König gab diesem Ratte Gehör und sandte Maskione sogleich eine scharpe Waffneter zu Fuß und Rost nach. Da Indes Hasenohr, der diesen Anschlag bereits belauscht hatte, seine Gefährten von ihm unterrichtete, und durch die Fußtritte derer, die die reiche Ladung abzuladen kam, der Staub schon bis zum Himmel emporstieg, fing Blasius, der sah, wie schlecht die Sachen standen, der gestalt zu Blasen an, dass er nicht nur alle sie verfolgenden Kriegsleute zu Boden warf, sondern sie auch noch mit der Kraft eines Nordwindes über eine Meile weit vortrieb, sodass Maskione nebst seinen Gefährten ohne weitere Hindernisse im Hause seines Vaters anlangte. Und da den Gewinn mit ihnen teilte. Denn man pflegt zu sagen, guter Dienst verdient guten Lohn. Worauf jene ganz froh und zufrieden fortgingen. Er selbst aber bei seinem Vater zurückblieb, reich wie ein Krösus, einem goldbelahnen Esel gleich, in dem auch ihm das Sprichwort nicht zum Lügner wurde. Gott gibt jedem, was er braucht. Der Knoblauchgarten Es lebte nämlich einmal in dem Dorfe Lavara ein Bauer namens Ambrosio, der sieben Töchter und nichts anderes besaß, um sie anständig in der Welt zu erhalten, als einen Knoblauchgarten. Dieser wackere Mann war innig befreundet mit Biasilio Goalecchia, einem in Resina sehr reich begüteten Manne, der Vater von sieben Söhnen war, von denen Nardukio, der Erstgeborene und des Vaters Herzblut, plötzlich auf einmal krank wurde und auf keine Weise geheilt werden konnte, obwohl der Beutel des Vaters in einem Fort offen stand. Als er nun Ambrosio eines Tages besuchte, fragte ihn Biasilio, wie viele Kinder er eigentlich hätte, worauf jener, der sich schämte, dass er nur Töchter zu erzeugen vermochte, erwiderte, ich habe vier Söhne und drei Mädchen. Wenn das so ist, versetzte Biasilio, so schicke mir einen von deinen Söhnen her, damit er meinem Sohn eine Gesellschaft leiste, du wirst mir dadurch einen sehr großen Gefallen erweisen. Ambrosio, der sich auf diese Weise selbst gefangen hatte, wusste nicht, was er antworten sollte, sondern nickte nur mit dem Kopf und nach Lavara zurückgekehrt, geriet er vor Ärger fast außer sich, indem er gar nicht wusste, wie er dem Freunde wieder vor die Augen treten sollte. Endlich jedoch rief er all seine Töchter, von der kleinsten bis zur größten, herbei und fragte sie, welche von ihnen es wohl zufrieden wäre, sich die Haare abschneiden zu lassen, Mannskleider anzuziehen und sie sich für einen Mannsperson auszugeben, um den kranken Sohne des Biasilio Gesellschaft zu leisten. Worauf die älteste Tochter namens Anukia entgegnete, ist mir etwa der Vater gestorben, dass ich mir das Haar abschneiden sollte? Die zweite Tochter namens Nora antwortete, noch bin ich nicht verheiratet und schon willst du mich mit abgeschorenen Haaren sehen. Die dritte namens Zapatina versetzte, ich habe immer sagen hören, dass Frauenzimmer keine Hosen anziehen sollen. Die vierte namens Rosa erwiderte, was Kuckuck noch einmal, komm mir nicht damit, dass ich mir zur Unterhaltung eines Kranken das anschaffen soll, was selbst in keiner Apotheke zu finden ist. Die fünfte namens Tiana sprach, sag dem Kranken, dass er abzuführen einnehme und sich zur Ader lasse, denn ich würde auch nicht eines von meinen Haaren für hundert Lebensfäden von Männern hingeben. Die sechste namens Lella sagte, als Frauenzimmer bin ich geboren, als Frauenzimmer lebe ich, als Frauenzimmer will ich auch sterben und mag nicht, um mich in einen vorgeblichen Mann zu verwandeln, meinen ehrlichen Namen verlieren. Das jüngste Nest für Gehirn jedoch, namens Beluccia, sah aber, dass der Vater bei jeder einzelnen Antwort seiner Töchter einen Seufzer ausstieß und antwortete, nicht nur wollte ich mich dir zuliebe in einen Mann, sondern sogar in ein Tier verwandeln und selbst noch ärgeres erdulden, wenn ich dir damit dienen kann. Ach, segne dich der Himmel, erwiderte Ambrosio, denn für das Leben, das ich dir gegeben, gibst du mir ein neues Leben wieder, darum keine Zeit verloren, sondern frischern Zwerg. Und nachdem er ihr die Haare, die den Heschern Amors als vergeudete Schlingen dienten, abgeschnitten und ihr einen zerrissenen Männeranzug ausgepflegt hatte, brachte er sie nach Resina, wo sie von Bersillo und seinen kranken Sohne, der zu Bette lag, mit den größten Freundschaftsbezeigungen der Welt empfangen wurde. Ambrosio kehrte hierauf nach Hause und ließ Belluccia zurück, damit sie den kranken Narduccio bedienen sollte. Als dieser nun die ungewöhnliche Schönheit Belluccias unter den Lumpen hervorleuchten sah, sprach er bei sich selbst, indem er sie immer wieder von neuem anschaut und mit den Augen fast verschlang, wenn ich nicht ganz blind bin, so ist das ein Frauenzimmer. Die Zartheit ihres Angesichts zeigt es, ihre Sprache bestätigt es, ihr Gang bekräftigt es, mein Herz sagt es und Amor verrät es, es ist ohne Zweifel ein Frauenzimmer und wird wohl hierher gekommen sein, um in ihrer Männertracht meinen Herzen durch diese List einen Hinterhalt zu legen. Der sich nun ganz diesem Gedanken ergab, versank er in solche Traurigkeit, dass das Fieber noch viel mehr zunahm und die Ärzte ihn in einen sehr gefährlichen Zustand erfanden, so dass die Mutter, die ihn von ganzer Seele liebte, zu ihm sprach, Lieber Sohn, Licht meiner Augen, Stab und Krücke meines Alters, was soll das bedeuten, dass du, statt an Kraft zuzunehmen an Gesundheit abnimmst und statt vorwärts zu kommen, immer rückwärts gehst? Ist es möglich, dass du deine Mutter so betrüben willst, nicht die Ursache deiner Krankheit zu sagen, damit sie sie beseitigen könne? Sprich doch, mein Juwel, verheimliche mir nichts, öffne mir dein Herz, wirf deine Bürde ab und sage mir frei heraus, was du willst und wünschst, für das Übrige lass mich sorgen, denn ich werde alles tun, was du verlangst. Durch diese Worte ermutigt fing Nadu Chia an, ihr seine Leidenschaft zu entdecken und ihr zu sagen, wie er sich davon überzeugt hätte, dass der Sohn Ambrosius ein Mädchen sei und dass, wenn er sie nicht zur Frau bekäme, er beschlossen hätte, dem Lauf seines Lebens ein Ende zu machen. Nur sachte, erwiderte die Mutter, um deinen Wunsch will fahren zu können, wollen wir erst untersuchen, ob sie ein Frauenzimmer oder eine Mannsperson, ob das Feld flach oder hügelig ist. Ich will mit ihr in den Stall gehen und sie eines der wildesten Pferde von denen, die wir haben, besteigen lassen. Denn wenn sie ein Frauenzimmer ist, so fehlt ihr wie allen Frauen der Mut und sie wird nicht daran wollen, sodass wir dann gleich wissen, woran wir sind. Dieser Einfall gefiel dem Sohne. Die Mutter stieg mit Beluccia in den Stall hinunter und ließ sie ein unbändiges, junges Ross geben, das Beluccia jedoch sogleich sattelte. Mit einem wahren Löwen Mut bestieg und anfing, einen Pass zu reiten, zum Verwundern, einen Galopp zum Erstaunen, Folten zu machen, zum Entzücken, Pirouetten, um außer sich zu geraten, Kurbetten, um Maul und Ohren aufzusperren und Kapriolen, die mehr jener als dieser Welt angehörten. Weswegen die Mutter zu Narduccio sagte, lass deine närrische Grille fahren, mein Sohn, denn du siehst, dass dieser Bursche sattelfester ist als der älteste Kavallerist der Welt. Trotzdem beharrte Narduccio bei seinem Sinn und sagte aufs Neue, dass es durchaus ein Frauenzimmer wäre und selbst alle Heiligen ihm diesen Glauben nicht benehmen würden. Um ihm nun diesen Wahn zu benehmen, begann die Mutter wieder, nur nicht so hetzig, mein Sohn, wir wollen noch eine Probe machen und sehen, woran wir sind. Darauf ließ sie eine Muskete holen, hieß Beluccio herbeirufen und sagte zu ihr, sie solle sie laden und abfeuern. Diese ergriff sogleich das Gewehr, schüttete Schießpulver in den Lauf und damit Liebespulver dem Narduccio in den Leib, legte die Lunte an das Schloss und Feuer an das Herz des Kranken und indem jene sich entlud, beschwerte sich das Herz des Ärmsten mit Liebessehnsucht. Als die Mutter die Fertigkeit, Gewandheit und Geschicklichkeit sah, mit der der Bursche die Muskete abfeuerte, sprach sie zu Zanaduccio, was du denkst, ist alte Torheit, denn ein Frauenzimmer kann das nicht alles tun, was der da tut. Narduccio aber beruhigte sich nicht dabei, sondern stritt immer fort und würde sein Leben gewettet haben, dass diese schöne Rose keinen Stachel hatte. Daher er wiederum zur Mutter sprach, Glaub mir nur, liebe Mutter, wenn dieser schöne Baum der Liebesanmut mehr Kranken nur eine einzige Feige geben sollte, so würde ich kranker dem Arzt die Feige weisen. Darum müssen wir in jedem Fall suchen, Gewissheit zu erlangen. Wenn nicht, so ist mit mir vorbei, denn ich ruhe entweder in ihrem Schoß oder in dem der Erde. Da die arme Mutter sah, dass er hartnäckiger war, als je durchaus auf seinem Sinn beharrte und immer wieder auf den besagten Hammel zurückkam, sprach sie zu ihm, um dir noch genauere Überzeugungen zu verschaffen, so gehe mit ihm baten. Und dann wirst du sehen, ob Berg oder Tal, freier Platz oder Sackgasse, Zirkus Maximus oder Dreians Säule vorhanden ist. Richtig, rief Natuccio aus. Das ist das Rechte. Und jetzt hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und heute muss es sich endlich zeigen, ob es Bratspieß oder Pfanne, Wirkholz oder Sieb, Spritze oder Trichter ist. Beluccia aber, die den Anschlag witterte, ließ rasch einen Knecht ihres Vaters zu sich kommen, der gar schlau und pfiffig war, und wies ihn an, dass, wenn er sie am Meeresufer im Begriff sehe, sich auszukleiden, er ihr die Nachricht bringen sollte, dass ihr Vater nah daran wäre, in den Himmel zu fahren, und sie noch einmal sehen wollte, ehe der Kreisel des Lebens Stillstand machte. Als dieser nun, genau aufpassend, wahrnahm, dass Natuccio und Beluccia sich bereits am Meer befanden und schon anfingen, sich auszukleiden, tat er, wie ihm geheißen war, und er führte einen Auftrag aufs Beste aus, sodass Beluccia nach Anhörung der ihr gebrachten Nachricht sich bei Natuccio beurlaubte und den Weg nach Resena einschlug. Natuccio aber kehrte mit gesenktem Kopf, verdrehten Augen, erblasstem Angesicht und bleichen Lippen zur Mutter zurück und erzählte ihr, wie schief die Sache gegangen wäre, und dass er wegen des Querstrichs, der ihm gemacht wurde, nicht hätte den letzten Versuch machen können. Nur nicht verzweifelt, versetzte die Mutter. Geduld überwindet alles, drum gehe also ohne weiteres in das Haus Ambrosius und rufe seinen Sohn, und an dem schnellen oder langsam herunterkommen, wirst du dann sehen können, woran du bist und ob man dir eine Nase drehen will oder nicht. Bei diesen Worten färbten sich die erbleichten Backen Natuccios wieder, und als am folgenden Morgen die Sonne ihre Strahlen ergriff und die Sterne verjagte, begab er sich geradewegs nach dem Hause Ambrosius, ließ diesen herausrufen, und er suchte ihm, ihn doch seinen Sohn herunterzuschicken, da dieser ihm unter den Händen entwicht sei. Er aber gleichwohl etwas Wichtiges mit ihm zu sprechen habe. Ambrosio nun bat ihn, ein wenig zu warten. Er würde ihm bald seinen Sohn senden, worauf Belluccia, um nicht in Flagranti ertappt zu werden, sich schnell Rock und Mieder aus und die Hosen anzog, indem sie dann aber über Hals und Kopf hinunter eilte, vergaß sie, dass sie noch Ohrringe in den Ohren hatte, sodass Narduccio, wie man an den Ohren des Esels das schlechte Wetter erkennt, an den Belluccias ein Zeichen desjenigen heiteren Wetters erkannte, wonach er sie so sehr sehnte, und sie packend wie einen Bullenbeißer zu ihr sprach, du sollst mein Weib sein, zum Trotz des Neides, zum Tort des Schicksals und sogar zum Hohn des Todes. Als Ambrosio die redlichen Absichten Narduccio sah, sagte er zu ihm, wenn nur dein Vater zufrieden damit ist und mit einer Hand zufasst, so greife ich mit Hundert zu. Worauf alle miteinander sich nach dem Hause Basilius begaben, der ebenso wie seine Frau voll Freude darüber, ihren Sohn frisch und gesund wiederzusehen, die Schwiegertochter mit unsäglicher Herzlichkeit empfing. Und da sie nun von Ambrosio wissen wollte, wie er denn auf den Einfall gekommen wäre, seine Tochter in Mannskleider zu stecken, und hörten, er hätte es getan, um nicht zu entdecken, dass er so ein Pinsel gewesen wäre, sieben Mädchen zu zeugen, sprach Basilo. Da der Himmel mir so viele Söhne und dir so viele Töchter geschenkt hat, so wollen wir auch sieben Fliegen mit einem Schlagtot machen. Drum ringen sie nur sämtlicher zu mir. Ich will sie alle meinen Söhnen zu Weibern geben, denn ich habe Gott sei Dank so viel Gräten, als diese Fische brauchen. Kaum hatte Ambrosio diese Rede vernommen, so holte er wie im Fluge all seine anderen Töchter herbei, vorauf in dem Hause Basilius die siebenfache Hochzeit mit großen Festlichkeiten gefeiert wurde, sodass die Musik und das Jauchzen bis zum siebten Himmel empor scholl. Und indem sie nun alle auf diese Weise froh und fröhlich waren, sah man ganz deutlich die Wahrheit des Sprichwortes, Gottes Treu ist alle Tage neu. Der Mistkäfer, die Maus und das Heimchen Es lebte einmal in Vormaro ein steinreicher Landmann namens Mikone, der einen Sohn mit Namen Nardiello hatte. Dieser Sohn nun war der größte Einfallspinsel, den man je in der Welt gesehen, sodass der arme Vater sich darüber ganz unglücklich fühlte und gar nicht wusste, auf welche Art und Weise er ihn dazu bringen sollte, irgendetwas Vernünftiges, irgendetwas, das Hand oder Fuß hatte zu tun. Denn wenn Nardiello mit anderen lustigen Brüdern das Wirtshaus besuchte, um sich mit ihnen dort einen guten Tag zu machen, so wurde er von ihnen stets auf das Ärgste gehänselt. Wenn er zu liederlichen Weibsbildern ging, so bekam er immer das schlechteste Fleisch und musste es noch obendrein über die Taxe bezahlen. Und wenn man darum spielte, wer die Zeche bezahlen sollte, so betrug, überlistete und übervorteilte man ihn der Gestalt, dass er bald auf eine oder die andere Weise schon über die Hälfte des väterlichen Vermögens durchgebracht hatte. Hierüber nun erhob Mikone stets seinen Teufelslärm, in dem er schrie und drohte und zu sagen pflegte, was soll denn daraus werden, du Lidayan? Siehst du denn nicht, dass mein Harpe und Gut bereits auf die Neige geht? Lass doch einmal diese verdammten Wirtshäuser beim Kuckuck, wo man stets mit Bösem anfängt und mit noch Schlimmeren ändert. Diese Höhlen, die eine Migräne für den Kopf, eine Wassersucht für die Kehle und ein Durchfall für den Geldbeutel sind. Lass doch endlich einmal das verdammte Spiel, das das Leben in Gefahr setzt, Hab und Gut hinbringt, Freuden zerstört, Leiden vermehrt, wodurch Würfe und Karten dich nur Armut und Elend erwarten, man durch Streit und Ärger so mager wird wie eine Spindel. Und lasse doch endlich einmal davon ab, den liederlichen Menschen nachzulaufen, diesen Ausgeburten der Hölle, dieser schändlichen, schmächlichen Brot, für die du verschwendest Gut und Blut. Am faulen Fleisch fühlst du jetzt behagen und hast dann später keinen Knochen zu nagen. Denn diese nichtswürdigen Metzen bringen Unglück über dich. Nicht Metzen, sondern scheffelweise. Meide also die Gelegenheit und reiß dich los vom Laster. Denn wenn die Ursache entfernt wird, wie einmal jemand gesagt hat, wird auch die Wirkung entfernt. Jetzt aber nimm diese hunderte Dukaten, gehe damit auf den Viehmarkt nach Salerno und kaufe dafür nichts als Kälber, die uns dann nach drei oder vier Jahren lauter Ochsen abgeben werden. Mit diesen Ochsen fangen wir dann an, so viel Feld als möglich zu bestellen. Sind die Felder bestellt, so unternehmen wir einen Kornhandel. Und stellt sich vielleicht gar eine Teuerung ein, so müssen wir die Taler scheffelweise messen. Allermeistens kaufe ich dir einen Alstern einen Titel, der auf dem Grundbesitz irgendeines Freundes haften soll. Und dann bist du ebenso gut ein Betitelter wie so viele andere. Darum pass auf, mein lieber Sohn. Lasse nichts unbeachtet, vernachlässige nichts, denn aller Anfang ist schwer. Lass du mich nur sorgen, besitze Nardiello. Denn ich habe meine Rechnung schon nach Einregeln gemacht. Und das ist schön, erwiderte der Vater und händigte ihm Alstern die hunderte Dukaten ein. Jena nun machte sich sogleich auf den Weg nach der Messe, war aber noch nicht bei den Gewässern des Sarno angelangt, jenes schönen Flusses, welcher der alten Familie der Sarnelli ihren Namen gibt, als er in einem schönen Ulmenwäldchen neben einem Felsen, der mit Hilfe eines beständigen Aderlasses von frischem Wasser sich ringsum mit Eva bekleidet hatte, eine Fee erblickte, die mit einem Mistkäfer spielte, der so anmutig summte, dass es wie eine Gitarre schallte und ein Spanier es für etwas ganz Köstliches und Ungemeines gehalten hätte. Als Nardiello dich sah, blieb er wie bezaubert stehen, um zu lauschen und sagte, dass er so ein Auge darum geben würde, wenn er ein so kunstreiches Tier besäße, worauf die Fee erwiderte, dass, wenn er ihr hundert Dukaten zahlte, sie ihm den Käfer geben wollte. Das trifft sich ja ganz prichtig, versetzte Nardiello, denn ich habe gerade so viele Füchse in der Tasche. Und indem er dies sagte, warf er ihr die hundert Dukaten in den Schoß, setzte den Käfer in ein Schächtelchen und eilte dann mit freudestrahlenden Augen zum Vater zurück, dem er schon von Ferne zu rief. Jetzt sollt ihr sehen, Herr Vater, ob ich Grütze im Kopf habe und weiß, wie die Sachen anzufangen sind, denn ohne mich erst auf der Messe herumzuplagen, habe ich auf halbem Weg mein Glück getroffen und dieses Juwel für hundert Dukaten erstanden. Als der Vater diese Rede vernahm und das Schächtelchen sah, glaubte er ganz bestimmt, dass Nardiello irgendeinen Diamantenschmuck erkauft hatte. Kaum hatte er jedoch die Schachtel geöffnet und den Käfer erblickt, so wurde der Zorn über seinen Töpel von Sohn und der Schmerz über seinen Verlust zum Blasebalg, der ihn wie eine Kröte aufblies, der Gestalt, dass Nardiello, der ihm von den Eigenschaften des Käfers erzählen wollte, gar nicht zu Wort kommen konnte. Ernehm der Vater immerfort schrie, schweig, Junge, öffne den Mund nicht, stopf dir's Maul, halt den Rand, muckse nicht, du Schaf, du Pferd, du Esel. Gleich gehst du und gibst den Käfer wieder zurück und hier hast du noch hundert Dukaten. Dafür kaufst du lauter Kälber und kommst bald wieder. Lass dich aber ja nicht vom Teufel blenden, denn sonst breche ich dir die Rippen am Leib und zwei. Nardiello nun nahm das Geld, machte sich wieder auf den Weg und fand an demselben Ort wie früher eine andere Fee, die mit einer Maus tendelte, welche die schönsten Tanztouren machte, die man je gesehen. Nardiello stand eine Zeit lang mit offenem Munde und wie versteinert da, indem er die Gewandtheit und Behändigkeit, die Wendung, Sprünge und Kapriolen des Tierchens sah, bis er endlich die Fee fragte, ob sie wohl verkaufen möchte, denn er wolle ihr hundert Dukaten dafür geben. Die Fee nun ging auf das Gebot ein, nahm die Füchse und übergab ihm die Maus, mit welchem Nardiello nach Hause zurückkehrte. Als der arme Vater den herrlichen Kauf gewahr wurde, gebärdete er sich wie unsinnig und schlug um sich wie ein choleriges Pferd, sodass er Nardiello, während ich gerade ein Nachbar bei dem Spektakel gegenwärtig gewesen, sicherlich den Buckel ganz gehörig durchgebläut hätte. Endlich jedoch gab ihm der Vater, nachdem er sich einigermaßen besänftigt, noch einmal hundert Dukaten und sprach zu ihm, Sieh dich vor, dass du nicht wieder in solche Albernheit begehst, denn zum dritten Male kommst du nicht so wohlfeilen Kaufs davon. Gehe so nach Salerno und kaufe die Kälber, denn bei der Seele, meine Eltern, wenn du jetzt wieder in solchen Bockstreich machst, dann wehe der Mutter, die dich geboren. Nardiello schlicht gesenkten Hauptes davon und auf dem Weg nach Salerno wieder am selben Ort anlangend, fand er wieder eine andere Fee, die mit dem größten Entzücken dem Gesang einer Grille lauschte, der auf so liebliche Weise ertönte, dass die Horchenden dabei in einen süßen Schlummer versanken. Komm, hörte Nardiello diese neue Art Nachtigall, so ergriff er auch ihn die Lust, sie anzukaufen, was ihm denn wirklich für hunderte Dukaten gelang. Und nachdem er das Tierchen in einen Käfig aus Kürbis und Holzstäbchen gesetzt, kehrte er zum Vater zurück. Der jedoch bei diesem dritten Eselstreich die Geduld verlor und einen Knüppel ergreifend Nardiello so gewaltig durchweigte, wie man nur irgend denken kann. Sobald indes Nardiello den Händen seines Vaters entkommen konnte, nahm er die drei Tierchen alle, verließ das Land und machte sich auf den Weg nach der Lombardei. Dort lebte nun damals ein Vornehmerherr namens Cenzone, welcher eine einzige Tochter hatte, die Mila geheißen, und infolge einer Krankheit von so großem Trübsinn befangen war, dass man sie in einem Zeitraum von sieben Jahren auch nicht ermahnte Lachen sehen. Und daher der Vater nach tausendfachen vergeblichen Mitteln und nachdem er alles Mögliche daran gesetzt eine öffentliche Bekanntmachung ergehen ließ, dass, wer seine Tochter zum Lachen bewegen könne, sie zur Frau erhalten solle. Als Nardiello hiervon hörte, wollte er sein Glück versuchen, trat daher vor Cenzone und er bot sich, dessen Tochter zum Lachen zu bringen. Worauf dieser versetzte, Seh dich vor, Freund, denn wenn es dir nicht gelingt, so kostet es deine Mütze und das, was darin steckt. Mag es kosten, was es will, erwiderte Nardiello, und daraus entstehen, was da will. Ich will es versuchen. Der König ließ nun die Tochter kommen und unter einem Baldachi niedersitzen, worauf Nardiello die drei Tierchen aus ihrem Behältnis zog und dieser auf so anmutige und scherzhafte Weise zu spielen, tanzen und singen begann, dass Mila darüber laut zu lachen, der Fürst aber in seinem Herzen zu weinen anfing. Weil er Kraft seiner Aufforderung sich gezwungen sah, ein Juwel von Frau einem Bodensatz von Mann zu geben. Da er indes sein Wort nicht brechen konnte, sprach er zu Nardiello, Ich gebe dir meine Tochter zur Frau und mein Reichheitsaussteuer, jedoch unter der Bedingung, dass, wenn du nicht binnen drei Tagen die Ehe vollzogen hast, ich dich den Löwen vorwerfen lasse. Da bin ich ganz ohne Furcht, versetze Nardiello, denn bis dahin wollte ich nicht nur die Ehe mit deiner Tochter, sondern noch ganz andere Dinge vollziehen, nur sachte, erwiderte jener, gesagt ist leichter als getan. Als nun der Abend des Hochzeitsfestes gekommen war und die Sonne wie ein Dieb mit einer Kappe vor dem Gesicht ins Gefängnis des Westens gebracht wurde, ging das Brautpaar zu Bett. Der König hatte jedoch dem Nardiello hinterlistigerweise einen Schlaftrunk geben lassen, sodass dieser die ganze Nacht hindurch nichts tat als Schnarchen. Ebenso erging es ihm auch in der zweiten und dritten Nacht, da er der König ihn endlich in den Löwenzinger werfen ließ. Als sich Nardiello auf diese Weise in größter Gefahr sei, öffnete er das Behältnis, in dem ihm die Tierchen hatte, und sprach, Da mich nur einmal mein böses Schicksal durch einen unseligen Magnet in diese traurige Lage gezogen hat und ich euch, ihr schönen Tierlein, nichts anderes hinterlassen kann, so will ich euch doch wenigstens freilassen, damit ihr gehen könnt, wohin es euch gut dünkt. Sobald die Tierchen sich solcher Gestalt in Freiheit gesetzt sahen, fingen sie an, dermaßen lustig zu hüpfen und zu springen, dass die Löwen wie Versteinerter standen, während die Maus zu Nardiello, der schon vor Furcht dem Tode nah war, also sprach, Nur Mut, Freund, wenn du uns auch die Freiheit schenkst, so werden wir dir doch von Antreuer dienen als je, da du uns stets mit so vieler Sorgfalt gefüttert, mit so vieler Aufmerksamkeit gepflegt und zuletzt durch unsere Freilassung uns ein Zeichen so großer Liebe gegeben hast. Sei überzeugt, dass wer Gutes tut, auch Gutes erfährt, und wie es in den Wald scheit, so scheit es auch wieder heraus, denn wir sind gescheit und wollen dir zeigen, ob wir Macht und Gewalt genug besitzen. Darum folge uns nur nach, du sollst sicherlich aus dieser Gefahr befreit werden. Nardiello ging ihnen also nach, und die Maus machte rasch ein so großes Loch, dass ein Mensch hätte durchkriechen können, vermittelt, dass Nardiello wie auf einer Leiter aus der Grube stieg und in Sicherheit gelangte, worauf die Tierchen ihn in eine Hütte brachten und zu ihm sagten, er solle ihn befehlen, was er nur irgend wolle, denn sie würden alles tun, was er wünsche. Mein Wunsch wäre der, versetzte Nardiello, dass, wenn der König seine Tochter einem anderen Mann gegeben hat, ihr mir den Gefallen erweist, ihn seine Ehe nicht vollziehen zu lassen, sonst würde er zugleich mein Todesurteil vollstrecken. Das ist ja gar nichts und federleicht, erwiderten die Tierchen. Sei guten Mut und erwarte uns hier, denn wir werden dich bald in eine bessere Lage bringen. Die Tierchen begaben sich hierauf an den Hof und fanden, dass der König seine Tochter an einen vornehmen Engländer verheiratet hatte und das fast gerade an diesem Abend angezappt werden sollte. Sie schließen sich daher unbemerkt ins Brautgemach und warteten ab, bis abends der Mond herauskam, um die Gluckhenne mit den Küchlein mit Tau zu füttern und das Brautpaar zu Bett ging. Da bei der Bräutigam zu viel Ladung eingenommen und sich den Wands zu voll gestopft hatte, so war er kaum ins Bett gekrochen, als er auch schon wieder wie tot schlief. Sobald der Mistkäfer ihn schnarchen hörte, schlich er ganz leise die Bettstelle hinein und kroch, unter der Decke angelang dem Bräutigam rasch in den Hintern, wo er ihm dermaßen als Stuhlzäpfchen diente, dass ihm das Fass überlief und man mit Petraza sagen konnte, der liebe sanften Strom lockte er hervor. Wie nun die Braut das Sprudeln der Fontäne wahrnahm, die Luft, den Duft, die Frische und den Schatten, so weckte sie ihren Mann, der kaum merkte, mit was für Wohlgerüchen er seinen Abgott beräuchert hatte, als er vor Verdruss zu bersten und vor Scham zu sterben dachte. Er stand indessen auf, wusch sich über und über mit Laugereien und schickte nach den Doktoren, die das Übermaß des Hochzeitsschmausers als Ursache des gehabten Unfalls angaben. Am darauf folgenden Abend beriet er sich nun mit seinen Kammerdienern aufs Neue und alle waren der Meinung, dass er sich dicke Tücher umbinden solle, um einen neuen Unfall zuvorzukommen, welchen Rat er auch befolgte und dann zu Bett ging. Da er auch dieses Mal wieder einschlief und nun auch der Mistkäfer ihn wiederum denselben Streich spielen wollte, fand er den Zugang verrammelt, sodass er verdrießlich zu seinen Gefährten zurückkehrte und ihnen mitteilte, wie der Bräutigam sich Welle von Binden, Bollwerke von Windeln und Schanzen von Unterhosen gemacht habe. Als die Maus dies vernahm, sprach sie zu ihm, »Komm mit, und du sollst sehen, ob ich ein guter Minierer bin und du zu graben verstehe.« Und an Ort und Stelle angelangt, fingen sie an, ein Loch gerade über dem anderen zu nagen, durch das der Mistkäfer dann hineinkroch und dem Bräutigam ein neues Klistier gab. Der Gestalt, dass er ein Meer von flüssigen Topazen ausströmte und die Düfte Arabiens den ganzen Palast durchdrang. Hierüber erwachte alsbald die Braut, die fast den Atem verlor und bei der zitronenfarbigen Überschwemmung, die die Betttücher von schneeweißer holländischer Leinwand in gelbmoirierten venezianischen Taft verwandelt hatte, sich die Nase zuhaltend in das Zimmer ihrer Zofa eilte. Der unglückliche Bräutigam aber rief wieder seine Kammerdiener und begann eine lange Klage über sein Unglück, dass sein Innenleben einen so unzuverlässigen Sitz haben sollte, worauf seine Diener ihm so gut sie konnten trösteten. Emi doch rieten, in der dritten Nacht genauer aufzupassen, wobei sie ihm die Geschichte von dem an Blähungen leidenden Kranken und dem schlagfertigen Doktor erzählten. Von denen ersteren einmal ein Fist entwischte, wozu der Doktor auf gelehrte Weise Sanitatibus sagte. Als Seda aber einen zweiten Folgen ließ, sprach jener Ventusitatibus. Indem nun aber der dritte erscheu, schrie der Doktor aus vollem Halse Ascinititatibus. Wenn man daher die erste Mosaikarbeit, die er im Hochzeitsbett gemacht, dem übermäßigen Essen und die zweite dem verdorbenen Magen, dem ein Durchfall verursacht, zugeschrieben hätte, so würde man die dritte jedoch einer zur Gewohnheit gewordenen Bettmacherei zuschreiben und ihn mit Schimpf und Schande fortjagen. Seid ohne Furcht, versetze der Bräutigam, denn heute Nacht, koste es, was es will, habe ich mir vorgenommen aufzupassen, um mich nicht vom Schlaf besiegen zu lassen. Außerdem wollen wir aber auch überlegen, wie wir es anfangen müssen, um den Hauptkanal zu verstopfen. Damit, man nicht von mir sage, dreimal fiel er und lag beim dritten Mal. Dieser Verabredung gemäß ließ der Bräutigam, der inzwischen Zimmer und Bett gewechselt hatte, den folgenden Abend seine Leute kommen und beriet mit ihnen, wie er sich die Hintertür verrammeln könnte, damit sie ihm nicht wieder einen so schlimmen Streich spiele. Denn was das Wachbleiben betreffe, so sollten ihn nicht alle Schlaftränke der Welt entschläfern. Es befand sich aber unter seinen Dienern einer, der sich gern mit Feuerwerkerei beschäftigte. Und da nun jeder gern von seinem Handwerk spricht, so riet er dem Bräutigam, sich einen hölzernen Pfropfen zu machen, wie man ihn bei den Böllern braucht. Dieser Vorschlag wurde sogleich allgemein gebilligt, und nachdem man den Pfropfen gehörig angebracht hatte, sodass er ganz fest saß, ging der Bräutigam zu Bett. Jedoch ohne, dass er aus Furcht, der könne bei irgendeiner Bewegung der schönen Erfindung zerstören, die Braut anzurühren oder auch nur die Augen zuzumachen wagte, damit er bei jeder Aufforderung seines Leibes bereit wäre. Als daher der Käfer den Bräutigam immer wachbleiben sah, sprach er zu seinen Gefährten, Diesmal sind wir angeführt, und unsere Künste nützen uns gar nichts, denn der Bräutigam schläft nicht, und ich kann daher meinen Plan nicht durchführen. Warte ein bisschen, ich werde dir bald helfen, versetze die Grille und fing so lieblich zu singen an, dass der Bräutigam darüber einschlief, worauf der Mistkäfer sogleich eilte, die Dienste einer Klistierspritze zu verrichten. Da er doch die Tür verschlossen und den Weg verlegt hatte, so eilte er verwirrt und verzweifelt zu seinen Gefährten zurück und erzählte ihnen, wie die Sachen ständen. Unverzüglich lief daher die Maus, deren Wunsch bloß darauf gerichtet war, Nardiello zu dienen und zufriedenzustellen in die Speisekammer. Und indem sie alle Gefäße beroch, machte sie ein Mostrichfässchen ausfändig, in welches sie den Schwanz eintunkte. Dann lief sie in das Bett des Bräutigams und schmierte dem armen Engländer die Nasenlöcher gehörig ein, sodass dieser dadurch auf das Heftigste zu niesen anfing, den Zapfen mit aller Gewalt herausstieß und, da mit dem Rücken der Braut zugewandt lag, ihr denselben mit solcher Kraft in die Brust schoss, dass er sie fast tötete. Bei dem lauten Geschrei der Braut eilte sogleich der König herbei. Und indem er sie fragte, was ihr wäre, erwiderte sie, dass ihr eine Petard gegen die Brust geschleudert worden wäre. Zwar wunderte sich der König Gaser über diese ungereimte Rede, dass sie nämlich mit einer Petarde in der Brust sprechen könnte, als er jedoch die Decken und Laken emporhob, fand er die gelbe Ladung und den Böllerpfropfen, der die Braut eine tüchtige Schwiele gemacht hatte, obwohl es nicht ausgemacht war, was ihr mehr Schaden zufügte, ob der Gestank des Pulvers oder der Schlag der Kugel. Sobald der König diese Bescherung erblickte und vernahm, dass der Bräutigam nun schon zum dritten Mal sein Kapital flüssig gemacht hatte, jagte er ihn gleich aus seinem Lander. Und da er glaubte, dass ihm all diese Widerwärtigkeiten wegen dem armen Nardiello bewiesenen Grausamkeiten widerfahren wäre, so fing er an, sich heftig in die Brust zu schlagen und äußerte eben noch die lautesten Klagen, als plötzlich der Mistkäfer vor ihm erschien und zu ihm sprach. Verzweifle nicht, du König, denn Nardiello lebt und verdient es um seiner guten Eigenschaften Willen, der Schwiegersohn deiner Majestät zu werden. Wenn es dir also angenehm ist, dass er komme, so wollen wir ihn sogleich holen lassen. Sei mir auf das Beste willkommen mit dieser erfreulichen Nachricht, mein liebes Tierchen. Versetzte hierauf der König. Du hast mich aus einem Meer von Kummer gerettet, da ich wegen dem armen Burschen angetanen Unrecht schon gar schweres Leid in meinem Herzen empfand. Lass ihn daher als bald herkommen, denn ich werde ihn als meinen Sohn umarmen und ihn unverzüglich meiner Tochter zur Frau geben. Kaum vernahm dies der Käfer, so eilte er singend und springend in die Hütte, in der Nardiello sich aufhielt. Erzählte ihm alles, was vorgefallen war und eilte mit ihm in den königlichen Palast zurück, wo er vom König mit herzlichsten Umarmung empfangen wurde und dann die Hand der Prinzessin erhielt, so wie er auch durch Zauberei plötzlich in einen schönen Jüngling verwandelt wurde. Er ließ hierauf seinen Vater vom Flug holen und lebte mit ihm von nun an vergnügt und glücklich, indem er nach tausend Leiden und Drangsalen erfahren hatte, dass, ist die Not am größten, ist die Hilf am nächsten. Korvetto Es befand sich einmal im Dienste des Königs von Breitenfluss ein sehr wackerer Jüngling, der wegen seines trefflichen Benehmens von seinem Herrn im Hohen Grade geliebt, von allen Höflingen aber eben deshalb von Herzen gehasst und verabscheut wurde. Da sie als Fledermäuse der Bosheit den Tagesglanz der tugenden Korvetto's nicht anschauen konnten, der sich mit der Barenmünze lobenswerten Betrages die Gunst seines Gebietes erkaufte. Daher war der Zephir des ihm von dem Könige erwiesenen Wohlwollens für den Ingrimm, der vor Neid berstenden Einwahrer Chirurgo. Sodass sie zu jeder Stunde und in allen Winkeln des Palastes nichts anderes taten, als dass sie über den armen Korvetto brummten, murrten, flüsterten, zischelten, sich zuraumten und sprachen, was für ein Zauber hat denn dieser Hans Papp dem König angetan, dass dieser ihm so wohl will? Wie kommt er denn zu dem Glück, dass fast kein Tag vergeht, wo er nicht eine neue Gunstbezeichnung erhält? Denn wir gehen immer nur rückwärts wie die Seiler, kommen in unseren Umständen nur immer mehr zurück und dienen doch auch so treu wie die Hunde, schwitzen wie die Tagelöhner und jagen wie die Dammhirsche und die Wunsche des Königs aufs Haar zu treffen. Für Warmer muss nur ein Quäntchen Glück haben, denn wer das nur hat, fällt immer auf die Füße. Was ist aber zu machen? Wir können nur sehen und schweigen und sollten wir auch darüber bersten. Diese und ähnliche Worte flogen von dem Bogen ihres Mundes und glichen vergifteten Pfeilen, deren Ziel der Untergang Korvetto's war. Wehe dem, der zu der Hölle der Höfe verdammt ist, wo Schmeicheleien scheffelweise verkauft, Bosheiten und Dienste meiterweise zugemessen und Betrug und Verrat zentnerweise ausgewogen werden. Wer könnte daher sagen, wie viel Fußeisen der Hinterlist man ihm legte, um ihn fallen zu machen? Mit wie viel Seife der Falschheit man die Leiter der königlichen Ohren einschmierte, damit er herunterstürzte und sich den Hals bräche? Wer könnte die Gruben des Trugs zählen, die man in das Königsherz grub? Und die fallen freundschaftlichen Eifers, in die man ihn zu locken suchte. Korvetto aber, der gefeit war und die Kniffe sah, die Pfiffe merkte, die Schlingen wahrnahm und die Listen, Anschläge, Tücken, Ränke und Nachstellung seiner Feinde inne wurde, hielt stets die Ohren steif und die Augen weit offen, um nicht einen Fetre zu tun. Da er wohl wusste, dass das Glück der Höflinge gläsern ist. Je höher er aber stieg, desto tiefer und schneller sanken die anderen, sodass sie am Ende nicht mehr wissend, auf welche Weise sie ihn aus dem Weg räumen sollten, da ihre Verleumdung keinen Glauben fanden. Auf den Einfall kam, ihn durch Lobeserhebung in einen Abgrund zu stürzen. Eine Kunst, die in der Hölle erfunden und an den Höfen vervollkommet worden ist. Und zwar versuchten sie, ihre Absichten auf folgende Weise zu erreichen. Zehn Meilen von Schottland nämlich, wo selbst der Wohnsitz jenes Königs sich befand, wohnte ein wilder Mann, der grimmigste und scheußlichste Aller, die je aus dem Land der wilden Männer gekommen, der vom König verfolgt sich auf dem Gipfel eines Berges in einem Wald festgesetzt hatte, der so dicht war, dass selbst nicht einmal die Vögel daran nisteten und die fest verschlungenen Zweige auch nicht einen einzigen Blick der Sonne durchließen. Dieser wilde Mann nun hatte ein schönes Ross, das aussah wie gemalt und unter vielen anderen vortrefflichen Eigenschaften auch die Gabe der Rede besaß, das durch eine besondere Zauberkraft ebenso sprechen konnte wie ein Mensch. Da nun die Höflinge wussten, wie gräulich der wilde Mann, wie entsetzlich der Wald, wie hoch der Berg und wie groß die Schwierigkeit, das Ross zu erhalten war, so traten sie eines Tages vor den König, gaben ihm eine genaue Schilderung von den Vollkommenheiten des Tieres und fügten hinzu, dass sein Besitz wohl eines Königs würdig wäre und er sich daher auf jede mögliche Weise bemühen sollte, es den Klauen des wilden Mannes zu entreißen, so wie das Corvetto am ehesten imstande wäre, es ihm zu entführen, weil er sehr gewandt wäre und es verstünde, ohne den Hund vom Ofen zu locken. Der König, der nicht ahnte, dass unter den Blumen dieser Worte eine Schlange verborgen lag, ließ Corvetto sogleich vor sich kommen und sprach zu ihm, »Wenn du mich irgend liebst, sieh zu, dass du mir das Ross des wilden Mannes, meines Feindes, auf eine oder die andere Weise verschaffst, denn es soll dich sicherlich nicht geräuen, mir diesen einen Dienst zu erweisen.« Corvetto merkte nun zwar recht gut, aus welchem bösen Loche dieser Windpfiff, machte sich aber dennoch, um dem König zu gehorchen, auf den Weg nach dem Berge, schlich sich ganz heimlich in den Stall des wilden Mannes, sattelte das Ross, schwang sich hinauf und mit den Füßen fest im Steigbügel machte er sich auf den Rückweg. Als das Ross sich aber aus dem Palast des Spornen sah, rief es aus, »Hey, da holla, Corvetto führt mich fort!« Bei welchem Geschrei der wilde Mann mit allen Bestien, die ihm dienten, hervorstürzte, um ihn in Stücke zu reißen. Obwohl Corvetto, von da eine Meerkatze, von dort einen Silberbär, links einen Löwen, rechts einen Werwolf hinter sich herkommen sah, jagte er dennoch die Sporen im Rosse, tüchtig in die Rippen stoßend, den Berg hinunter. Und indem er in einem Fort mit zerhängtem Zügel nach der Stadt zurück eilte, langte er glücklich im Palaste des Königs an. Sobald er ihm nun das Ross übergeben, umarmte ihn dieser wie seinen Sohn, zog seinen Beutel und füllte Corvetto die Hände mit blanken Talern, wodurch die Glut des Kreuz der Höflinge neue Feuerung erhielt. Und wenn sie früher durch Handbälge angeblasen wurde, so loderte sie jetzt wie durch Schmiedebälge angefacht hoch auf, indem sie sahen, dass die Tücken, durch die sie Corvetto's Glück zu vernichten gedachten, nur dazu dienten, den Pfad seines Gedeihens zu ebnen. Da sie jedoch wussten, dass die Eiche nicht auf dem ersten Streich fällt, wollten sie es noch einmal versuchen und sprachen zum König. Wir gratulieren dir aufs Herzliste zu dem schönen Rosse, das wahrhaftig die Zierde des königlichen Marstalls sein wird. Nur wünschen wir, dass du auch die Zimmertapeten des wilden Mannes bekommen könntest, denn die sind etwas unbeschreiblich Prächtiges. Und dein Name würde durch deren Besitz am Munde aller sein. Aber niemand anders kann deine Reichtümer durch diesen Schatz vermehren als Corvetto, der es ganz besonders weg hat, solche Dinge auszuführen. Der König, der tanzte wie man ihm pfiff und von diesen bitteren, aber überzuckerten Früchten eben nur die Schale aß, ließ Corvetto wieder vor sich kommen und bat ihn, ihm die Zimmertapeten des wilden Mannes zu verschaffen. Ohne ein Wort zu erwidern, begab sich Corvetto in ein, zwei, drei auf den Berg des wilden Mannes, schließt sich ungesehen in sein Schlafzimmer, verbarg sich unter dem Bette und wartete, ohne sich zu rühren, bis die Nacht und die Sterne lachen zu machen, dem Himmel das Gesicht schwarz anrußte, worauf er, nachdem der wilde Mann sich mit seiner Frau niedergelegt hatte, so leise wie möglich die Tapeten von den Wänden nahm. Und da er sogar auch die Bettdecke mit Fortmausen wollte, diese ganz sachte wegzuziehen anfing. Hierüber erwachte jedoch der wilde Mann und sagte zu seiner Frau, sie solle nicht so sehr ziehen, denn sie decke ihn ganz auf, sodass er sich leicht erkälten könnte. Was, Kuckuck? versetzte die Frau. Du deckst mich ja auf und ich liege ja schon ganz bloß. Wo Teufel ist denn die Decke? Sprach nun der wilde Mann. Und indem er die Hand aus dem Bette steckte, fasste er Corvetto gerade ins Gesicht, sodass er sogleich zu schreien anfing. Der Kobalt, der Kobalt-Heder-Lichter-Hortig! Und bei diesem Lärm das Haus in Aufruhr geriet. Corvetto hatte jedoch inzwischen die Tapeten zum Fenster hinausgeworfen, sprang ihn nach und eilte, sie rasch zusammenfassend, spor und streichst in die Stadt zurück, wo selbst er von dem König mit solchen Freudenbezeigungen überhäuft wurde, dass man sich weder diese noch auch den Ärger der Hüftlinge denken kann, die vor Verdrust fast barsten. Gleichwohl fassten sie den Plan, mit dem Nachtrab der Schelmerei über Corvetto herzufallen und traten daher wieder vor den König, der fast närrisch war, vor Freude über die Tapeten, da sie nicht nur von Seide gewirkt und mit Goldstickereien verziert waren, sondern auch außerdem noch tausenderlei sinnreiche Einfälle und Gedanken eingewebt hatten. Wie zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, einen Hahn, der beim Anblick der Morgenröte eben seine Stimme erheben wollte, mit einem Motto in toskanischer Sprache, Sol sciote temiri, Sonne, wenn ich dir nur sehe, ferne eine welke Sonnenblume mit einer gleichfalls toskanischen Überschrift, Halkalade sole, wenn die Sonne singt, und außerdem noch so viele andere Dinge, dass ein ganz anderes Gedächtnis und weit mehr Zeit, als sie meine genötig wäre, um alles herzuzählen. Im den nun, sage ich, die Höflinge den König voller Jubel und Freude antrafen, sprachen sie zu ihm, da Corvetto euch zuliebe schon so sehr Großes ausgeführt hat, so würde es nun eine Kleinigkeit sein, wenn er, um euch einen ganz besonderen Dienst zu erweisen, euch den Besitz des Palastes des wilden Mannes verschaffte, der von der Art ist, dass selbst ein Kaiser darin wohnen könnte. Denn er enthält so viele Flügel und Gemächer, dass er ein Herz so fassen vermöchte. Und ihr könnt euch die Höfe, Hallen, Bogengänge, Altanen, geruchslosen Latrinen und Röhrenkamine gar nicht vorstellen, die selbst mit so großartiger Architektur angelegt sind, dass die Kunst auf ihn stolz ist, die Natur sich schämt und das Staunen auf die Spitze getrieben wird. Der König, dessen Fantasie sehr empfänglich war und rasch schwanger wurde, ließ wiederum Corvetto rufen und sagte ihm, welch ein Gelüst nach dem Palast des wilden Mannes ihn ergriffen hätte und dass er zu so vielen Diensten, die er ihm erwiesen, auch noch diesen hinzufügen möchte, denn er würde ihn mit der Kreide der Dankbarkeit an die Tafel des Gedächtnisses schreiben. Corvetto nun, der bei jeder Gelegenheit gleich Feuer fing und sich eine Sache nicht zweimal heißen ließ, nahm sogleich die Beine über dem Buckel. Im Palast des wilden Mannes Anlangen fand er, dass dessen Frau von einem niedlichen wilden Männlein entbunden worden war, er selbst aber sich fortbegeben hatte, um seinen Vättern einzuladen, während die Wöchnerin aus dem Bette aufgestanden, voller Geschäftigkeit aller Anstalten zum Schmause traf. Sobald daher Corvetto in den Palast trat, sprach er zu ihr, grüß euch Gott, wackere Frau, ihr seid eine tüchtige Hauswirtin, warum plagt ihr euch denn aber gar sehr ab? Gestern erst war eure Niederkunft und heute schon arbeit ihr so sehr darauf los, ohne alles Mitleid mit euch selbst? Was soll ich tun? versetzte die Frau, wenn niemand da ist, der mir helfen kann. Ich bin ja da, erwiderte Corvetto und will euch aus allen Kräften beistehen. So seid mir vielmal willkommen, entgegnete die Frau, und da ihr mir so freundlich ja eure Dienste anbietet, so helft mir diese paar Stücke Holz spalten. Sehr gerne, antwortete Corvetto. Und wenn diese paar Stücke nicht genug sind, spalte ich mehr. Und indem er eine frisch geschliffene Axt ergriff, hieb er, statt in das Holz, der wilden Frau auf den Schädel, sodass sie strax zur Erde stürzte. Lief dann sogleich vor dem Eingang des Palastes, machte eine tiefe, tiefe Grube, und nachdem er sie mit Zweigen und Erde bedeckte, passte er hinter dem Tore auf, dass er den wilden Manne mit den Vätern ankommen sah, worauf er innerhalb des Hofes zu rufen anfing. Halt da, ich wird's euch geraten haben! Es lebe der König von Breitenfluss! Als der wilde Mann diese Herausforderung vernahm, eilte er nebst den Übrigen wie besessen auf Corvetto los, um aus ihm ein Ragu zu machen. Indem sie jedoch blindlings unter die Vorhalle des Tores liefen, fielen sie samt und sonders in die Grube. Sobald sie nun hinuntergestürzt waren und Corvetto sie mit Steinwürfen in einen Brei verwandelt hatte, verschloss er das Tor des Palastes und brachte die Schlüssel dem König, der jetzt, nachdem er den Eifer, den Mut und die Klugheit Corvetto's vollkommen kennengelernt, trotz seines niedrigen Herkommens, zum Ärger des Neiders und zum Verdruss der Höflinge, ihm seine Tochter zur Frau gab. Sodass auf diese Weise die Hindernisse der Missgunst für Corvetto zu Walzen geworden waren, auf denen er das Schifflein seines Lebens in das Meer des Glücks von Stapel lassen konnte. Während seine Feinde ganz beschämt und vor Wut fast berstend, mit einer langen Nase abziehen mussten. Denn des Bösen Strafe zögert zwar zuweilen, doch wird zuletzt sie immer ihn ereilen. Die beiden Brüder Es war einmal ein Vater mit zwei Söhnen, namens Marcuccio und Pamieru, der im Begriff sein konnte, um mit der Natur abzuschließen und die Rechnung des Lebens zu zerreißen, sie an sein Bett rief. Und zu ihnen also sprach Meine geliebten Söhne, Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Häscher der Zeit die Tür meiner Jahre einbrechen, um gegen die Gesetzbestimmung unseres Landes am Vermögen meines Lebens wegen meiner Schuld an die Erde die Pfändung vorzunehmen. Daher darf ich von euch, die ich mehr liebe als mich selbst, nicht scheiden, ohne euch einige nützliche Lehren zurückzulassen. Damit ihr mit dem Polarstern des Guten Rates dieses Meer der Drangsal durchschiffen und in einen sicheren Hafen einlaufen möget. Öffnet also eure Ohren, denn wenn auch das, was ich euch gebe, nicht zu sein scheint, so müsst ihr doch wissen, dass es ein Schatz ist, den euch die Diebe nicht stehlen, ein Haus, das Erdbeben nicht umstürzen und ein Besitzturm, das die Motten nicht zerfressen können. So förderst und von allen Dingen seid also gottesfürchtig, denn alles kommt von da oben, und wer diesen Weg verlässt, dem ist weder zu raten noch zu helfen. Gebt euch nicht der Trägheit hin, indem ihr wie die Schweine in der Mistpfütze heranwachst. Arbeit ist keine Schande, man muss sich rühren, so viel man kann, und wenn man auch für andere arbeitet, so füllt man doch seinen eigenen Marken. Seid sparsam mit dem, was ihr habt, wer da spart, verdient. Ein Pfennig und noch ein Pfennig machen endlich einen Thaler. Wer da aufhebt, findet, was du hast, das bist du. Heb auf im Sommer, dann hast du im Winter. Freund und Vettern sind gut beim Schmaus, doch dreimal weh dem leeren Haus. Wer Malz hat, kann brauen, und wer Geld hat, kann bauen. Wer nicht Moneten hat, ist ein Esel, ein Schaf, hat keine Ruhe im Wachen und im Schlaf. Daher streckt euch nie weiter, als die Decke lang ist, denn nur so weit das Geld reicht, so weit kommt man. So viel du hast zu knacken, so weit führe die Backen. Aber eine kleine Küche macht ein großes Haus. Schwatzet nicht viel, denn die Zunge hat zwar kein Bein, schlägt aber manchen den Rücken ein. Höre sie und schweig, wenn du in Frieden leben willst. Sehen und hören, ohne zu sprechen, rechnet man niemand an zum Verbrechen. Iss wenig und sprich wenig, besser bewahrt als beklagt, denn wer viel will sagen, wird sich oft beklagen. Seid mit wenig zufrieden, denn besser ist das Brot, das lange dauert, als der Kuchen ja bald zu Ende geht. Besser wenig mit frohem Herzen, als noch so viel mit Leid und Schmerzen. Wer das Fleisch nicht haben kann, trinke die Brühe. Wen andere Frauen nicht zu sich lahnen, soll genug am eigenen Weiberhahn. Besser ein hässlicher Fleck als ein hübsches Loch. Wer den Braten nicht haben kann, nage am Knochen. Geht immer mit solchen um, die besser sind als ihr, und sollte es euch etwas kosten. Denn sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. Wer sich mengt unter Kleie, den fressen die Säuer. Wer mit Hunden schlafen geht, steht mit Flöhen auf. Dem Schelm gib von deinem und lass ihn laufen, denn böse Gesellschaft bringt den Menschen an den Galgen. Erst bedenket, dann handelt. Denn es ist zu spät, das Bauer zuzumachen, wenn der Vogel fortgeflogen, oder den Brunnen zuzudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. Erst getan und nachgedacht, hat Menschen schon groß Leid gebracht, und zum Laufen hilft, nicht schnell zu sein. Flieh, zank und streit, und setz nicht den Fuß auf jeden Stein, damit ihr nicht fallt. Wer über zu viele Gräben springt, stürzt am Ende hinein. Ein Pferd, das ausschlägt, kriegt mehr, als es gibt. Wer einen Schlag gibt, bekommt zehn wieder. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er erbricht, und an den Galgen hängt man nicht bloß die Diebe. Seid nicht hochmütig, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Bück dich und bind dir die Schuhe. Hochmut zeugt von Unverstand. Der gute Alchemist leitet das Destillat durch die Asche, damit es den Dunst verliere, und der Verständige soll sich stets erinnern, dass die stolzen Gedanken am Ende auch zu Asche werden, damit die nicht der Dünkel mit Dunst erfülle. Kümmert euch nicht um Dinge, die euch nichts angehen, denn wer durch den Schornstein kriecht, macht sich schwarz, und wer sich mutwillig in Gefahr begibt, kommt darin um. Haltet euch fern von dem Vornehmen, denn die Liebe der Hohen ist des Morgens rot, des Abends tot. Darum räumt lieber Abtritte aus, als dass ihr bei Hofe dient, wo alle Dienste unfruchtbar, alle Pläne erfolglos und alle Hoffnungen leer sind, wo man unbemitleidet schwitzt, ohne Erholung läuft, ohne Licht zu Bett geht, ohne Ruhe schläft und ohne Behaken ist. Hütet euch vor Hohen, die da niederlegen, und vor Bauern, die im Porch stiegen, vor desperaten Bettlern und falschen Dienern, vor unwissenden Fürsten und bestechlichen Richtern, vor eifersüchtigen Weibern und Glückspilzen, vor eitlen Menschen und Weibern, die die Hosen anhaben, vor stillen Wässern und räucherigen Kaminen, vor bösen Nachbarn, verzogenen Kindern und neidischen Menschen. Endlich gebe ich euch wohl zu bedenken, Kunst macht Gunst. Wer Grütze im Nischel hat, hat sein Verstand am Schleifstein der Erfahrung schärft. Wer die Ohren steif hält, sich überall durchhilft. Denn wie man's treibt, so geht's. Noch tausend andere Dinge hätte ich euch zu sagen, aber der Tod steht mir schon an der Kehle und der Atem vergeht mir. Und indem er dies sagte, hatte er kaum die Kraft, seine Hand am Port zu heben, um seinen Söhnen zu segnen, worauf er sogleich die Segel des Lebens einzog und in den Hafen einlief, in dem alle Leiden dieser Welt ersaufen. Als nun der Vater auf diese Weise hingeschieten war, grub sich Makuchu seine Worte tief ins Herz und fing an, in der Schule fleißig zu studieren, die Akademien zu besuchen, sich von liederlichen Studenten fernzuhalten und nur von nützlichen Dingen zu reden, sodass er, ehe man sich dessen versah, der gelehrteste Mann des Landes wurde. Da aber nun einmal die Armut die stete Filzlaus der Tugend ist und das Wasser Fortuna sich von den mit dem Öl Minervas gesalbten Menschen fernhält, so blieb der arme Makuchu immer verachtet und in großer Dürftigkeit. Immer mit leerem Beutel und leerem Magen, sodass er es meist satt war, länger Bücherstaub zu fressen und, voll Verlangen, etwas Nahhaftes zu schlucken, es müde war, sich bei den Büchern Rat zu holen und doch nirgends die Hilfe zu finden, sich mit Abhandlung zu plagen und seinem Magen doch nie etwas zum Abhandeln geben zu können. Sein Bruder Pamiero hingegen hatte bald angefangen, den ganzen langen Tag hindurch auf das Flotteste zu saufen. zu spielen und sich in Kneipen herumzutreiben, ohne irgendeine Furcht vor Gott oder Menschen. Trotz all dem wurde er aber dick und fett und auf die ein oder andere Weise war sein Beutel immer gespeckt, sodass Makuchu, dies sehend, tiefe Reue darüber empfand, dass er durch den Rat seines Vaters den rechten Weg verfehlt hatte. Da ihm die Grammatik nie ein Gramm Fleisch gab, das Füllhorn der Weisheit ihn immer schwarz ließ und nur bitterste Not über ihn auslehrte und er bei aller Juristerei zwar wusste, was recht ist, aber nicht, wie man sich recht anisst. Wohingegen Pamiero sich durch das Knöcheln Fleisch auf die Knochen und durch Spiele mit der Hand Moneten in den Beutel spielte. Endlich jedoch konnte Makuchu dem Drang der Notwendigkeit nicht länger widerstehen und ging zu seinem Bruder, indem er ihn bat, dass da er einmal dem Glück im Schoß säße, er sich doch erinnern möge, dass die beiden von einem Fleisch und Blut und aus einem Mutterleib entsprungen wären. Pamiero aber, der durch die Gorting-Tur hartleibig geworden war, erwiderte hierauf, der du auf den Rat deines Vaters aus den Studien oblegen und mir immer das Spiel und die lustigen Gesellschaften vorgeworfen hast. Geh nur zu deinen staubigen Büchern und überlass mich meinem Unglück. Denn von mir hast du nicht einmal das Salz zum Brot zu erwarten, damit die Padreier, die ich habe, sauer genug werden und du alt und verständig genug bist, um dir zu erwerben, was du brauchst. Jeder muss für sich sorgen, Gott aber für uns alle. Wenn du kein Geld hast, geh stehlen. Willst du nicht hungern, so musst du auch nicht lungern. Und hast du Lust zu trinken, so trink Wasser, soll's auch stinken. Und nachdem er ihm diese und ähnliche Worte gesagt, kehrte er ihm den Rücken. Als Makuchu sich von seinem leiblichen Bruder so hartherzig behandelt sah, geriet er in solche Verzweiflung, Verzweiflung, dass er, entschlossen das Gold der Seele durch das Scheidewasser des Todes von den Schlacken des Leibes zu reinigen, sich nach einem ungeheuer hohen Berg begab, der als ein Spion der Erde erkunden wollte, was da druben in der Luft vorging. Oder vielmehr als Sultan aller Berge mit einem Wolkentorbahn sich zum Himmel emporhob, um sich den Mond daran anzustecken. Nachdem Makuchu zwischen Felsen und Höhen, auf einem ganz engen Pfade, so gut er konnte den Berg hinaufkletternd, den Gipfel erstiegen hatte und nun den tiefen Abgrund vor sich sah, so drehte er dem Brunnen seiner Augen den Hahn auf und wollte nach langem Jammern sich köpflings in die Tiefe hinunterstürzen, als eine schöne Frau in grüner Kleidung und mit einem Lorbeerkranz in dem goldgesponnenen Haar ihn am Arm ergriff und also zu ihm sprach. Was tust du da unglücklicher? Wohin lässt du dich von der Verzweiflung reißen? Bist du jener Freund der Tugend, der so viel Öl verbrannt und so viel Schlaf geopfert hat, um sich den Studien hinzugeben? Bist du der, der um seinen Ruhm wie eine rasche Galere die Welt durchfliegen zu lassen, so lange gearbeitet hat wie ein Galerensklave? Und nun verlierst du deinen Lohn und bedienst dich nicht der Waffen, die du in der Schmiede der Studien geschmiedet hast, gegen Not und feindliches Geschick. Weißt du denn nicht, dass die Tugend eine Arznei gegen das Gift der Armut ist, ein Schnupftabak gegen den Schnupfen des Neides, ein Rezept gegen die Krankheit des Alters? Weißt du denn nicht, dass die Tugend ein Kompass ist, um in den Stürmen der Drangsale sicher zu schiffen? Eine Windfackel, mit der man in der Nacht der Leiden seinen Pfad findet, ein festes Gebäude, das dem Erdbeben der Unglücksfälle widersteht. Bedenke, Bedauernswerter, bedenke, was du tust und kehre den Rücken nicht der zu, der dir den Mut, den Gefahren, Kraft, den Bedrängnis, Geduld und Verzweiflung verleihen kann. Wisse, dass der Himmel dich auf diesen so schwer zu ersteigenden Berg, wo die Tugend ihren Wohnsitz hat, geschickt hat, damit sie selbst, die du mit großem Unrecht anklagst, dich der bösen Absicht entreiße, die dich verblendet. Öffne also die Augen, fasse Mut, ändere deinen Sinn und damit du siehst, dass die Tugend immer gut ist, immer Wert hat und immer Hilfe bringt, so nimm hier dieses Papierchen mit einem Pulver und begib dich in das Königreich Breitenfeld, wo die Tochter des Königs dem Tode nahe ist, da sie kein Mittel für ihre Krankheit finden kann. Gib ihr dieses Pulver in einem frischen Ei. Sie wird dadurch ihrem Übel, das ihr bis jetzt wie eine Einquartierung alles Leben ausgesaugt hat, sofort ein Delegierungsdekret zu kommen lassen. Du aber wirst eine so große Belohnung erhalten, dass du dir die Armut vom Leib erschaffen und ohne Hilfe irgendeines anderen Menschen fortan deinem verdienstgemäß leben wirst. Marcuccio, der die Rednerin an der Nase ansah, wer sie war, warf sich ihr zu Füßen und bat sie um Verzeihung für die Torheit, die er habe begehen wollen. An dem er sprach, Die Decke ist mir vor den Augen gefallen und ich erkenne an deinem ganzen Wesen, dass du die Tugend bist, deren Lehren von jedermann gepriesen, aber nur von wenigen befolgt werden. Die Tugend, die es sich angelegen sein lässt, den Geist zu erheben, den Verstand zu schärfen, die Vernunft zu läutern, lobenswerte Bestrebungen zu unterstützen und schwingend zum Fluge bis in den obersten Himmel zu verleihen. Ich erkenne dich jetzt und bereue es tief, dass ich mich der von dir verliehenen Waffen so schlecht bedient habe, so wie ich dir auch gelobe von Stund an mich der Gestalt durch dein Gegengift so fein, dass mir auch das stärkste Gift der Versuchung für der hin nichts anhaben wollen. Indem Makuchu ihr nun bei diesen Worten die Füße küssen wollte, verschwand sie vor seinen Augen und ließ ihn so erquickt und gestärkt zurück wie einen armen Kranken, dem der Anfall vorüber ist, eine Herzstärkung gegeben wird. Er stieg hier auf den Berg hinab und begab sich nach Breitenfeld. Im Palast des Königs angelangt, ließ er ihn alsbald wissen, dass er die Prinzessin von ihrer Krankheit heilen wolle. Der König empfing ihn mit größter Freude und allen möglichen Ehrenbezeichnung und geleitete ihnen das Gemach seiner Tochter Wumakuchu, das arme Mädchen auf einem Gurtbett liegend und so abgezerrt und ausgemergelt fand, dass man an ihr nur noch Haut und Knochen sah. Die Augen waren so tief hineingesunken, dass man, um ihre Sterne zu sehen, Galilees Teleskop bedurft hätte. Ihre Nase war so spitz, dass sie als Stuhlzäpfchen hätte dienen können. Ihre Backen waren so eingefallen wie die eines Skeletts. Die Unterlippe hing ihr aufs Kinn herab, die Brust war flach wie ein Brett und die Arme glichen den abgenackten Schenkelknochen eines Lämmchens. Mit einem Wort sie bot einen dermaßen kläglichen Anblick, dass sie mit dem Kelch des Leidens dem Mitleid zuzutrinken schien. Als Makuchu dieses Bild des Elends vor sich sah, traten ihm die Tränen in die Augen, indem er zugleich bedachte, wie sehr die Hinfälligkeit der menschlichen Natur, den Angriffen der Jahre, den Veränderungen des Leibes, den Stürmen des Lebens unterworfen ist. Er forderte jedoch bald ein ganz frisches Hühnerei, ließ es auf ein paar Augenblicke ans Feuer setzen, schüttete dann das Pulver hinein und gab es der Prinzessin fast mit Gewalt ein, worauf er sie mit vierfacher Decke zudeckte. Die Nacht war aber noch nicht in den Hafen eingelaufen und vor Anker gegangen, als die Kranke ihre Dienerin rief, um sich von ihnen neues Bettzeug geben zu lassen, da das, auf dem sie lag, von Schweiß ganz durchnässt war. Und nachdem sie selbst abgetrocknet und ihr Lager neu gemacht hatte, forderte sie auch etwas Erfrischendes, ein Begehren, dass sie in den sieben Jahren ihrer Krankheit nicht über den Mund gekommen war. Man fasste daher die beste Hoffnung, gab ihr einen erquickenden Trank und indem sie alle Stunde sich mehr und mehr erholte und ihr Appetit alle Tage zunahm, war keine Woche vergangen, als sie sich auch auf das Vollkommenste wiederhergestellt sah und das Krankenlager verließ. Der König verehrte deshalb Makuchu wie den Gott der Arzneikunde, machte ihn nicht nur zum Herrn einer großen Baronie, sondern erhob ihn auch zum ersten Rat seines Hofes und vermählte ihn mit der reichsten Dame des Landes. Inzwischen war Pamiero alles wieder losgeworden, was er besessen hatte. Denn Spielgeld ist wie gewonnen so zerronnen. Und das Glück eines Spielers unbeständiger als irgendetwas anderes. Der Gestalt, dass er, sich arm und unglücklich sehend, den Entschluss fasste, so weit zu gehen, bis sich durch Veränderung seines Aufenthalts auch sein Geschick ändere oder sein Name aus der Stammrolle des Lebens ausgestrichen würde. Er machte sich daher auf den Weg und langte nach sechsmonatigen Umherstreifen so matt und müde in Breitenfeld an, dass er sich nicht mehr auf dem Bein zu halten vermochte. Und da er überdies kein Fleckchen hatte, wo er seinen Kopf hinlegen konnte, ihn auch der Hunger immer heftiger quälte und die Kleider ihm in Lumpen vom Leibe fielen, geriet er in solche Verzweiflung, dass er außerhalb der Stadt in einem verfallenden Hause seine Strumpfbänder aus gesponnener Baumwolle abnahm, sie zusammenknüpfte, daraus eine gehörige Schleife machte, die es an einen Balken befestigte und dann auf ein Häufchen Steine, dass er sich selbst gemacht, steigend sich herunterfallen ließ. Nun wollte aber sein Geschick, dass der Balken verfault und wurmstichig war und bei dem Ruck, den jener sich gab, mitten auseinanderbrach. Daher zwar der Lebendige gehängte, sich seine Rippen an den umliegenden Stein so übel zurichtete, dass er den Fall einige Tage lang fühlte. Zugleich aber auch vielen während der Balken auseinandergingen eine Anzahl goldener Ketten, Holzbänder und Ringe, die in der Höhlung des Holzes verborgen gewesen waren, auf die Erde. Und unter anderem auch ein Beutel des Corduan mit einer ziemlichen Menge Taler daran. Sobald also Pamiero sah, dass er durch einen Galgensprung den Graben der Armut übersprungen hatte, wäre er wie vorher aus Verzweiflung so jetzt vor Freude fast gestorben. Denn nun hing ihm auf einmal wieder der Himmel voller Geiten und indem er dieses Geschenk des Glücks rasch von der Erde zusammenraffte, lief er Spornstreich in ein Wirtshaus, um seine Lebensgeister, die kurz zuvor vor dem Entschwinden so nah gewesen, wieder aufzufrischen. Nun hatten aber Diepe zwei Tage vorher diese Goldsachen demselben Wirt gestohlen, zu dem Pamiru jetzt Essen ging und sie in jenem ihnen wohl bekannten Balken versteckt, um sie nach und nach hervorzuholen und zu zu verjubeln. Als da Herr Pamiru sich den Magen gehörig angefüllt hatte und den Beute herauszog, um zu bezahlen, wurde der vom Wirt sofort erkannt, sodass dieser alsbald einige Gerichtsdiener, Kunden seines Hauses herbeirufen und Pamiru feinsäuberlich vor den Richter führen ließ. Dort wurde der Gefangene noch weiter durchsucht, das Korpus Delicti bei ihm gefunden und er nach kurzem Prozess als überführt dazu verdammt, den Dreibein zu zieren und einen Lufthanz aufzuführen. Als nun der unglückliche Pamiru sich in dieser Tinte sah und merkte, dass auf die Vorfeier eines wollenden Strumpfbandes das Feste eines hänfenden Halsbandes und auf die Probe mit einem faulen Balken die Hauptverstellung mit dem Querholz eines neuen Galgen folgen sollte, fing er an mit den Zähnen zu klappern und auszurufen, dass er unschuldig wäre und gegen dieses Urteil berufe. Während er aber so durch die Straßen ging, heulend und schreiend, dass es keine Gerechtigkeit gäbe, dass die Arme nichts gehört und die Urteile aufs Geratewohl gefällt würden dem Schreiber nichts gesteckt, dem Beisitzer nicht geschmiert und dem Prokurator nicht den Beute gefüllt, er jetzt zu dem Dreibein noch seine eigenen beiden Beine hinzufügen sollte, begegnete er zufällig dem Bruder, der als Beisitzer des Königlichen Rates und Oberrichter den Verbrecher vor sich kommen ließ, um zu hören, was er zu sagen hätte. Und nachdem er den Fall vernommen, zu ihm sprach, beruhige dich, mein Freund, denn du weißt nicht, was für ein Glück dich erwartet und dass du der, du beim verersten Versuch ein Halsband von drei Spannen gefunden hast, bei diesem zweiten sicherlich ein anderes von drei Schuh finden wirst. Geh nur immerhin und lass es dir nicht leid tun, denn der Galgen ist dein leiblicher Bruder und da, wo andere ihr Leben verlieren, füllst du dir den Beutel. Da Pamiero sich auf diese Weise aufziehen hörte, sprach er zu dem Richter, Ich bin vor euch gekommen, um Gerechtigkeit zu erlangen, nicht um mich verhöhnen zu lassen. Meine Hände sind rein von dem Vergehen, dessen man mich anklagt, und ich bin ein ehrlicher Mann, wenngleich ihr mich so zerrissen und zerlumpt seht. Denn die Kutte macht den Mönch nicht, und nur weil ich auf den Rat meines Vaters Macciono und meines Bruders Macuccio nicht gehört hinzuzufügen. Als Macuccio seinen und seines Vaters Namen erwähnen hörte, so regte sich in ihm das brüderliche Blut. Und indem er Pamiero lange und genau betrachtete, schien es ihm, wie wenn er ihn erkenne, bis er endlich vollkommen den Bruder in ihm entdeckte und sich von Scham und Liebe, von Verwandtschaft und Ehre, von Gerechtigkeit und Mitleid ergriffen sah. Er schämte sich nämlich, sich als Bruder eines Geigenvogels zu entdecken. Es schmerzte ihn, sein Fleisch und Blut in solch einer Lage zu sehen. Die Bruderliebe trieb ihn mit unzuwiderstehlicher Gewalt, der Sache eine andere Wendung zu geben. Und die Ehre zog ihn zurück, damit er sich nicht vor dem König als Bruder eines wegen Longorum Fingerorum Angeklagten zu schämen brauche. Die Gerechtigkeit verlangte, dass dem verletzten Gesetz Genugtuung gegeben werde. Und das Mitleid drang in ihn, dass er sich die Rettung seines leiblichen Bruders anlegen sein ließ. Während er sich nun so mit seiner Überlegung auf der Kippe und mit seinem Entschluss in Ungewissheit befand, erschien plötzlich ein Gerichtsdiener in vollen Lauf, sodass ihm die Zunge zum Hals herausring und rief aus, Heda Holla halt einen mit der Hinrichtung. Was ist los? fragte Makucho, worauf jener versetzte, zum Glück für diesen armen Teufel hat sich etwas Wunderbares zugetracken. Wenn zwei Spitzbuben, die eine gewisse Summe Geldes und noch andere Kostbarkeiten, die sie in dem Balken eines alten Hauses versteckt hatten, hervorholen wollten und sie nicht mehr vorfanden, sodass jeder von ihnen dachte, der andere habe ihm diesen Streich gespielt, sind sich in die Haare geraten, haben einander tödlich verwundet und dann bei Ankunft des Richters alles bekennt, sodass dieser, da auf solche Weise die Unschuld dieses armen Menschen an den Tag gekommen ist, mich hergesandt hat, um die Hinrichtung zu verhindern und ihn vom Tode zu retten, da er frei von aller Schuld ist. Kaum vernahm dies Paniero, so wurde er, der eben erst Furcht gehabt, eine Elle länger zu werden, um eine Spanne höher. Makucho aber, der seinen Bruder wieder zu Ehren gebracht sah, warf die Maske ab, gab sich ihm zu erkennen und sprach, wenn du nun erfahren hast, lieber Bruder, in welches Verderben Laster und Spiel stürzen, so sie nun auch, welches Glück und welchen Segen uns die Tugend verleiht. Jetzt aber komm ohne weiteres an mein Haus und genieße zusammen mit mir die Früchte der Tugend, die dir so sehr zuwider war, denn ich habe die Verachtung, die du mir erwiesen, ganz vergessen und werde dich fortan mit aller Liebe eines Bruders umfassen. Indem er dies sagte, umarmte er Pamiero und führte ihn in sein Haus, wo ihn alsbald von Kopf bis Fuß neu bekleidete und ihn auf unwiderlegliche Weise erkennen ließ, dass alles andere Wind ist und die Tugend allein den Menschen glücklich macht. Die Monate Es waren einmal zwei Brüder, von denen der eine namens Tschanne ein behagliches Leben führte wie ein Graf. Der andere hingegen namens Elise kaum genug hatte, um sein Leben zu fristen. So arm, in dessen dieser an Vermögen war, eine ebenso niedrige Gesinnung besaß jener, sodass er seinem Bruder auch nicht einen roten Heller hätte zukommen lassen, um ihn vom Hungertode zu erretten und daher der arme Elise voll Verzweiflung seiner Heimat verließ. Er fing also an, bis er eines Abends nach einem sehr anstrengenden Tagmarsch in ein Wirtshaus kam, in dem er zwölf junge Menschen um ein Feuer sitzend fand. Als diese nun den armen Liese in einem so bemitleidenswerten Zustande sahen, da er teils durch die strenge Jahreszeit, teils wegen der zerlumpen Kleidung vor Kälte ganzer Stadt war, forderten sie ihn auf, neben ihnen am Feuer Platz zu nehmen. Er nahm die Einladung sehr gern an, da sie ihm höchst willkommen war, und fing an, sich zu wärmen, wobei einer der jungen Leute, dessen mürrisches, finsteres Aussehen beinahe furcht erweckte, fragte, was denkst du von diesem Wetterlands Mann? Was sollte ich denken? sprach Liese, ich denke, alle Monate des Jahres tun ihre Pflicht, wir aber, die wir selbst nicht wissen, was wir wollen, möchten gerne im Himmel Gesetze vorschreiben, und wenn wir nur die Dinge hätten, wie wir sie wünschten, so würden wir nicht sehr genau untersuchen, ob das, was wir uns in den Kopf setzen, auch so gut oder schlecht, nützig oder schädlich ist. Denn im Winter, wenn es regnet, wollen wir die Sonne im Löwen, dagegen im Monat August Wolkenbrüche haben, und bedenken nicht, dass, wenn die Sachen so wären, die Jahreszeiten drüber und drunter, die Saaten zugrunde, die Ernten zum Kuckuck gehen, die Laber der Menschen hinschwinden und Welt und Natur in großem Wirrwarr geraten würden. Wir wollen daher nur immer dem Himmel seinen freien Lauf lassen, der ja überdies die Bäume dazu geschaffen hat, um durch ihr Holz die Stränge des Winters und durch ihre Laubdächer die Hitze des Sommers zu mildern. Du sprichst wie Salomo, erwiderte der Jüngling. Du kannst aber doch nicht leugnen, dass der Monat März, in dem wir uns jetzt befinden, durch so viel Frost und Regen, Schnee und Hagel, Wind und Wetter, Nebel und Sturm und so viele andere Beschwerlichkeiten uns das Leben arg verbittert. Du sprichst nur von den Übeln dieses armen Monats, versetzte Lisa, aber nicht von dem Nutzen, den er uns bringt, denn während er den Frühling einleitet, beginnt er das Werden der Dinge und wenn irgendjemand ist gerade er die Ursache, dass die Sonne ein besseres Wetter ins Land bringt, indem er sie ins Haus des Widders führt. Der Jüngling freute sich gar sehr über die Antwort ließ es, denn er war gerade der Monat März, der mit den anderen elf Brüdern zufällig in jenem Wirtshause eingekehrt war. Und um die Freundlichkeit ließ es zu belohnen, der selbst einem Monat, der so schlimm ist, dass ihn sogar die Hirten nicht einmal gerne erwähnen hören, nichts Böses nachgesagt hatte, gab er ihm ein schönes Kästchen und sprach zu ihm. Nimm dieses Kästchen und überlege, ob du was brauchst, denn wenn du es öffnest, wirst du darin finden, was du wünschst. Liese dankte dem Jüngling auf das Allerherzlichste und indem er sich das Kästchen als Kopfkissen bediente, blickte er sich schlafen. Kaum hatte aber die Sonne mit dem Strahlenpinsel die Schatten der Nacht hell übermalt, so nahm Liese von dem jungen Leuten Abschied und begab sich auf den Weg. Er war jedoch keine 50 Schritte von dem Wirtshaus entfernt, als er das Kästchen öffnete und ausrief, ach du lieber Himmel, wenn ich doch jetzt eine mit Fries gefütterte Sänfte mit etwas Feuer darin hätte und so in diesem Schnee behaglich meines Weges sehen könnte. Er hatte diese Worte noch nicht beendet, so erschien auch eine Sänfte mit Trägern, die ihn sogleich hineinschoben und seiner Weisung gemäß den Weg nach seiner Heimat einschlugen. Als aber die Stunde erschien, wo man die Kinnbacken in Tätigkeit zu setzen pflegt, sprach Lise, jetzt möchte ich etwas essen. Und sogleich erschienen in großer Menge die schönsten Bissen und bereiteten ihm ein solches Bankett, dass zehn Könige dabei hätten schmausen können. Als er dann abends in einem Walder anlangte, der der Sonne, weil sie aus dem pestverdächtigen Osten kam, keine Durchreise gestattete, öffnete er wieder das Kästchen und sprach, ich möchte heute die Nacht an diesem schönen Ort zu bringen, wo der Fluss zum Grundgesang der frischen Winde mit seinen Steinen den Kontrapunkt macht. Kaum hatte er das gesagt, so Himmelbett von kostbarsten Scharlach aufgeschlagen, mit Unterbetten voll feinsten Pflaumen, einer spanischen Decke und den allerfeinsten Laken. Und als er darauf zu essen verlangte, wurde unter einem anderen Zelte ein Kredenztisch wie für einen Prinzen und eine Tafel mit Speisen, deren Geruch sich hundert Meilen weit verbreitete, auf das schnellste hergerichtet. Nachdem er nun auf das Herrlichste geschmaust hatte, legte er sich schlafen. Und sobald der Hahn, der Spion der Sonne, seinen Herrn benachrichtigte, dass die Schatten der Nacht müde und abgespannt wären und es nun für einen erfahrenen General wieder Zeit sei, dem Feinde in den Rücken zu fallen und ihn niederzumachen, öffnete Lise wieder das Kästchen und sprach, jetzt möchte ich schöne Kleider haben, da ich heute mit meinem Bruder zusammentreffe und ihn gern neidisch sehen möchte. Sogleich erblickte Lise von sich einen Mantel von schwerstem schwarzen Samt mit einem Vorstoß von rotem Camelot und einer prächtigen Stickerei auf dem Futter von gelber Wolle, die daher aussah wie ein Blumengefilde. Nachdem sich Lise in den Mantel gehüllt, bestieg er wieder die Sänfte und langte bald danach im Hause seines Bruders an. Als Janne ihn mit so großer Pracht und solchem Aufwand erscheinen sah, wollte er gern wissen, wie Lise zu all diesen Dingen gekommen sei. Worauf diese ihm erzählte, wie er jene Jünglinge in dem Wirtshause angetroffen und was für ein Geschenk es ihm gemacht hätten, obwohl er das Gespräch, das er mit ihnen gehabt, für sich behielt. Janne dauerte nun jeder Augenblick zu lange, bis er sich von seinem Bruder verabschieden konnte, da er ihn drang, er solle nur zu Bett gehen, da er von der Reise müde sein müsste. Er nahm hierauf alsbald extra Post, langte gleichfalls in ihrem Wirtshause an und denselben jungen Leute antreffend fing er an, mit ihnen zu plaudern. Als aber der jüngling auch ihn fragte, was er vom Monat mehr erzählte, so tat er ein gewaltiges Ärger der Hirten, der den Geist verdrießlich und den Körper krank macht. Ein Monat der Anlass dazu gegeben, dass man jemandem etwas Böses wünschen will. Man zu ihm sagt, hol dich doch der Merz. Ein Monat von dessen verderblichen Treiben das Sprichwort zeugt, Merzenschnee tut den Saaten weh. Mit einem Wort, er ist ein Monat, dass es ein Glück für die Welt ein Segen für die Erde und ein Heil für die Menschen wäre, weil in ihm sein Platz in der Liste der Zwölf Brüder gestrichen würde. Der Merz, der sich von Canne der Gestalt den Kopf waschen sah, verbarg seinen Groll in der Absicht, ihm seine schöne Rede besten zu vergelten. Und als Canne am nächsten Morgen abreisen wollte, schenkte ihm einen tüchtigen Dreschfliegel, dem er zu ihm sagte, jedes Mal, wenn du etwas wünschst, sprich, Dreschfliegel, gib mir hundert und du wirst Dinge sehen, Herz, was verlangst du noch mehr? Canne dankte dem Jüngling, er hatte einen voller Hass davon und wollte den Dreschfliegel nicht eher versuchen, als bis er nach Hause gekommen wäre. Kaum aber hatte er seinen Fuß über die Schwelle gesetzt, so trat er in ein abgelegenes Gemach, wo er das Geld, das er von dem Dreschfliegel sagte und sprach zu ihm, Dreschfliegel, gib mir hundert. Dieser aber gab ihm mehr als er wünschte und spielte ihn wie ein geschickten Musikus dergestalt auf Gesicht und Beinen auf, das Liese beim Geschrei seines Bruders herbeieilte. Als er sah, dass der Dreschfliegel unaufhaltsam wie ein wildes Pferd immer darauf losschlug, öffnete er endlich das Kästchen und brachte ihn so zum Stillstand. Als Sunshane von seinem Bruder befragt, erzählte er, wie es ihm ergangen war. Erwiderte jener, er könne sich über niemanden beklagen als über sich selbst, da er allein sich durch seine Gimpelei diese Züchtigung zugezogen und gehandelt hätte wie jenes Kamel, das Hörner zu haben wünschte und stattdessen auch noch die Ohren verlor. Dass er sich aber in Zukunft gewöhnen solle, seine Zunge in Zaum zu halten, da sie eben der Schlüssel gewesen, der ihm das Magazin des Unglücks eröffnet habe. Denn hätte er von jenen Jünglingen Gutes geredet, so wäre ihm vielleicht dasselbe Glück zuteil geworden. Gutes von den Leuten zu reden, sei eine Ware, die nichts koste, aber unerwarteten Gewinn abzuwerfen pflege. Schließlich tröstete ihn aber und bat ihn nicht mehr Reichtum zu suchen, als der Himmel ihn schon verlieh. Denn sein Kästchen reichte hin, die Häuser von 30 Geizhelsen bis an den Rand zu füllen und scheine Dörfe frei über seine Güter verfügen, da der Himmel Säckelwart der Freigebigen wäre. Ein anderer Bruder freilich würde ihm wegen der Härte, mit der er ihn in seiner Not behandelt, Hass nachgetragen haben. Er aber bedachte, dass der Geiz seines Bruders der günstige Wind gewesen, der ihn in diesen Hafen angetrieben. Daher wollte er sich erkenntlicher weisen und sei gesonnen, ihm seinen Dank für das erworbene Glück zu bezeigen. Als Channa diese Worte vernahm, bat er seinen Bruder für seine frühere Lieblosigkeit und Verzeihung. Und indem sie diese Gütergemeinschaft eingingen, erfreuten sie sich fortan eines glücklichen Lebens. Channa aber rühmte von Stund an jeder Sache nur Gutes nach, mochte sie auch noch so schlecht sein, denn der Gebrannte fürchtet das Feuer. Die Drei Zitronen Es war einmal ein König von Langturm, der einen Sohn hatte, den er mehr liebte als sich selbst, auf den er all seine Hoffnung setzte und für den er lieber heut als morgen eine passende Gemahlin zu finden gewünscht hätte, um sich recht bald Großvater nennen zu hören. Der Prinz war jedoch dem Heiraten so feind und so eigensinnig, dass, wenn man zu ihm von Frauen redete, er den Kopf schüttete und sich hundert Meilen weit weg wünschte, weswegen der arme Vater, der die Unbeugsamkeit und Hartnäckigkeit seines Sohnes wahrnahm und das Verlöschen seines Stammes voraussah, so verdrießlich und traurig und so betrübt und niedergeschlagen war, wie eine Hure, die ihren Kunden verloren hat, wie ein Kaufmann, dessen Handelsfreund Bankerott geworden und wie ein Bauer, dem der Esel gestorben ist. Denn den Prinzen rührten weder die Tränen des Vaters, noch erweichten ihn die Bitten seiner Untertanen, noch machten ihn die Ratschläge wackerer Männer anderen Sins, die ihm den Wunsch dessen, der ihn gezeugt, dass er der Letzte in der Reihe seiner königlichen Vorgänger wäre und dass er mit der Hartnäckigkeit eines stützigen Pferdes, mit dem Eigensinn eines alten Mauelesels und mit der Dickfälligkeit eines Langohrs sich mit den Füßen fest gestemmt, sich die Ohren verstopft und das Herz, das vielleicht noch verwundet werden könnte, mit einem undurchdringlichen Panzer bewährt habe. Da sich nun aber oft in einer Stunde mehr als in hundert Jahren zu eignen pflegt und man gar nicht sagen kann, dies will ich tun und jenes lassen, so geschah es eines Tages, dass während sich alle bei Tisch befanden und der Prinz einen frischen Käse durchschneiden wollte, dabei aber auf das Gespräch seiner Umgebung achtete, er sich unvorsichtiger Weise in den Finger schnitt, sodass zwei große Tropfen Blutes auf den Käse fielen und eine so schöne liebliche Farbenmischung hervorbrachten, dass der Prinz, sei es nun, dass sie im auflauernde Amor ihn züchtigen oder dass der Himmel sich des wackeren Mannes seines Vaters erbarmen wollte, dem nicht so viel Hauskreuz machte wie ein Kreuzkopf von Sohn, dass der Prinz, sage ich, es sich in den Kopf setzte, eine Frau für sich ausfindig zu machen, die gerade so weiß und rot wäre, wie der von seinem Blut gefärbte Käse und daher zum Vater sprach, wenn ich nicht ein Weib von solchem Aussehen bekomme, Herr Vater, so ist es mit mir vorbei. Nie hat mir eine Frau das Blut erhitzt, jetzt aber wünsche ich eine Frau, die wie mein eigenes Blut aussieht. Wenn du daher willst, dass ich am Leben bleibe, so musst du mir erlauben in der Welt umher zu ziehen und eine Schönheit, die genau diesem Käse entspricht, aufzusuchen. Sonst ist mein Lebenslauf beendet und ich kann mir meine Sohlen schmieren. Kaum hatte der König diesen wahnsinnigen Entschluss vernommen, so dachte er, das Dach fiel ihm auf den Kopf. Er wechselte die Farbe, das Blut gerann ihm in den Adern und als er endlich wieder zu sich kam und der Sprache mächtig wurde, rief er aus, Mein geliebter Sohn, mein Herzblatt, mein Leben, Stütze meines Alters, bist du denn ganz von Sinnen? Hast du den ganzen Verstand verloren? Du willst entweder nichts oder alles, denn erst mochtest du gar nicht heiraten und mir keinen Enkel schenken und jetzt hast du ein Gelüst bekommen, dass ich darüber in die Rube fahren könnte. Warum willst du denn in der weiten Welt umherhirn und dein Leben so nutzlos herbringen, dein Haus, dein Herd, deine Heimat aber verlassen? Du weißt nicht, wie vielen Mühseligkeiten und Gefahren sich der aussetzt, der auf Reisen geht. Darum schlag dir diese Grille aus dem Kopf und lass dir raten, denn sonst ist mit meinem Leben vorbei, unser Haus stört zusammen und die ganze Wirtschaft geht zugrunde. Aber diese und noch viele andere Worte gingen dem Prinzen zu einem Ohr hinein und zum anderen hinaus und waren alle in den Wind gesprochen, sodass der arme König, der sah, dass er den Sinn seines Sohnes nicht beugen konnte, ihm endlich einen großen Sack mit Geld nebst einigen Dienern gab und von ihm Abschied nahm. Wobei es ihm düngte, als würde ihm das Herz aus dem Leibe gerissen. Hierauf trat er bitterlich weinend in einen Erker und verfolgte den Prinzen so lange mit seinen Blicken, bis er ihn aus den Augen verloren hatte. Als dieser aber von dem schwer betrübten Vater geschieden war, fing er an, durch Wälder und Felder, durch Schluchten und Ebenen, über Berg und Tal immer darauf loszureiten, viele Länder zu durchziehen und mit mancherlei Leuten umzugehen, dabei aber immer die Augen offen zu halten, ob er das Ziel seiner Wünsche irgendwo finden könnte, bis er nach Verlauf von vier Monaten in Frankreich an die Seeküste gelangte, wo er alle Diener wegen ihrer wunden Füße in einem Hospital zurückließ und sich selbst aber an Bord eines genoesischen Fahrzeugs einschiffte und nach der Meerenge von Gibraltar begab. Dort bestieg er ein größeres Schiff und nahm seinen Weg nach Indien, indem er immer ein Reich nach dem anderen, eine Provinz nach der anderen, eine Stadt nach der anderen, eine Straße nach der anderen, ein Haus nach dem anderen, einen Winkel nach dem anderen durchsuchte, um zu sehen, ob er vielleicht das genaue Original zu jenem Bilde, das er im Herzen trug, finden könnte. So lange rührte er die Beine und rieb sie so lange umher, bis er bei der Hexeninsel anlangte. Als er dort vor Anker gegangen und ans Land gestiegen war, fand er eine ganz alte, zusammengeschrumpfte, hässliche Frau, der die Veranlassung, die ihn dorthin gebrachte, erzählte. Die Alte geriet vor Erstaunen ganz außer sich, als sie den sonderbar grillenhaften Einfall des Prinzen und die Mühseligkeiten und Gefahren vernahm, die er zur Befriedigung dieses Hirngespinstes ertragen und sagte endlich zu ihm, Mach, dass du von hier fortkommst, mein Sohn, denn wenn meine drei Töchter dich hier finden, die nach nichts so lüstern sind, wie nach Menschenfleisch, so gebe ich keinen Dreier für dein Leben, halb lebendig und halb gebraten kannst du dann dein Sarkophag in einem Tiegel und dein Grab in einem Bauch finden, darum reiß aus, so schnell du kannst, denn nicht weit von ihr wirst du finden, was du suchst. Sobald der Prinz diese Worte gehört, nahm er ganz erschrocken, bestürzt, entsetzt, voller Angst, die Beine auf den Buckel und fing von neuem an, Schustas Rappen zu reiten, bis er wieder in ein anderes Land kam, wo er wiederum eine alte Frau antraf, die noch viel hässlicher aussah als die erste, der er gleichfalls erzählte, was er vorhatte, und die ihm ebenso sagte, drück drück dich hortig von hier, wenn du den Häcksel ein meinen Töchtern nicht zum Wesperbrot dienen willst, lauf aber immer zu, denn du kommst jetzt bald zur Ruhe und wirst finden, was du suchst. Kaum vernahm dies der arme Prinz, so fing er an aus zu kratzen, wie wenn er Sporen in den Seiten hätte, und lief so lange, bis er wieder eine alte Frau antraf, die mit einem Korb voll Pastetchen und Zuckerberg auf einem Rade saß und mit den Süßigkeiten eine Herde Esel fütterte, die hierauf am Ufer eines Flusses umher zu springen und einigen armen Schwänen, die dort herum liefen, Hufschläge auszuteilen begann. Nachdem nun der Prinz bei der alten Frau angelangt war und sie auf tausendfache Weise begrüßt hatte, erzählte er ihr die Geschichte seiner Wanderschaft, sodass die Alte ihn freundlich tröstete, ihm ein gutes Frühstück vorsetzte, dass er sich die Finger danach leckte und ihm als dann drei Zitronen, die erst frisch gepflückt zu sein schienen, sowie ein hübsches Messer überreichte. Wobei sie sagte, Du kannst nun ohne weiteres nach Italien zurückkehren, da deine Arbeit getan ist und du jetzt hast, was du suchst. Darum geh jetzt einer Wege und wenn du nicht mehr weit von deiner Heimat bist, schneide bei der ersten Quelle, die du antriffst, eine von diesen Zitronen mittendurch. Es wird aus dir eine Fee herauskommen und zu dir sagen, gib mir zu trinken. Du aber sei rasch mit dem Wasser zur Hand, sonst verschwindet sie so schnell wie Quecksilber. reichst, so entgehen sie dir, ehe du dich dessen versiehst. Im anderen Fall aber wirst du im Besitz einer Frau sein, die wie dein Herz sie verlangt. Der Prinz küsste hierauf der alten Vollfreude die rauhe Hand, die dem Rücken eine Stachel Schweins glich, verabschiedete sich dann und reiste ab. An der Meeresküste angelangt, schiffte er sich nach den Säulen des Herkules, Landengel von Gibraltar ein, gelangte ins Mittelmeer und landete endlich nach tausendfachen Stürmen und Gefahren eine Tagesreise weit von seiner Heimat. Als er nun in einem anmutigen Gehölz angelangt war, wo das Laubdach den Wiesengrund beschattete, damit er nicht von der Sonne gesehen würde, ließ er sich bei einer Quelle, die mit kristallender Zunge die vorübergehenden herbeirief, sich zu erquicken auf einem prächtigen Teppich von Rasen und Blumen nieder, zog das Messer aus der Scheide und schnitt die erste Zitrone auseinander, aus der schnell wie ein Blitz seine wunderschöne Jungfrau, weiß wie Milch und rot wie eine Erdbeere hervorkam, die alsbald zu dem Prinzen sagte, gib mir zu trinken. Der aber saß mit offenem Munde so verwundert und verdutzt da, dass er ihr und die Jungfrau ebenso rasch verschwand, wie sie erschienen war. Ob dies der Prinz nun wie ein Schlag auf den Magen fühlte, mag er beantworten, der sein Glück schon in Händen hatte und es dennoch verloren hat. Als er hierauf die zweite Zitrone durchgeschnitten, ging es ihm ebenso. Das war der zweite Genickfang für den Prinzen, der nun seine Augen in zwei Quellen verwandelte und mit der an der er saß um die Wette Tropfen auf Tropfen Welle auf Welle Strom auf Strom hervorsprudeln ließ und er nichts nachgab, wobei er anfing zu jammern und ausrief, was bin ich doch für ein Tölpel, für ein Einfallspinsel. Zweimal habe ich mir sie entschlüpfen lassen, als wären mir die Hände gebunden gewesen, oh mich der Teufel, und ich sitze da wie aus Blei gegossen, während ich wie ein Windspiel hätte Hortis sein sollen. Meiner treu, das war einmal brav gemacht, doch nur Mut, noch ist eine dritte da, und aller guten Dinge sind er drei. Versagt mir diesmal das Messer die Fee, dann nimmer ich leben von hier aufstehe. So sprechen durchschnitt er die dritte Zitrone, aus der er herauf die dritte Fee hervorkam, die wie die beiden ersten zum Prinzen sagte, gib mir zu trinken. Er reichte ihr rasch Wasser und sogleich sah eine Jungfrau vor sich stehen, weiß und zart wie ein frischer Käse, mit roten Streifen, dass es aussah wie ein Abruso Schinken und eine Presswurst aus Nola, ein Wunder, das man noch nie in einer Welt gesehen, eine Schönheit, wie sie noch nie da Auf ihre Haare hatte Zeus Gold herabgeregnet, aus ihnen hätte Amor die Pfeile machen können, mit denen er die Herzen durchbohrt. Ihre Wangen hatte Amor rot angestrichen, damit irgendein Unschuldiger an diesem Galgen des Verlangens hängen bliebe. In ihren Augen hatte die Sonne zwei Feuerwerks Lunden angebracht, damit in der Brust dessen, der sie sehe, die Zunder Feuer fing und die Schwärme und Raketen der Säufzer emporfuhren. Über ihre Lippen war Venus, seit sie die Menzes hatte, hingezogen hatte deren Rosen ihre Farbe verliehen, damit sie mit ihren Dornen die Seelen Tausender Liebner verwundeten. Auf ihrem Busen hatte Juno Milch aus ihrer Brust gedrückt, um damit die Sehnsucht und Lust der Menschen zu stillen. Mit einem Wort sie war so Prinz, gar nicht wusste, was ihm geschah, ganz außer sich diese reizende Geburt aus einer Zitrone, diese anmutige Zitronenschnitte einer Frau betrachtete, so dass er bei sich selbst sprach, schläfst du oder bist du wach Schummetello? Sind deine Augen bezaubert oder bist du blind? Welch weißes Geschöpf ist da aus einer gelben Schale? Welch süßer Teig aus der Puppe hervorgekommen? Als er jedoch zuletzt sah, dass er nicht träumte und dass alles Wirklichkeit sei, schloss er die Feen seiner Arme, küsste sie hundert und aber hundert Mal auf das Herzlichste und nach unzähligen schmeichelnden Liebesworten, die sie zueinander sprachen, Worte, die gleich einer Grundmelodie von zuckersüßen Küssen begleitet waren, sprach er zu ihr, ich will dich, meine geliebte Braut, jetzt nicht ohne den Prunk, der deiner Schönheit ziemt und ohne das Gefolge, das seiner Königin zukommt, in den Palast meines Vaters bringen. Darum steige auf diese Eiche, wo die Natur als wüsste sie, wessen wir bedürfen, ein Verstecken Gestalt eines Kämmerchens angelangt hat, und erwarte dort meine Rückkehr, denn ich fliege in größter Eile zu dir, und ehe du dich dessen versiehst, hole ich dich mit solcher Kleidung und solchem Gefolge ab, wie es unserem Range ziemt. Nach welchen Worten er sich von ihr auf die gehörige Weise verabschiedete und sie verließ. Inzwischen wurde eine Sklaven mit einem Krug an jene Quelle um Wasser geschickt und da sie zufällig in den Wellen des Spiegelbilds der Fee erblickte, so glaubte sie, dass sie selbst es wäre und rief daher ganz erstaut Was ist das einmal Lucia? Du seien so schön und Wasser holen gehen das darf nicht länger geschehen So sprechend zerbrach sie den Krug und kehrte nach Hause zurück Als die Gebieterin sie fragte was sie da getan hätte antwortete sie Ich an die Quelle gegangen sei nun Krug zerbrochen an einem Stein Die Gebieterin nahm diese Lüge hin und gab ihr am anderen Tag ein schönes Fass das sie an dieselben Quelle mit Wasser füllen sollte Als sie aber wieder hinkam und wieder jene Schönheit im Wasser abgespiegelt sah sprach sie mit einem lauten Säufzer Ich nicht breitmäulige Sklaven sein Ich nicht Bratgans sein Ich gar schön und reizend bin und trag ein Fass zum Brunnen hin So sang zerbrach sie bumms auch das Fass in tausend Trümmer kehrte brummend nach Hause zurück und sprach zu ihrer Herren Kommt Esel für Bass stößt mehr ins Fass auf die Erde fällt das bricht in zwei vorbei der Spaß Als die arme Frau dies hörte riss sie der Gedulds fahrten Sie ergriff daher einen Besenstiel und prügelte die Sklaven dermaßen durch das sie ein paar Tage lang spürte daraufhin gab sie einen Schlauch und sprach jetzt lauf und brich den Hals du Lumpen lese du selbe Bein du Mist Fink lauf und trödle mir nicht und dreh dich nicht lange hin und her sondern bring mir rasch diesen Schlauch voll Wasser wieder wenn nicht so zerdresche ich dich ganz erzweifelt und hau dich zusammen wie Kraut und Rüben die Sklaven lief fort wie gebrüht da sie den Blitz gefühlt hatte und nicht erst den Donner abwarten wollte während sie aber den Schlauch füllte erblickte sie wiederum die schöne Gestalt am Wasser und sprach ich nerren bin wenn ich Wasser schöpfe besser ist auf eigene Faust leben da kein Gesicht ist im Tod prügeln und einer bösen Gebieterin dienen eine große Haarnadel und fing an den Schlauch dermaßen zu durchstechen dass er schließlich einem freien Gartenplatz mit Wasserkünsten glich bei denen das Wasser aus hundert kleinen Springbohnen hervorsprudelt und die Fee bei diesem Anblick in ein lautes Lachen ausbrach als dies nun die Sklavin vernahm und daher empor sah erblickte sie die versteckte Fee und sagte bei sich selbst du also Ursach dass ich geprügelt aber warte nur hierauf sprach sie zu Jena was machen da oben schönes Mädchen und die Fee die Freundlichkeit selbst war gab alles preis was sie wusste auch ohne nur ein Titelchen von allem weg zu lassen was sich zwischen ihr und dem Prinzen zugetragen dann fügte sie hinzu dass sie stündlich und augenblicklich seine Ankunft mit Kleidern und Gefolge erwarte um sich als die boshafte Sklavin dies hörte dachte sie sie könne der Fee diesen schönen Preis abgewinnen und sagte daher zu ihr da du bräutigam erwarten lass mich hinaufkommen dir Haare kämmen und dich schöner machen sehr gern sei mir tausendmal willkommen versetzte die Fee und reichte der Sklaven ihre Hand die von den Krallen der Sklaven gepackt die Sklaven kletterte nun große Nadel in die Schläfe kaum aber fühlte diese den Stich so rief sie aus Taube Taube und verwandelte sich so gleich in eine Taube worauf sie sich emporschwang und davon flog die Sklaven zog sich nun ganz aus wickelte die Lumpen und Fetzen die sie auf dem Leibe trug in ein Bündel zusammen und schleuderte sie so weit sie konnte von sich sie selbst dabei blieb splitter nackt auf dem Baum sodass sie aussah wie eine Bildsäule aus Achat in einem Gehäuse von Smaragd inzwischen kehrte der Prinz mit zahlreichem Gefolge wieder und als er statt des Eimers Milch den er zurückgelassen ein Fas Kaviar vorfand blieb er eine Zeit lang wie versteinert stehen endlich jedoch rief er aus wer lässt mir diesen Probierstein da finden wo ich ein Silberbergwerk zurückließ das mich reich und glücklich machen sollte als so die schlaue Sklavin das Staunen des Prinzen wahrnahm sprach sie zu ihm wundere dich nicht mein Prinz denn ich in eine Sklavin verzaubert der arme Prinz des Hades der Sache nicht abzuhelfen war ließ den Kopf sinken und verschlang diese bittere Pille hierauf ließ er die Kopf bis Fuß in neue Gewänder traurig und betrübt niedergeschlagen und bestürzt trat er mit ihr den Rückweg in die Heimat an wo sie von dem Könige und der Königin die ihnen sechs Meilen weit entgegen gekommen waren mit derjenigen Freude empfangen wurde mit der der eingekerkerte den Freispruch empfängt indem sie nämlich wahrnahm welch eine Wahl ihr närrischer Sohn getroffen der so lange und so weit in der Welt umher geirrt war um eine weiße Taube zu finden und nun eine Krähe nach Hause gebracht hatte da sie jedoch die Sache nicht ändern konnten traten sie die Krone ihren Kindern ab und setzten den goldenen Dreifuß auf jenes Gesicht während gewaltige Feste und prächtige Backenter angeordnet wurden und die Köche Gänse rupften Ferkel schlachteten Zicklein abzogen Braten begossen Töpfe abschäumten Fleischklöße hackten Kapaunen bespickten und tausend andere leckere Bissen bereiteten kam an ein Fenster der Küche ein schönes Täubchen und sprach O Koch in der Küche O liebster Koch wie's dem König und der Sklaven geht sag mir doch Der Koch achtete zwar anfangs wenig darauf da aber die Taube ein zweites und drittes Mal wiederkehrte und die nämlichen Worte wiederholte eilte er in den Speisesaum dieses Wunder mitzuteilen worauf die Sklave nie wohl merkte wer die Taube war sie sogleich zu ergreifen zu schlachten und zu braten befahl Der Koch kehrte also in die Küche zurück und es gelang ihm auch wirklich sie zu fangen Er tat hierauf wie ihm von der Sklaven geboten war brühte die Taube ab rupfte sie und schüttete das Wasser und die Federn davon von einer Galerie aus auf ein Gartenbeet auf dem nach kaum drei Tagen ein schöner Zitronenbaum hervortrieb und dann rasch emporwuchs So geschah es nun dass der König als er einmal zufällig an ein Fenster trat das auf den Garten hinaus ging diesen Baum den er noch nie gesehen erblickte und den Koch ofen ließ um ihn zu fragen wann und von wem er gepflanzt worden wäre in dem er also von Meister Kochlöffel vernahm wie die Sache sich verhielt fing er an Verdacht zu schöpfen und befahl daher bei Todesstrafe den Baum nicht anzurühren vielmehr ihn aufs sorgfältigste zu pflegen nach einigen Tagen nun zeigten sich drei sehr schöne Zitronen denen ähnlich die der König von der alten empfangen hatte sobald sie größer geworden waren pflückte er sie ab schloss sie mit einer großen Schale Wasser in ein Zimmer ein und fing an mit dem selben Messer das er noch immer an der Seite trug die Zitronen durchzuschneiden Zwar ging es ihm mit der und und zweiten Fee ebenso wie es ihm das erste Mal ergangen war als er doch die dritte Zitrone durchgeschnitten und der Fee die herauskam ihrem verlangen gemäß zu trinken gegeben hatte stand dieselbe Jungfrau vor ihm die er auf dem Baum gelassen und dem nun ganze schändliche Verfahren der Sklaven mitteilte wer könnte wohl den aller kleinsten Teil der Wonne schildern die der König gelten denn er schwamm in einem Meer von Freude der Himmel hing ihm voller Geigen und die Stube wurde ihm eng er drückte daher die Fee in seine Arme ließ sie auf das herrlichste ankleiden und führte sie dann an der Hand in den großen Saal in dem sich der ganze Hof und die vornehmsten Leute der Stadt befanden um das Hochzeitsfest durch ihre Gegenwart zu Sagt mir was würde der für eine Strafe verdienen der dieser schönen Jungfrau ein Leid zufügte worauf der Erste erwiderte dass er ein hänfendes Hals band ein zweiter dass er ein Grabmal von Steinen ein dritter dass er eine Musik mit einem Schlägel auf dem Magen ein vierter dass er einen Schluck Schierlings Saft ein fünfter dass er einen Mühlstein als Busennadel und der eine dass er dies nämliche Frage an sie richtete antwortete sie er verdienen verbrannt werden und Asche in die Luft streuen kaum vernahm der König nun diese Antwort so rief er aus du hast dir selbst den Strick gedreht dein Grab gegraben das Messer geschliffen das Gift gemischt denn niemand hat dir so viel Leid zugefügt wie du nichts würdige Bestie weißt du dass dies die schöne Jungfrau ist die du mit der Haarnadel durchbohrt hast weißt du wohl dass sie das schöne Täubchen ist das du hast schlachten und im Tiegel braten lassen was meinst du nun hierzu Lisa jetzt magst du sagen und tun was du willst es hilft dir nichts du hast dir selbst den Brei eingerührt wie du mir so ich dir wer andern eine grube gräb fällt selbst hinein so sprechen Lisa die falsche diese von der Zinne des Schlosses in alle vier Winde wodurch wiederum das Sprichwort wahr wurde wer Butter auf dem Kopf hat geht nicht in die Sonne als Chula am Ziel angelangt war schickte Paola sich an den Wettlauf zu beginnen und nachdem sie sich gehörig geräuspert und den Mund mit einer neuen halben linnenen halb hänfenden schnupftuch abgewischt hatte begann sie weh dem der seinen Kindern in einer Stiefmutter eine Pflegerin zu geben glaubt er bringt ihn mit ihr doch nur eine Anstifterin ihres Verderbens ins Haus denn nie sieht man dass seine Stiefmutter die Kinder einer anderen mit günstigen Augen betrachtet und wenn es wirklich einmal eine gegeben hat die dies getan so kann man es als ein Wunder betrachten und sagen sie sei ein weißer Rabe gewesen außer den vielen Stiefmüttern nun von denen ihr vielleicht schon reden gehört habe werde ich euch jetzt auch noch von einer erzählen die man unter die gewissenslosensten zählen muss und die Strafe verdiente die sie sich selbst auferlegt hatte es war einmal ein Mann namens Januccio der zwei Kinder besaß Nenejo und Neneja die er mehr liebte als sich selbst nachdem aber der Tod mit der Pfeile der Zeit alle Schlösser des Gefängnisses in dem die Seele seiner Frau eingesperrt war durchgefeilt hatte heiratete er eine nichtswürdige schändliche Bestie von Weibsbild die nicht so bald den Fuß über die Schwelle ihres Mannes gesetzt hatte als sie schon anfing den Kopf hoch zu tragen und zu sagen bin ich denn hierher gekommen um die Kinder und den ganzen Tag diese Schreihälse um mich haben sollte eher wollte ich dass ich den Hals gebrochen hätte als dass ich für schlechtes Essen schlechteres trinken und noch schlechteren Schlaf wie es mir diese Brot bereitet in dieser Hölle begangen wäre ich kann dies Leben nicht länger ertragen denn ich will Hausfrau und nicht Dienstmarkt sein ich muss irgendein Mittel finden um mich von diesem Gezücht zu befreien oder Gehl besser selbst drauf besser ist es einmal zu erröten als hundertmal zu erblassen ich will der Sache ein für allemal ein Ende machen denn ich bin fest entschlossen sie mir vom Halse zu schaffen oder selbst davon zu laufen der arme Ehemann der dieses Weibstück ziemlich lieb gewonnen hatte erwiderte darauf sei nur nicht so erbittert liebe Frau denn der Zucker ist teuer morgen früh aber wenn der Hahn kaum gekräht hat will ich dich von dieser Bürde befreien und dir so allen Anlass zum Ärger aus dem Weg räumen er also noch des anderen Tages Aurora die rote Bettdecke zum Fenster des Ostens schütteln nahm der arme Vater seine zwei Kinder bei der Hand einen großen Korb voll Lebensmittel auf den Arm und führte sie in einen Wald wo ein Herr von Pappeln und Buchen die Dunkelheit belagert hielt dort angelangt sprach Rianuccio zu seinen Kindern meine lieben Kinder bleibet hier an diesem Ort esset und trinket froh und fröhlich und wenn es euch an etwas fehlt so seht diesen Streifen Asche den ich hier hin streue und der euch wie ein Faden aus diesem Labyrinth geradewegs nach unserem Haus führen wird hierauf gab er jedem Kinder einen Kuss und kehrte weinend nach Hause zurück um die Stunde aber da alle Geschöpfe von den Gerichtsdienern der Nacht vorgeladen der Natur die Steuer des Schlafens abzahlen hatten die Kinder Angst an jenem öden Orte allein zu bleiben wo das Rauschen eines Flusses der die Kecken Steine peitschte die mutwillig in den Weg traten selbst einen Prahlhans hätte in Furcht setzen können sie zogen daher langsam den Aschenpfad entlang und kamen endlich gegen Mitternacht am Hause des Vaters an Pascosa aber ihre Stiefmutter gebärdete sich nicht wie ein Weib sondern wie eine leibhaftige Furie und stieß ein gewaltiges Geschrei aus indem sie mit Händen und Füßen um sich schlug und wie ein scheues Pferd schnaubte wobei sie ausrief was ist das woher kommen zum Teufel diese Fratzen diese Filzläuse kann denn kein Quecksilber sie aus dem Hause treiben wird sie durchaus mit zur Kränkung im Hause behalten schaff sie mir jetzt gleich aus den Augen denn ich will weder den Krähen der Hähne noch das Piepen der Hühner abwarten wenn aber nicht so kannst du eher vor Zorn platzen bevor ich je wieder bei dir schlafe sondern ich kehre gleich morgen früh ins Haus meiner Eltern zurück denn du verdienst mich nicht und nicht dazu habe ich so viele schöne Sachen ins Haus gebracht um den Schmutzung Gestank der Bälge anderer Frauen aufzuriechen noch habe ich Januccio sah wie schlimm die Sache stehe und wie hitzig seine Frau wurde nahm also gleich die Kinder wieder bei der Hand und kehrte mit ihnen in den Wald zurück wo er ihnen wie das vorherige Mal einen Korb mit Ess Sachen gab und sagte ihr seht einzig geliebte Kinder wie sehr eure Stiefmutter die euch zum Verderben und mir zum Kummer in mein Haus gekommen ist euch hast darum bleibt nur in diesem Walde wo die Bäume mitleidiger als sie euch gegen die Hitze schützen wo der Fluss wohlwollender als sie euch ohne Gift und Galle zu trinken geben und die Erde freundlicher als sie euch Rasenlager ohne Gefahr darbieten wird und wann es euch an Lebensmitteln fehlt so kommt diesen Pfad von Klaie entlang den ich in gerader Linie bis an unser Haus ziehe und holt euch was ihr bedürft so sprechend wandte er sein Angesicht fort um nicht zu zeigen dass er weinte und die armen Dinger nicht zu entmutigen als sie nun das was im Korbe war verzerrt hatten wollten sie nach Hause zurückkehren da aber zum Unglück die auf die Erde gestreute Kleie von einem Esel weggefressen worden war verfehlten sie den Weg und irrten einige Tage lang im Walde umher indem sie sich von Eicheln und Kastanien nährten die sich auf der Erde fanden durch die Fügung des Himmels jedoch der stets seine Hand über die Unschuldigen hält ging gerade um diese Zeit ein Prinz in jenem Walde auf die Jagd und Neneio bekam beim Bellen der Hunde so große Furcht das an einen hohlen Baum kroch während Neneio anfing aus allen Kräften zu laufen bis sie aus dem Wald hinaus an die Meeresküste gelangte dort wurde sie von Seeräubern die Holzeinnahmen entführt und hierauf von deren Anführer in sein Haus gebracht wo er und seine Frau kurz vorher durch den Tod einer Tochter beraubt sie an Kindesstatt annahmen inzwischen war von Hunden umringt wurden die ein betäubendes Gebell erhoben so dass der Prinz endlich nachsehen ließ was der Anlass dazu wäre und da man diesen schönen Knaben fand der noch so klein war dass er nicht zu sagen wusste wer seine Eltern seien so hieß er einen Jäger ihn mit auf den Sattel nehmen und in den königlichen Palast bringen dort ließ er Neneio sehr sorgfältig erziehen und in allen schönen und nützlichen Dingen besonders aber in dem was ein Vorschneider wissen muss unterrichten so dass er nach einigen Jahren dermaßen geschickt an seiner Kunst wurde dass er die Speisen aufs Zierlichste vorzuschneiden verstand während dieser Zeit nun entdeckte man dass der Schiffseigner in dessen Hause sich Neneio befand ein Seeräuber sei und wollte ihn daher ins Gefängnis setzen weil er aber die Gerichtsleute zu Freunden hatte und sie in seinem Säude hielt bekam er Wind und machte sich mit seinem ganzen Hause aus dem Staube es war aber vielleicht die Gerechtigkeit des Himmels die es bewirkte dass der der sein Verbrechen auf dem Meere verübt auch auf dem Meere dafür büßen sollte denn da er sich auf einer schwachen Barke eingeschifft hatte und Son Wogen drang dass die Barke umschlug und alle ertranken nur Nenea die nicht wie seine Frau und seine Kinder in den Räubereien teilgenommen hatte entkam der Gefahr in dem sich zur selben Zeit in der Nähe des Schiffes ein großer bezauberter Fisch befand der seinen furchtbaren Rachen öffnete und Nenea verschlang gerade als sie glaubte dass es mit ihr vorbei wäre er blickte sie denn es befanden sich darin herrliche Gefilde wunderschöne Gärten und ein prächtiger Palast mit allen Bequemlichkeiten in dem sie wie eine Prinzessin wohnte der Fisch brachte sie hierauf mit größter Schnelligkeit an eine Seeküste und da eben drückendste Sommerglut herrschte der wie ein Kalkofen senkte so hatte sich der Prinz gerade dorthin begeben um sich einer Meeresfrische zu erquicken Während man ein prächtiges Mahl bereitete war Neneio auf einen Balkon des Palastes der am Ufer stand getreten und schliff dort einige Messer da er um sich ihre einzulegen seinem Amt mit vielem Eifer vorstand Als sie Neneio daher durch den Schlund des Fisches erblickte erhob sie ihre Stimme aus der Tiefe und rief Mein Brüderlein mein Brüderlein die Messer sind geschliffen fein gedeckt der Tisch erdrett und rein durch Schmerzes mich gar bitterlich im Fisch zu weilen ohne dich Neneio achtete zwar anfangs nicht auf diese Stimme der Prinz aber der sich auf einer anderen Altane befand und diese klagenden Töne gleichfalls vernommen hatte wandte sich nach dieser Richtung hin und erblickte den Fisch Als er dieselben Worte noch einmal wiederholen um zu sehen ob sie vielleicht den Fisch durch List oder sonst irgendeine Weise ans Land ziehen könnten inzwischen hörte er immer dieselben Worte mein Brüderlein mein Brüderlein wiederholen und fragte daher jeden einzelnen seiner Diener ob er vielleicht eine Schwester besäße die sich von ihm verloren hätte worauf endlich Neneio erwiderte er erinnere sich wie im Trauma dass als er im Walde gefunden wurde er eine Schwester gehabt von der er nie wieder etwas gehört der Prinz sagte hierauf zu ihm er solle sich dem Fisch nähern und sehen was da los wäre vielleicht ginge diese Sache gerade ihn an Neneio ging an den Fisch heran worauf dieser seinen Kopf dem Ufer nahe brachte und einen sechs ellen hohen Rachen öffnete aus dem Neneia in solcher Schönheit heraustrat dass sie ganz Magiers aus dem Bauche eines Ungeheuers hervorkommt als der Prinz sie nun fragte wie sie da hineingekommen wäre erzählte sie ihm einen Teil ihrer Leidens Geschichte namentlich wie sie von ihrer Stiefmutter gehasst wurden da jedoch weder sie noch ihr Bruder sich des Namens ihres Vaters oder ihres Wohnortes zu erinnern vermochten so ließ der Prinz öffentlich ausrufen dass wer zwei Kinder namens den Nelja verloren hätte in den königlichen Palast kommen sollte denn er würde dort eine erfreuliche Nachricht erhalten Januccio der die ganze Zeit über ein trauriges und trostloses Leben verbracht hatte weil er glaubte seine Kinder wären von den Wölfen gefressen worden eilte als er jede Bekanntmachung vernahm voll Freude zum Prinzen und sagte ihm dass er die Kinder verloren habe wobei er zugleich erzählte wie er von seiner Frau gezwungen worden sei sie in den Wald zu bringen der Prinz wusch ihm nun gehörig den Kopf und nannte ihn einen Einfallspinsel dass er sich von einer Frau so habe ins Boxhorn jagen lassen und zwei solche Juwelen wie seine Kinder von sich gestoßen habe nachdem er ihn aber gehörig herunter gemacht legte er ihm wieder das Pflaster des Trostes auf indem er ihm seine üde wurde worauf der Prinz ihm den Kittel abnehmen und stattdessen eine prächtige Kleidung anlegen ließ dann hieß er die Frau Januccios herbeirufen zeigte ihr dessen schmuckes Kinderpaar und fragte sie was der jenige wohl verdiene der ihnen irgendetwas böses tue und sie in Lebensgefahr bringe ich würde ihn erwiderte sie in ein zugemachtes Fass stecken und dies hierauf einen Berg hinunterrollen so geschehe es versetzte der Prinz der Bock hat sich dieses Mal selbst gestoßen da du dir dein Urteil selbst gesprochen soll es auch ausgeführt werden denn du hast deine Stiefkinder mit unverdientem Hass verfolgt dem gemäß befahl er den von ihr selbst gefällten Spruch in Ausführung zu bringen worauf er Neneia einem seiner Vasallen einem sehr reichen Edelmann die Tochter eines anderen ebenso reichen Edelmann es aber ihrem Bruder zur Frau gab wobei er ihnen hinlängliche Einkünfte anwies damit sie und ihr Vater ohne irgendjemand es zu bedürfen bequem leben könnten während ihre Stiefmutter in ein Fass ein und damit vom ferneren Leben ausgeschlossen wurde wobei sie bis zu ihrem letzten Atemzug immerfort durch Spundloch schrie wohl langsam malt der Mühlenstein doch fasst Es war einmal ein ehrlicher Mann namens Patschone der fünf so einfältige Söhne hatte dass sie schon zu gar nichts in der Welt taugten und der Vater der sie nicht länger ernähren konnte endlich beschloss sie sich vom Leibe zu schaffen er sprach daher eines Tages zu ihnen folgendermaßen meine teuren Kinder Gott weiß dass ich euch liebe und euch als mein eigenes Fleisch und Blut Betrachter aber ich bin alt und kann nur noch wenig arbeiten ihr aber seid jung und es zu viel so dass ich mir nicht mehr durchhelfen kann wie bisher jeder für sich und Gott für uns alle darum geht hin und sucht euch einen Herrn und lernt etwas jedoch merkt euch dass ihr euch nicht vor länger als ein Jahr verdingt denn nach Verlauf dieser Zeit erwarte ich wieder bei mir und zwar müsst ihr dann was ordentliches können als die Söhne diesen Beschluss ihres Vaters vernahmen verabschiedeten sie sich von ihm und mit einigen Lumpen im Bündel schlugen sie jeder einen besonderen Weg ein in dem jeder sein Glück auf seine eigene Weise machen wollte nach Verlauf des Jahres trafen alle der Verabredung gemäß im Hause ihres Vaters wieder zusammen der sie mit größter gekräftet waren zugleich den Tisch decken ließ an den sie sich sämtlich niedersetzten während sie nun mitten am besten essen waren hörten sie einen Vogel singen so dass der jüngste von den fünf Söhnen vom Tisch aufstand und hinaus ging um zu horchen als er aber zurückkehrte hatte man bereits abgeräumt und Paccione sprach zu seinen Söhnen nun Kinder sagt mir was ihr Vaters hierauf begann Lucho welcher der älteste war folgendermaßen ich hab die Kunst der Langfinger studiert und bin das Muster aller Spitzbuben das Vorbild aller Diebe der Altmeister aller Gauner so dass man nicht noch einen findet der mit mehr Geschicklichkeit Mäntel zu stehlen und weg zu praktizieren Wäsche zusammenraffen und vorzuschaffen Taschen zu erleichtern und abzuschneiden Läden aufzuräumen und auszufegen Geldbeutel herauszuziehen und weg zu stibitzen Küsten auszulehren und auszukehren versteht als ich so dass wohin ich auch komme ich Wunder in der Kunst Merkurs verrichte brav sagte der Vater du hast eine wahre Wechslerkunst gelernt um für das Spiel der Finger Bezahlung auf dem Rücken für das Drehen von Schlüsseln das Drehen von Rudern und für das Ersteigen von Fenstern Aufstiege des Henkers einzutauschen wehe mir arm hätte ich dich doch vor Angst den Kopf drehen da ich dich schon im Geiste vor Gericht sehe mit einer armensündermütze von Papier oder wie du mit dem blösten Rücken der Ruderbank übergeben oder wenn du dem entgehst an einem Strick erhöht wirst so sprechend wandte Pachone sich zu seinem zweiten Sohn namens Titeyo und sagte und du was hast du gelernt die Schiffsbauerkunst versetzte der Sohn das lasse ich mir gefallen erwiderte der Vater denn das ist ein ehrenwertes Handwerk und ernährt seinen Mann und du rennzone wie steht das mit dir ich kann mit der Armbrust zu gut zielen entgegnete dieser dass ich das weiße im Auge treffe das ist doch was sprach der Vater denn du kannst auf die Jagd gehen und dir dein Brot verdienen hierauf wandte er sich zu dem vierten Sohn namens Jakuccio und fragte ihn das Nämliche worauf dieser antwortete ich kenne ein Kraut womit man einen Toten wieder lebendig zu machen vermag brav das muss ich sagen rief Pachuna aus dadurch können wir uns endlich einmal in unserem Elend heraushelfen und den Leuten von größerem Nutzen sein als Hippokrates zuletzt fragte worauf dieser antwortete ich verstehe die Sprache der Vögel nicht ohne Ursache also erwiderte der Vater standst du auf während wir bei Tische saßen um dem Zwitschern jenes Vogel zuzuhören dadurch nur nur zu verstehen was die Vögel sagen so sage mir was du von dem vernommen hast der auf jenem Baum saß er sagte versetzte Menekucho dass ein wilder Mann die Tochter des Königs von Tiefschlund geraubt und sie auf einen Felsen gebracht hat so dass man von ihr gar nichts mehr erfahren kann und daher der Vater hat bekannt machen lassen dass er den der die Prinzessin auffindet und sie ihm wiederbringt zu seinem Schwiegersohn machen will wenn sich das so verhält so sind wir gemachte Leute rief Lucho aus denn ich getraue mich die Prinzessin aus der Gewalt des Willen Mannes zu befreien wenn du dich das getraust sprach nun der Vater so wollen wir uns stehenden Fußes zum König begeben und wenn er uns ein Wort gibt dass er sein Versprechen halten will uns erbieten ihm seine Tochter wieder zu bringen da alle dieser Meinung beistimmten machte Titellur als bald ein schönes Schiff welches sie sämtlich bestiegen worauf sie die Segel auf spannten und nach Tiefschlund fuhren dort angelangt baten sie den König um eine Audienz und da sie sich anheischig machten die Tochter zu befreien erhielten sie von ihm neue Bestätigung seines Versprechens sie fuhren hierauf nach dem Felsen und trafen es glücklicherweise so dass der wilde Mann während er sie sonnte mit dem Kopf im Schoße sie vor großer Freude gleich aufspringen Paccione winkte ihr jedoch dass sie sich ruhig verhalten sollte und nachdem sie dem wilden Mann einen großen Stein unter den Kopf gelegt hatten hieß sie Channa aufstehen und mit ihnen ins Schiff kommen worauf sie hurtig wieder in See stachen sie waren aber nicht sehr weit vom Ufer entfernt als der wilde Mann erwachte und der Channa nicht mehr neben sich sah seine Augen seewert wandte dort erblickte er nun das Schiff das sie davon trug weswegen er sich alsbald in eine schwarze Wolke verwandelte und durch die Luft dem Schiff nacheilte Channa der die Künste des wilden Mannes kannte merkte sogleich dass sie an jener Wolke verborgen wäre und verriet solche Furcht dass sie nur mit Mühe Paccione und seinen Söhnen von dem was ihnen drohte in Kenntnis setzen konnte und daraufhin leblos hinsank als der Renzone die Wolke heraufkommen sah ergriff er eine Armbrust und schoss dem wilden Mann genau beide Augen aus sodass er verschmerzt aus der Wolke wie von einem Kornboden plumps herunter fiel nachdem nun alle ihre Augen voll Furcht lange auf die Wolke gerichtet hatten wandten sie sich endlich ins Schiff zurück um zu sehen was Channa mache und erblickten sie alle viere von sich gestreckt und von der Lebensbühne abgetreten sodass Pachona anfing sich den Bad aus zu raufen und ausrief das nenne ich wahrhaftig Zeit und Mühe verlieren alle Anstrengungen sind nun umsonst alle Hoffnung wie der Wind verweht denn die hier hat sich aus dem Staub gemacht und hat uns im Dreck sitzen lassen sie hat gute Nacht gesagt um uns einen bösen Tag zu bereiten sie hat ihren Lebensfaden durchgerissen und zugleich die Angelschnur unsere Hoffnung durchgebissen das kann man recht deutlich sehen wie ein ehrlichen Mann in nie etwas gelingt hier zeigt es sich recht klar dass wer unglücklich sein soll auch unglücklich bleibt denn die Prinzessin ist befreit wir kehren nach tiefen schlund zurück die heirat ist abgemacht die hochzeit veranstaltet das zepter winkt und sieh da jetzt haben wir einen rechten quark von dem allen Jakuccio hatte sich dieses gerede des vaters lange mit angehört da er aber endlich sah dass es gar nicht abreißen wollte und dass er die Leier des Schmerzes bis auf das Schall loch herunterspielte sprach er nur sachte lieber Vater denn wir wollen trotz all dem nach tief schlund fahren und unsere Sachen zu einem fröhlichen und glücklichen Ende bringen als du glaubst bleib mir mit diesem trost vom leiber versetzte Pachone wenn wir dem könige diesen leichnam bringen wird er uns freilich aufzählen lassen aber nicht etwa Geld und während andere dieses mehr glücklich durchschifft haben wird sich bei uns bloß das Unglück mehren nicht so hitzig eine Kunst ich erlernt habe lass uns nur landen und mich das Kraut suchen das ich kenne dann sollst du deine Wunder sehen bei diesen Worten fasste der Vater wieder Mut schloss Jakuccio in seine Arme und so stark ihn Ungeduld vorzog so stark zog er am Ruder so dass sie nach kurzer Zeit an der Küste von Tiefschlund anlangten worauf Jakuccio ans Land stieg das Kraut aufsuchte damit ins Schiff zurück eilte und Schanna dessen sanft in den Mund drückte so dass sie einem Frosch gleich den man in die Hunsgrotte gebracht hat und dann in den See von Agnanur wirft wieder lebendig wurde hierüber hoch erfreut begaben sie sich ohne Verzug zum Könige der nicht aufhörte seine Tochter zu umarmen und zu küssen und sich bei ihren Befreiern zu bedanken als sie nun aber baten dass er sein Versprechen halte sprach er welchem von euch soll ich nun meine Tochter geben sie ist ja kein Kuren jemanden in Stücke schneiden kann darum kann auch mir einer den Lohne bekommen die anderen müssen freilich leer ausgehen Herr König erwiderte hierauf der älteste der ein schlauer Patron war die Belohnung muss sich nach der Mühe richten darum seht zu wer diesen herrlichen Bissen am meisten verdient hat und dann entscheidet wie er sich geziemt du sprichst wie Salomo versetzte der König darum berichtet mir alle was ihr getan habet damit mir zum richtigen Ausspruch nicht die richtige Einsicht fehle sobald also jeder der Söhne erzählt hatte was er zur Befreiung der Prinzessin beigetragen wandte der König erscheint das meiste versetzte dieser denn ich hab meine Söhne zum Menschen gemacht und sie für mein Geld das lernen lassen was sie können sonst wären sie zur Zeit noch lauter Wildstämme wohingegen sie jetzt so schöne Früchte hervorbringen Als der König beide Parteien vernommen die Gründe beide erwogen und noch einmal erwogen hat und das was ihm recht drückte von allen Seiten überlegt und in als ihrem Hauptbefreier zukomme so wurde der Spruch auch ausgeführt den Söhnen aber eine reiche Belohnung an Geld gegeben damit sie es auf vorteilhafte Weise anlegen sollten während der Vater vor Freude jung wurde und das Sprichwort das Eingedenk war wenn zwei sie streiten freut sich der dritte Sapir es war einmal ein König von Festschloss der einen so eigensinnigen Sohn hatte dass man ihn auf keine Weise dazu bringen konnte das ABC zu lernen immer wenn man zu ihm von Büchern und Unterricht sprach gebärdete er sich wie wahnsinnig so dass weder Schreien noch Prügel noch Drohungen halfen und der arme Vater darüber vor Zorn schwoll wie eine Kröte da er gar nicht mehr wusste wie er es anfangen sollte um den Geist dieses unseligen Sohnes einigermaßen auszubilden und das Reich nicht in den Händen eines Marmeluken zu lassen und zugleich sehr wohl einsah dass Unwissenheit und Regierung eines Landes unmöglich Hand in Hand die eine Tochter besaß die in ihrem 13 Jahre sich bereits so reiche Kenntnisse erworben hatte dass man ihr den Namen Sapia das heißt die Gelehrte gab als nun der König von den trefflichen Eigenschaften Sapias hörte fasste er den Beschluss seinen Sohnen das Haus ihrer Mutter zu geben damit Sapia ihn unterrichtete indem er glaubte dass der Umgang mit dieser und der Wetteifer also seinen Sohn in das Haus Censas wo selbst Sapias anfing ihn das ABC zu lehren da sie aber sah dass gute Worte in die Luft gesprochen waren und vernünftiges Zureden ihm zum einen Ohr hinein zum anderen hinaus ging juckte es sie gewaltig in der Hand und sie gab ihm eine Ohrfeige worüber Carluccio so hieß nämlich der Prinz sich dermaßen schämte dass er das was er früher nicht auf dem Wege der Güte und Liebkosung tun wollte jetzt aus Scham und Verdrust tat und in wenigen Monaten nicht bloß lesen lernte sondern auch alle Regeln der Grammatik kannte hierüber empfand der König so große Freude dass er sich wie im Himmel dünkte und indem er Carluccio aus dem Hause Censas fortnahm ließ er ihn jetzt auch höhere Studien machen sodass der Prinz der gelehrteste Mann des ganzen Königreiches wurde der Backenstreich aber den Sapir ihm gegeben hatte einen solchen Eindruck auf ihn gemacht dass er ihn wachend vor Augen hatte und es nachts davon träumte und endlich den Entschluss fasste sich entweder zu rächen oder zu sterben inzwischen erreichte Sapir ein mannbares Alter und der Prinz der mit der Lunter hat er sich zu rächen sprach zum Vater ich erkenne zwar an mein Herr und Vater dass ich euch mein Leben verdanke und da ja jede mögliche Verpflichtung gegen euch auf mir ruht gegen Sapir aber die mir das geistige Leben verliehen hat fühle ich mich ebenso verpflichtet und da ich nicht weiß wie ich diese Schuld auf genügende Weise abtragen soll möchte ich sie mit eurer Vergunst zur Frau nehmen indem ich euch versichere dass ich euch neuen Dank dafür schulden werde als der König diesen Entschluss seines Sohnes vernahm antwortete er ihm mein lieber Sohn obwohl Sapir nicht von dem Schrot und Korn ist von dem deine Gemahlin eigentlich sein müsste sinkt ihre Waagschale dennoch so tief wenn sie ihre trefflichen Eigenschaften mit in die Waage nimmt dass ich auf deine Bitte eingehen will und wir beide daher Anlass zur Zufriedenheit haben hierauf ließ er die Mutter Sapirs herbeirufen ließ die Ehepakten ausfertigen und ein großes Fest wie es seinem Range ziemte veranstalten der Prinz bat dann seinen Vater ihm eine besondere Zimmerreihe als Wohnung für ihn und seine Gemahlin zu bewilligen worauf der König um ihn zufriedenzustellen ihm einen sehr in den Kalutschu seine Frau brachte er sperrte sie in ein Zimmer gab ihr schlecht zu essen und noch schlechter zu trinken und wollte was das schlimmste war ihr die ehrliche Schuld nicht abtragen sodass die arme Sapir in die größte Verzweiflung der Welt geriet da sie nicht wusste was diese schlimme Behandlung in einer Zeit wo sie kaum das Haus betreten hatte verursacht haben Nach einiger Zeit bekam Kalutschu einmal Lust seine Frau zu besuchen er trat daher in ihr Zimmer und fragte wie sie sich befinde fragte ich selbst versetzte Sapir du wirst allein im Stande sein dir zu antworten wie ich mich befinden kann was habe ich dir aber getan dass du mich behandelst wie ein Hund wozu hast du mich zur Frau verlangt wenn du mich schlechter behandeln wolltest als eine Sklavin weißt oder nicht versetzte der Prinz dass wer die Beleidigung tut sie in den Sand schreibt und wer sie empfängt sie in Marmor gräbt erinnere dich nur was du mir tat als du mich lesen lehrtest und wisse dass ich dich aus keinem anderen Grunde geheiratet habe als um dir dein Leben zu verbittern und mich für die mir von dir angetane Beleidigung zu rächen ich erntete also Böses dafür dass ich Gutes gesät habe erwiderte Zapier doch ist ja das Sprichwort bekannt und Dank ist der Welt Lohn wenn nun aber der Prinz vorher schon voll Gräuel über die Ohrfeige war so erfüllte ihn der Vorwurf seiner früheren Unwissenheit mit erneutem Zorn und umso mehr als er erwartet hatte Zapier würde ihr Verbrechen bereuen und er nun sah dass sie im Keck wie ein Hahn Schlag um Schlag wieder gab er kehrte ihr daher den Rücken und ging indem er sie in einer noch viel traurigeren Lage als Zeit schon Mürbe zu machen als aber bald nachher der alte König auf dem toten bette eine zession sämtlicher Güter des Lebens einging und sein Sohn Herr und Gebieter des ganzen Königreichs geworden war wollte er höchstpersönlich Besitz von ihm nehmen rüstete ein großes Gefolge von Kriegs Leuten und Rittern aus wie es sich für seine jetzige Würde gebührte und begab sich mit ihnen auf den Weg Die Mutter Sapirs die das leidenvolle Leben der Tochter in Erfahrung gebracht und um ihren Drang sein ein Ende zu machen unter dem Palast des Fürsten einen unterirdischen Gang hatte graben lassen auf welchem Wege sie die arme Sapir mit der quickenen Speisen versah ließ einige Tage vor dem Auszug des neuen Königs viele Karossen und was sonst noch dazugehört auf das Sandte sie sie auf einem Nebenwege voraus sodass sie einen Tag früher an dem Ort eintraf wo ihr Gemahl halt machen wollte dort kehrte sie in einem Hause ein das sich gegenüber dem für ihn eingerichteten Palast befand und stellte sich in vollem Schmuck ans Fenster sodass der König als er kam und diese Blume von Anmut und Schönheit erblickte sich auf der Stelle in sie verliebte und nicht eher ruhte als bis sie ihm zu Willen war und schwanger wurde worauf der König nachdem er ihr eine Busennadel als Andenken seiner Liebe überreicht hatte weiter zog um die anderen Städte seines Reiches zu besuchen Sapir jedoch an ihren früheren Wohnsitz zurückkehrte und nach neun Monaten einen schönen Knaben gebar Als aber der König wieder in die Hauptstadt halbtot zu finden glaubte Indes frischer fand als je und noch hartnäckiger als früher in ihrer Behauptung dass sie nur um ihn der früher ein Esel gewesen klug zu machen ihm die fünf Finger ins Gesicht gedrückt habe Der König verließ sie voll Zorn und da eine neue Reise unternehmen musste tat Sapir auf den Rat ihrer Mutter wie das erste Mal und empfing sie da sie wiederum mit ihrem Manne Umgang pflog von ihm eine prächtige Haarnadel von Edelstein auch dieses Mal wurde sie schwanger und gebar nach Hause zurückgekehrt zu gehöriger Zeit einen zweiten Sohn So wie sie auch nachdem sie das Nämliche zum dritten Mal wiederholt und so vom König eine schwere Kette von Gold und Edelstein erhalten hatte im neunten Monate ein Töchterlein ans Licht der Welt brachte Als nun der König wieder zurückkehrte hatte die Mutter Sapir es inzwischen das Gerücht verbreitet dass ihre Tochter gestorben wäre und sie begraben lassen nachdem sie ihr vorher einen Schlaftrunk eingegeben worauf sie sie heimlich wieder aus dem Grabe schaffte und in ihrem Hause verbarg voller Freude ging daher der König ein neues Ehebündnis mit einer vornehmen Dame ein und veranstaltete zu dessen Feier im königlichen Palast ein herrliches Fest während desselben erschien jedoch plötzlich Sapir mit ihren drei wunderschönen Kindern im Saal warf sich dem Könige zu Füßen und flehte ihn an dass er doch wenn auch nur um der Gerechtigkeit Willen seinen Kindern die sein Fleisch und Blut wären nicht ihr Erbe entziehen möchte Der König stand eine Zeit lang da wie ein Träumender als er ihn letztendlich erwog dass die Klugheit Sapirs bis zu den Sternen reichte und da er es am wenigsten erwartete sich drei Stützen seines Alters vorstellen sah wurde sein Herz erweicht Er gab jene Dame mit einer reichen Aussteuer seinem Bruder zur Frau nahm selbst wieder Sapir auf und zeigte der Welt die Wahrheit des Wortes Klugheit geht über alles Die goldene Wurzel Es war einmal ein sehr armer Gärtner der trotz aller anstrengenden Arbeit nichts erübrigen konnte und endlich einmal für die drei Töchter die er besaß drei Ferkel kaufte damit sie sie auffüttern und so etwas zur Mitgift haben sollte Pascuzza und Zitza die ältesten der Mädchen trieben ihre Schweinchen auf eine schöne Wiese gestatteten aber nicht dass ihre jüngste Schwester Parmetella mit ihnen ging sondern jagten sie von sich ab damit sie ihr Ferkel anderswohin auf die Weide führer Parmetella trieb also ihr Tierchen in einen Wald in dem die Dunkelheit sich gegen die Angriffe der Sonne befestigt hatte als sie nun bei einer Lichtung anlangte in deren Mitte eine Quelle gleich einem Wirtshaus dem frisches Wasser geschenkt wird mit silberner Zunge die Reisenden aufforderte einen halben Schoppen zu trinken sah sie einen Baum mit goldenen Blättern von denen sie eines abpflückte und es dem Vater brachte der es mit großer Freude für mehr als zwanzig Dukaten verkaufte und mit dem Gelde ein und das andere Loch in seine Wirtschaft zustopfte als er aber seine Tochter fragte wo sie es gefunden erwiderte sie nimm nur was ich dir gebe lieber Vater und frage nicht weiter worauf sie es am folgenden Tag wieder so machte und den Baum so lange seiner Blätter beraubte bis er am Ende ganz entlaubt dastand als wäre er von den Herbststürmen geplündert worden Da sie jedoch am Ende bemerkte dass der Baum noch eine goldene Wurzel hatte die sie mit den Händen nicht auszureißen vermochte so holte sie von Hause eine Axt und fing an den Fuß des Baumes rings umher bloß zu legen worauf sie so gut es gehen wollte die Wurzel empor hob und unter ihr eine schöne Treppe von Parfuesa Parmetella die ungeheuer neugierig war stieg diese hinunter und durchschritt dann einen sehr tiefen langen Gang bis sie auf eine schöne Au anlangte auf der sich ein herrlicher Palast befand der von lauter Gold und Silber schimmerte und nichts anderes zeigte als Perlen und Edelsteine Als so ein Parmetella außer sich verstaunen diese Herrlichkeiten eine lange Zeit betrachtet hatte und in diesem prächtigen Wohnsitz keine lebende Seele erblickte trat sie endlich in ein Zimmer in dem sie eine große Anzahl Gemälde erblickte die viele schöne Dinge darstellten unter anderem die Dummheit eines für klug gehaltenen Menschen die Ungerechtigkeit eines der die Waage hielt und die vom Himmel bestrafte Gewalttätigkeit alles so lebendig und treu dargestellt dass es zum Erstaunen war außerdem befand sich im Zimmer eine reichgedeckte Tafel Pametella die von ihrem Marken ungestüm gemahnt wurde und niemanden sah setzte sich zu Tisch und fing an sich gemütlich zu tun wie ein Graf während sie aber mitten am besten zugreifen war trat ein Mann herein der zu ihr sprach bleib hier und geh nicht von der Stelle denn ich will dich heiraten und dich zur glücklichsten Frau der Erde machen Obwohl nun Pametella einen gewaltigen Schreck bekam fasste sie dennoch bei dem freundlichen Versprechen wieder Mut Als sie auf den Antrag des Mannes einging erhielt sie von ihm gleich einen Wagen aus Diamanten der von vier Rossen aus Gold mit Flügeln aus Maragden und Rubinen durch die Luft gezogen wurde damit sie im Spazieren führer Außerdem bestellte ihr Gemahl noch eine Schatten Gold Stoff gekleidete Affen zu ihrem Dienst die Pametella als bald von Kopf bis Fuß in neue Gewänder kleideten und so herrlich schmückten dass sie wie eine Königin aussah Als aber die Nacht erschien und die Sonne voll Verlangen an den Ufern des indischen Stromes von den Mücken unbelästigt zu schlafen das Licht auslöschte Wenn du dich aber in die Decke gewickelt hast lösche das Licht aus und tue ja wie ich dir sage denn sonst könnte es dir schlimmer gehen Pametella tat wie ihr geheißen war hatte jedoch kaum die Augen geschlossen als der Mann sich in einen schönen Jüngling verwandelte und neben sie legte Hierüber erwachte Pametella und als sie merkte dass ihre Wolle ohne Hechel gekrempelt wurde wäre sie fast vor Schreck gestorben Da sie aber wahrnahm dass die Sache sich auf einen innerlichen Krieg beschränke hielt sie den wiederholten Angriffen mutig stand Ehe sich jedoch Aurora erhob um zur Stärkung ihres bejahten geliebten frische Eier zu holen sprang der Jüngling aus dem Bett und nahm seine andere Gestalt wieder an während Pametella voll Neugier zurück blieb was für ein Leckermaul das Erstlingsei einer so schönen Henne ausgeschlürft habe Als nun wieder die Nacht erschien und Pametella ganz wie am vergangenen Abend sich niedergelegt und die Lichter ausgelöscht hatte erschien auch wieder der schöne Jüngling um sich zu ihr zu legen und als er von seinen Kunststücken ermüdet in Schlaf gesunken war ergriff Pametella ein Feuerzeug das sie sich zur Hand gesetzt hatte schlug den Stahl zündete den Schwefelfaden und mit diesem das Licht an worauf sie die Decke emporhob und das Ebenholz in Elfenbein den Kaviar in Milch und Sahne und die Kohlen in ungelöschten Kalk verwandet sah Während sie jedoch so mit offenem Munde das und den schönsten aller Pinselstriche den die Natur der Jüngling und fing an Pametella mit Vorwürfen zu überhäufen wobei er ausrief weh mir um deinet willen muss ich noch sieben Jahre lang diese verwünschte Strafe erdulden da du aus Neugier deine Nase in meine Geheimnisse gesteckt hast geh und mache dass du fortkommst pack dich aus meinen Augen und kehre zu deinen Bauerlesen zurück denn nur anst dich was für ein Glück du verlierst mit diesen Worten verschwand er wie Quecksilber während die arme Pametella starr und kalt vor Schreck mit gesenktem Haupte den Palast verließ als sie jedoch aus dem unterirdischen Gang getreten war begegnete sie einer Fee die zu ihr sprach dein Leid meine Tochter schmerzt mich in der tiefsten Seele denn du unglückliche gehst der Schlachtbank entgegen und hast eine haarbreite Brücke zu passieren um daher deiner Gefahr zuvor zu kommen nimm diese sieben Spindeln diese sieben Feiken dieses Näpfchen mit Honig und diese sieben paar Eisenschuhe und wandere ohne auszuruhen so lange bis sie zerreißen dann wirst du auf einer Altane eines Hauses sieben Frauen sehen die von oben herab spinnen und die Fäden auf toten Knochen aufgewickelt haben weißt du nun was du tun sollst halte dich ganz ruhig und versteckt zieh aber immer wenn ein Faden herunter kommt den Knochen heraus und stecke dafür eine mit Honig bestrichene Spindel an mit einer Feige statt des Knopfes denn wenn sie die herauf ziehen und die Süßigkeit schmecken werden sie sagen wer uns versüßt hat unseren Mund dem wert nur süßes Leben kund nach diesen Worten wird nun eine nach der anderen sprechen oh du der uns diese Süßigkeiten gebracht hast lass dich sehen und du musst dann antworten ich will nicht denn ihr fresset mich auf worauf werden sie erwidern wir fressen dich nicht so war uns Gott unseren Löffel behüte du aber rühre dich nicht und bleib ruhig an deinem Ort darum werden sie fortfahren wir fressen dich nicht so war uns Gott unseren spieß behüte du jedoch verhalte dich regungslos als wirst du an den boten gewurzelt dann werden sie weitersprechen wir fressen dich nicht so war uns Gott unseren besen behüte du aber traue ihnen nicht und wenn sie auch sprechen wir fressen dich nicht so war uns Gott unseren Eimer behüte so halte du dennoch dein Mund und muckse nicht bis sie endlich sagen werden so war uns Gott donner und blitz behüte wir fressen dich nicht dann steige du hinauf und sei sicher dass sie dich nicht fressen werden sobald Pametella dies vernommen hatte fing sie an über Berg und Tal so lange zu wandern bis sie nach Verlauf von sieben Jahren die eisernen Schuhe zerrissen und sie in einen großen Hause angelangt war wo sie auf einem Balkon die sieben spinnenden Frauenzimmer erblickte und nachdem sie dem rate der Fee gemäß gehandelt und jene endlich nach tausenderlei Fünden und Lockungen den Schwur bei Donnerblitz geleistet hatten stieg sie hinauf worauf die Frauenzimmer zu ihr sagten du schändliche Bübin bist die Ursache dass unser Bruder zweimal sieben Jahre fern von uns in der Gestalt eines Mannes in jener unterirdischen Behausung gelebt hat sei aber nur unbekümmert denn wenn du es auch verstanden hast uns durch den Schwur ein Schloss vor den Rachen zu legen wirst du gleichwohl bei erster Gelegenheit die alte und die neue Rechnung zusammen bezahlen jetzt aber tu folgendes verbirg dich hinter diesem Trog und wenn unsere Mutter nach Hause kommt die dich ohne weiteres verschlingen würde so sie zu dass du hinter ihren Rücken kommst pack Donner und Blitz schwört dir nicht zur Leide zu tun Pametella tat wie ihr geheißen war nachdem die Hexe bei der Feuerschippe bei der Zange beim Spinnenrade bei der Waschrumpel beim Topfbrett und endlich bei Donner und Blitz geschworen hatte ließ Pametella sie los und trat vor die Hexe worauf diese zu ihr sprach du hast mich dieses Mal drangekriegt Büben aber sieh dich vor denn bei der ersten Wäsche wirst du mit eingeseift indem nun die Hexe so die Gelegenheit Pametella aufzufressen wie mit Kerzen suchte nahm sie eines Tages zwölf Säcke verschiedener Hülsenfrüchte als Erbsen Kichern Linsen Wicken Fisolen Bohnen Reis und Lupinen mengte sie untereinander und sprach zu ihr hier nimm diese Hülsenfrüchte du schändliches Weibsbild und lies Wenn du aber bis heute Abend nicht fertig bist so verzehre ich dich wie eine Dreiersemmel Die arme Pametella setzte sich neben die Säcke hin und sprach weinend Oh du lieber Gott wie ist mir doch die goldene Wurzel zur Wurzel so großer Drangsal geworden Diesmal ist es vorbei und weil ich ein altes Gesicht jung gesehen habe wird mir jetzt ganz dafür schwarz vor den Augen Wie mir meine Stunde hat geschlagen mir ist nicht mehr zu helfen Mir scheint schon als wirre ich zwischen den Zähnen der scheußlichen Hexe Niemand ist da um mir beizustehen Niemand ist da mir zu raten Niemand ist da mich zu trösten Während sie so jammerte erschien plötzlich wie ein Blitz Donner und Blitz der die ihm durch eine Verwünschung auferlegte Verbannungszeit beendet hatte Obwohl er nun noch voll Zorn gegen Pametella war ließ ihm dennoch seine Liebe zu ihr keine Ruhe und als er sie so lauter Klagen ausstoßen hörte fragte er sie Was hast du denn Verräterin dass du so weinst Worauf Pametella ihm die üble Behandlung seitens seiner Mutter wie sie es darauf abgesehen habe ihr den Chaos zu machen und sie zu verschlingen der Länge nach mitteilte Beruhige dich und fasse Mut erwiderte Donner und Blitz hat mir diesen hat mir diesen Streich gespielt aber du sollst mir nicht so davon kommen darum nimm hier diese Überzüge von Zwilch die für zwölf Unterbetten sind und sieh zu dass sie bis heute Abend voll Federn sind sonst erreiße ich dich in Stücke die Ärmste nahm die Betzichen setzte sich auf die Erde und fing an ganz kläglich zu jammern dem sie sich ganz zerkratzte und ihre Augen in zwei Tränenquellen verwandelte wiederum erschien jedoch Donner und Blitz und sprach zu ihr weine nicht Verräterin sondern lass mich nur machen ich werd schon für dich sorgen du aber löse dir deine Haare auf breite die Betzichen auf die Erde und fang an zu weinen und zu heulen und rufe dabei aus dass der König der Vögel gestorben ist dann wirst du sehen was geschieht Pametella tat wie ihr geheißen war und plötzlich erschien eine Wolke von Vögeln die die Luft verdunkelten und mit den Flügeln schlagend die Federn haufenweise herunterfallen ließen sodass in weniger als einer Stunde die Betten voll waren als nun die Hexe nach Hause kam und ich sah schwoll sie vor Zorn dermaßen an dass sie fast barst wobei sie ausrief Donner und Blitz hat es sich in den Kopf gesetzt mich zu ärgern hol mich ja bei dieser und jener wenn ich sie nicht noch einmal so dran kriege dass sie mir nicht entwischen kann hierauf wandte sie sich zu Pametella und sprach lauf heile zu meiner Schwester und sage zu ihr sie soll mir die Instrumente schicken denn Donner und Blitz soll sich verheiraten und wir wollen ein königliches Hochzeitsfest feiern zugleich aber ließ sie der Schwester sagen dass wenn Pametella um die Instrumente käme so solle sie sie gleich schlachten und kochen denn sie selbst würde zu ihr kommen um an dem Male teilzunehmen als so ein Pametella sah dass ihr leichtere Dienste auferlegt wurden was sie ganz erfreut dass sie glaubte dass das Wetter jetzt heiterer würde aber wie blind sind doch oft die Menschen indes begegnete ihr unterwegs Donner und Blitz der sie so rasch darauf losschreiten sehend fragte wohin gehst du da unglücklicher weißt du nicht dass du deinem Tod entgegen eilst dir selbst deine Fesseln schmiedest dir selbst das Messer schleifst selbst das Gift mischst denn du wirst so einer Hexe geschickt damit sie dich verschlinge jedoch hör mir zu und sei ohne Furcht nimm hier dieses Brötchen dieses Bunt Heu und diesen Stein und wenn du in dem Hause meiner Tante anlangst wird ein bellener Fleischerhund auf dich losstürzen um dich zu beißen du aber stopp wie mit diesem Brötchen die Kehle nach dem Hund wirst du ein Pferd frei herumlaufen sehen das gegen dich ausschlagen und dich wird unter seine Hufe treten wollen gib ihm aber das Bunt Heu dadurch fesselst du ihm die Füße zuletzt wirst du an eine Tür kommen die immer auf und zuschlägt leg daher diesen Stein vor dadurch wirst du sie zum Stehen bringen dann steig hinauf wo du die Hexe mit deinem kleinen Kinder auf dem Arm und das Feuer um dich zu braten schon angezündet finden wirst die Hexe wird dann zu dir sagen halt mir ein bisschen das Kind und warte so lange bis ich die Instrumente heruntergeholt habe sie wird jedoch nur gehen um sich die Hauer zu wetzen und dich dann stückweise zu zerreißen du aber wirf inzwischen das Kind ohne Mitleid in den Ofen denn es ist Hexenfleisch nimm die Instrumente die hinter der Tür stehen und mach dich davon ehe die Hexe zurückkehrt denn sonst ist es mit dir vorbei jedoch merke dir dass die Instrumente sich in einem Futeral befinden das du nicht öffnen darfst wenn es dir nicht sehr schlimm ergehen soll Pametella tat wie ihr Geliebter ihr riet jedoch öffnete sie auf dem Heimweg das Futeral in dem sich die Instrumente befanden da mit einem Male flogen hier eine Flöte dort eine Schalmei hüben eine Pfeife drüben ein Dudelsacke empor die in der Luft tausenderlei Musik machten während Pametella sich vor Kummer das ganze Gesicht zerkratzte inzwischen kam die Hexe in die Stube zurück und als die Pametella nicht mehr vorfand trat sie an ein Fenster und rief der Tür zu quitsch die Verräterin tot worauf die Tür erwiderte warum soll ich der Armen Böses tun durch sie kann ich ja endlich ruhen hierauf rief die Hexe dem Pferde zu tritt die Spitzbübeln mit deinem Ofen tot aber das Pferd versetzte wenn ich sie träte fühlte ich reu sie gab mir ein Bündel Heu endlich rief die Hexe dem Hund und sprach zu ihm beiß die Schelmen tot der Hund jedoch entgegnete hör wahr ich beiß sie nicht tot sie gab mir ein Großstück Brot Pametella aber die indessen hinter den fortgeflogenen Instrumenten her schrie begegnete Donner und blitzte sie gehörig aus zankte und zu ihr sprach hast du denn noch nicht auf deine Kosten gelernt Verräterin dass du dich durch deine verwünschte Neugier in die große Not gebracht hast in der du bist so sprechend rief er die Instrumente durch einen Pfiff herbei und schloss sie wieder ins Futeral ein wobei er zu Pametella sagte dass sie sie nun der Mutter bringen solle als diese nun Pametella erblickte rief sie mit lauter Stimme grausame Schicksal sogar meine Schwester handelt mir zuwider da sie mir nicht einmal diesen gefallen hat tun wollen bald nachher langte die Braut ihres Sohnes an die eine wahre Pest ein wahres Unglück eine Harpier ein Gespenst ein Grauen ein Scheusal ein Ungeheuer von Hässigkeit und dabei die leibhaftige Schwindsucht war und durch die Blumen und Reiser mit denen sie sich aufgeputzt hatte wie ein neu eröffnetes Wirtshaus aussah Die Hexe veranstaltete nun gleich ein großes Fest und da sie noch ganz voll Gift und Galle war ließ sie den Tisch nah bei einem Brunnen aufstellen und setzte die sieben Töchter jede mit einer Fackel in der Hand daneben hin Pametella aber gab sie deren zwei und wies sie außerdem ihren Platz auf dem Rande des Brunnens an damit sie wenn sie schläfrig würde hineinstürzte Während nun die Speisen auf und abgetragen wurden und die Köpfe schon anfingen warm zu werden sprach Donner und Blitz dem vor seiner Braut sehr übel zumute war zu Pametella Liebst du mich Verräterin? worauf diese erwiderte mehr als mich selbst Nun denn wenn du mich liebst entgegnete Donner und Blitz so gib mir einen Kuss Behüte Gott versetzte Pametella das sei fern von mir du hast ja ein so niedliches Geschöpf neben dir die der Himmel dir hundert Jahre lang bei Gesundheit und zahlreicher Nachkommenschaft bewahren möge man sieht wohl was du für ein einfältiges Ding bist und bleiben wirst wenn du auch ewig lebtest sprach nun die Braut da du die Spröde spielst und einem so hübschen Jüngling keinen Kuss geben willst denn ich habe mich für ein paar Kastanien von einem Viehhirten nach Herzenslust küssen lassen der Bräutigam wurde bei diesen Worten ganz giftig und schwoll an wie eine Kröte sodass ihm das Essen am Hase stecken blieb gleichwohl machte er gute Miene zum bösen Spiel und verschlang die Pille indem er sich vornahm sich spät hin zu revanchieren und die Rechnung auszugleichen als man nun abgegessen hatte schickte er die Mutter und die Schwestern fort während er selbst die Braut und Pametella zurückblieben um zu Bett zu gehen als er sich nun von Pametella die Schuhe ausziehen ließ sprach er zu seiner Braut hast du Acht gegeben liebes Weibchen wie dieses hochmütige Ding mir einen Kuss verweigerte sie hat Unrecht getan versetzte die Braut dir den Kuss abzuschlagen da du ein so hübscher Mann bist denn ich habe mich für ein paar Kastanien von einem Schafhirten küssen lassen Donner und Blitz konnte sich nun nicht länger halten sondern mit Blitzen von Zorn und Donner von Taten ergriff er da ihm diese Rede zu sehr in die Nase gefahren war ein Messer stach die Braut nieder und vergrub sie in ein Loch das er im Keller machte hierauf umarmte er Pametella und sprach zu ihr du bist mein Juwel du bist die Blume der Frauen und der Spiegel der Ehre schau mich daher mit deinen Augen an gib mir deine Hand entreich mir deinen Mund und nähere dich mir wie du mein Leben bist denn ich will dein sein solange die Welt besteht so sprechend ging er mit Pametella zu Bett und scherzte mit ihr bis die Sonne die Feuerrosse aus dem Wasserstalle zieht und auf die von Aurora besähten Felder auf die Weide führt als nun die Hexe mit frischen Eiern erschien damit die Neuvermähten sich stärken sollten und die junge Frau sagte glückselig die die sich verheiratet wenn eine Schwiegermutter bekommt sie Pametella aber in den Armen ihres Sohnes fand und außerdem noch vernahm was vorgefallen war erhalte sie zu ihrer Schwester um mit ihr zu überlegen wie sie sich diesen Dorn aus den Augen schaffen könnte sie fand jedoch dass dieser aus Schmerz über ihrem Ofen gebratene Tochter gleichfalls in den Ofen gekrochen war und dass bereits der Brandgeruch die ganze Nachbarschaft verpestete worüber die Hexe in solche Verzweiflung geriet dass sie gleich einem Widder so lange mit ihrem Kopf gegen die Mauer rannte bis sie ihr Gehirn verspritzt hatte Donner und Blitz aber söhnte Pametella mit seinen Schwestern aus worauf sie sämtlich ein frohes und fröhliches Leben führten und die Wahrheit des Sprichwortes erkannten Geduld überwindet alles Sonne, Mond und Talia Es war einmal ein vornehmer Herr der bei der Geburt einer Tochter alle Weisen und Wahrsager des Königreiches zusammenkommen ließ damit sie ihm ihr Lebensgeschick prophezeien sollten Nach mehrfachen Beratungen sagten sie nun aus dass ihr durch eine Flachsfaser große Gefahr droht Weshalb ihr Vater um jeden Unfall vorzubeugen ein strenges Gebot erließ dass weder Flachs noch Hanf noch irgendetwas ähnliches jemals in seinen Palast gebracht würde Als sie doch Talia herangewachsen war und eines Tages am Fenster stand sah sie eine alte Frau vorübergehen die spann und da sie nie Kunkel oder Spindel zu Gesicht bekommen hatte sie auch deren Hin- und Herdrehen großen Gefallen fand wurde sie von so großer Neugier ergriffen dass sie die Alte heraufkommen ließ und den Rocken in die Hand nehmend anfing den Faden zu drehen Unglücklicherweise jedoch stach sie sich dabei eine Handfaser unter den Nagel eines Fingers und fiel sogleich tot zur Erde Als die Alte dies sah eilte sie die Treppe hinunter Der arme Vater aber vom Unfall unterrichtet bezahlte erst mit ganzen Fässern Tränen diesen Becher Wermut ließ dann die tote Tochter im Lustschloss in dem er sich eben befand auf einem Samtsessel unter einem Thronhimmel von Brokat sitzen worauf er alle Türen verschloss und den Ort der die Ursache solchen Unglück ist gewesen verließ um gänzlich und für immer sein Andenken aus dem Gedächtnis zu bannen Nun geschah es aber eines Tages dass sein König auf die Jagd ging und ein Falke der ihm vor der Faust entschlüpfte in ein Fenster jenes Schlosses flog sodass der König da der Vogel nicht auf die Lockpfeife hörte an das Tor pochen ließ da er glaubte dass das Gebäude bewohnt würde nach langem und vergeblichem Klopfen ließ er bei der König eine Winzerleiter herbeiholen um selbst hineinzusteigen und zu sehen wie es inwendig aussehe und nachdem er es ganz durchwandert hatte war er ganz außer sich verstaunen keine lebende Seele darin zu finden endlich gelangte er in das Zimmer in dem die bezauberte Prinzessin sich befand und rief sie weil er glaubte dass sie schliefe da sie aber trotz seines Schreins und Rüttins nicht erwachte er aber von ihrer Schönheit durch und durch erglühte trug er sie in seinen Armen auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe hierauf ließ er sie auf dem Bette liegen und kehrte in sein Königreich zurück wo selbst er lange Zeit an diesen Vorfall nicht mehr dachte Talia aber gebar nach neun Monaten ein Zwillingspaar einen Knaben und ein Mädchen die einen zwiefachen Juwelen schmuggelichen und von zwei Feen die in jenem Palast erschienen an die Brust der Mutter gelegt und auch sonst aufs sorgfältigste gepflegt wurden da sie nun einmal wieder saugen wollten und die Brustwarzen nicht fanden fassten sie einen Finger und saugten so lange an ihm bis sie die Faser herausgezogen hatten worauf Talia wie aus einem tiefen Schlaf zu erwachen schien den kleinen Engeln die sie neben sich sah die Brust reichte und sie lieb gewann wie ihr eigenes Leben ohne jedoch zu wissen was mit ihr vorgegangen war da sie nämlich wahrnahm dass sie sich mit zwei Säuglingen ganz allein im Palast befand und von unsichtbaren Händen Speise und Trank herbeibringen sah Endlich geschah es aber dass der König sich Talias erinnert unter dem Vorwender auf die Jagd zu gehen zu ihr in den Palast kam Als er sie erwacht und außerdem zwei Engelchen an Schönheit bei ihr fand fühlte er sich darüber die größte Freude Nachdem er Talia mitgeteilt hatte wer er sei und was sich zwischen ihnen zugetragen schlossen sie ein sehr enges Freundschafts Verbündnis und blieben einige Tage zusammen worauf der König mit dem Versprechen zurückkehren und sie abzuholen sich von ihr verabschiedete und sich wieder in sein Königreich begab dort aber dachte er jederzeit an Talia und seine Kinder so dass er mochte er essen oder trinken er zugleich auch Talia und Sonne und Mond so hatte er nämlich seine Kinder genannt im Munde führte und wenn er sich zur der Gemahlin des Königs aber die durch diese lange Abwesenheit einigen Verdacht geschöpft hatte wurde bei dem steten Anhören der Namen Talia Sonne Mond immer Brüheiß daher nahm sie einmal ihren Geheimschreiber beiseite und sprach zu ihm höre Freund du befindest dich jetzt zwischen Tür und Angel zwischen Block und Beil zwischen Strick und Leiter wenn du mir nämlich sagst wer die Geliebte meines Mannes ist so mache ich dich zum reichen Mann wenn du mir dies aber verheimlichst so ist es um dich geschehen der Geheimschreiber einerseits von Furcht getrieben und andererseits von Eigennutz gestachelt der das Scheuleder auf den Augen der Ehre die Augenbinde der Gerechtigkeit der Graue Starr der Treue ist schenkte der Königin reinen Wein ein sie sandte ihm daher im Namen des König zu Talia und ließ ihr sagen der König wolle die Kinder sehen worauf Talia sie ihn mit großer Freude schickte jenes Medea Herz jedoch dem Koch befahl sie zu schlachten und aus ihnen verschiedene Suppen und Ragu zu machen die sie dann dem armen König zu essen geben wollte der König aber der ein weiches Herz hatte wurde als er die beiden kleinen Engelchen erblickte von Mitleid ergriffen und indem er sie seiner Frau übergab damit sie sie verstecken sollte bereitete er statt ihrer zwei Zicklein auf hunderterlei Weisen zu und übersandte sie der Königin die die Speisen mit großer Freude empfing als so der König kam und mit vielem Wohlbehaken zu essen begann wobei er einmal über das andere sagte das schmeckt ja herrlich bei meiner Seele das schmeckt ja köstlich so war ich lebe entgegnete seine Frau immer iss denn du issest von dem deinen der König ließ dieses Gerede zwei oder dreimal unbeachtet der er jedoch sah dass sie gar nicht aufhören wollte rief er endlich aus ich weiß dass ich von dem meinigen esse denn du hast mir nichts ins Haus gebracht worauf er zornig aufsprang und sich auf ein nicht weit entferntes Landhaus begab um dort seinen Ärger verfliegen zu lassen inzwischen trug die Königin deren Wut durch das was sie getan noch nicht gesättigt war dem Geheimschreiber wiederum auf Talia unter dem Vorwande das der König sie erwarte herbeizuholen diese kam als bald voll Freude und Verlangen das Licht ihrer Augen wieder zu finden nicht ahnend dass sie schien sprach diese zu ihr mit einem Nero Gesichter und giftig wie eine Natter willkommen willkommen du kostbares Frauenzimmer du also bist die Metze das Unkraut das mein Mann von mir abzieht du also bist die infame Hündin die mir so viele schlaflose Nächte bereitet hat lass nur gut sein jetzt bist du ins Fegefeuer gekommen wo du für das büßen sollst was du sagte dass sie nichts verbrochen und der König während sie im Schlafe da lag von ihrem Grund und Boden Besitz genommen habe aber die Königin die keine Entschuldigung hören wollte ließ im Hofe des Palastes selbst ein großes Feuer anzünden und befahl Thalia hineinzuwerfen da sie nun sah wie schlecht es mit ihr stehe fiel sie vor der Königin auf die Knie und flehte sie an ihr wenigstens so viel Aufschub zu gestatten bis sie ihre Kleider abgelegt habe die Königin nicht so sehr aus Mitleid mit der Unglücklichen als um sich die mit Gold und Perlen gestickten Gewänder anzueignen erwiderte daher also gut zieh dich aus worauf Thalia sich zu entkleiden anfing und bei jedem Stück das sie ablegte ein lautes Geschrei ausstieß als sie nur nach Ablegung des Überwurfes des Kleides und des Midas eben auch den Unterrock herunterstreifte wobei sie den letzten Schrei vernehmen ließ und man sie bereits fortschleppte um aus ihrem Körper Asche für die Lauge zu Charons Hosen zu bereiten eilte der König herbei und wollte beim Anblick dieses Schauspiels wissen was vorging hierauf fragte er auch nach seinen Kindern und da er vernahm dass seine Frau um sich wegen seiner Untreue ich selbst also war der Wolf meiner Schäflein weh mir warum erkannten meine Ader nicht dass sie die Quelle ihres Blutes waren oh du schändliche Barbaren was für eine Grausamkeit hast du da begann aber warte nur es wird dir nicht so hingehen deine Strafe soll wahrhaftig nicht sehr sanft ausfallen so sprechend befahl er dass sie in das für Thalia angezündete Feuer geworfen würde mit ihr und der Anzettler dieses Gewebes von Bosheit gewesen war als er aber mit dem Koch das nämliche tun wollte weil er glaubte dass er die Kinder klein gehackt habe warf dieser sich ihm zu Füßen und rief aus für war Herr König es bedürfte gar keiner anderen Sine Kure für den Dienst den ich dir erwiesen als wenn ich in eine Kalkofenglut geworfen würde keines andere Kostenersatzes als wenn man mir einen Pfahl in den Hintern bohrte keine anderen Belustigung als mich im Feuer weich zu kochen und braten zu lassen keines anderen Vorteils als dass die Asche eines Koches mit der der einer Königin vermischt würde aber dies wäre dann doch keine sonderliche Belohnung dafür dass ich euch eure Kinder trotz jener mitleidlosen Bestie die sie töten wollte gerettet habe um dir einen Teil deinem selbst wieder zu geben als der König diese Worte vernahm blieb er wie versteinert stehen denn er glaubte zu träumen und konnte nicht glauben was seine Ohren vernahmen endlich aber wandte er sich zum Koch und sprach wenn du mir wirklich meine Kinder gerettet hast so sei sicher dass du nicht weiter Bratspieße drehen sondern in der Küche meines Herzens meinen Willen drehen sollst wie du willst indem ich dich so belohnen würde dass nicht zu deinem Glück fehlen soll während der König dies sprach brachte die Frau des Koches die sah wie nötig es war Sonne und Mond vor den König der sogleich anfing bald mit seiner Frau bald mit seinen Kindern Kussmühle zu spielen den Koch aber reich belohnte und ihn zu seinem Kammerherrn machte hierauf heiratete er Thalia welche nun mit ihrem Gemah und ihren Kindern ein langes und glückliches Leben führte nachdem sie erkannt hatte wem der Himmel wohl will dem gibt er das Glück im Schlafe ein das 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 Untertitelung des ZDF, 2020